Sind wir live? Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Okay, okay. Mal gucken, mal gucken. Ich hoffe, es läuft alles flüssig. Ah, guck mal, da kommt auch schon die Benachrichtigung. Boah, direkt 140 Zuschauer, Leute, Leute, Leute. Oh mein Gott, da bin ich ja schon ein bisschen nervös jetzt. Hallo erstmal an alle, ich hoffe, es klappt alles. Schreibt mal was in den Chat, seid ganz aktiv, schreibt alle Hallo rein, damit ich auch sehe, ob alles klappt. Direkt mal die Auslastung des Streams hier testen. So. Gucken wir mal. Der Wetterbericht sagt. So, alles klar, Wetterbericht. Ich hoffe, ich... Also es müsste jetzt eigentlich alles gehen. Gucke ich mal selber nach. Okay, okay. Also ich sehe, ihr schreibt alle Hallo rein. Das heißt, ich glaube, es läuft, oder? Ja, ich glaube, es läuft, ich glaube, es läuft. Doch, jetzt geht es auch. Jetzt seht ihr auch hier den Chat. Also es müsste jetzt eigentlich alles funktionieren. So, 150 Live-Zuschauer direkt. Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid. Welcome. Da sehe ich... Ah, Leute. Ihr seid so schön aktiv, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Ich weiß noch nicht, warum ich noch nicht den Chat eingeblendet bekomme. Aber das sollte sich alles noch regeln. Wow. Also erstmal an allererster Stelle für die Leute, die es vielleicht auch im Nachhinein sehen. Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu meinem Halloween-Special. Das hier wird ein Livestream, der wahrscheinlich mehrere Stunden dauern wird. Ich werde im Nachhinein alles auch noch in Kapitel einteilen und alles drum und dran. Kapitel Nummer 1 ist, dass wir jetzt gerade vor literally 10 Minuten hier angekommen sind und in unser Hotelzimmer gegangen sind. Es wird ein wirklich langer Stream, denn wir haben nicht nur vor, einfach nur 5 Minuten hier zu streamen und danach irgendwas anderes zu machen, sondern ich habe mir gedacht, wir nehmen uns die komplette Nachtzeit und ich werde auch währenddessen, wie ihr schlafen, weiter streamen. Und ja, das heißt, es kommen wirklich einige Stunden Streamspaß auf euch zu. Falls ihr also noch nicht irgendwas zu essen habt, euch noch nichts zu essen bestellt habt oder sonst irgendwas, Leute, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt habt ihr noch Zeit. Wir werden das Ganze sehr entspannt angehen. Das heißt, wir werden uns gleich als allererstes hier ein bisschen umgucken. Ich erzähle ein bisschen was. Wir haben auch noch nichts gegessen, das heißt, wir werden gleich auch noch... Spots, hast du da nicht stören drin? Was? Hast du da nicht stören drin? Wie ein stören drin? Nicht stören drin in meinem Handy. Ist eigentlich drin, aber irgendwie klappt das bei Apple nie. Bei mir klappt es auch nicht. Aber... Willst du jetzt jemanden anrufen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich will nicht, ich rufe jetzt jemanden anrufen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, also ich habe nicht stören drin, ne. Also, genau, der Stream wird sehr lange gehen, ne. Macht euch ein richtig... Also, ich möchte, dass ihr euch den geilsten, entspanntesten Abend überhaupt macht. Falls ihr gerade zu Hause sitzt oder so, ich glaube, wir werden eine richtig gute Zeit miteinander verbringen. Eine richtig, richtig gute Zeit. Denn ohne Scheiß, wir sind hier angekommen und ich muss echt sagen, dass mich, dass das Hotel bisher mich von meinen Erwartungen übertroffen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen rustikalen, älteren Look hat, das Hotel. Ich würde sagen, macht das Sinn, jetzt schon auf die Geschichte einzugehen, ein bisschen was zu erklären, was wir hier... Ja, komm, eigentlich macht es am meisten Sinn, wenn wir direkt zum Anfang... Moment, da hole ich mir doch direkt mal einen kleinen Stuhl. Also, kleine Geschichtsstunde mit dem lieben Leon und der Lea natürlich. Also, erstmal, Lea ist dabei, weil ich ja schon gesagt hatte, eigentlich war gar kein Halloween-Special geplant. Eigentlich wollte ich zusammen mit Lea Halloween verbringen, weil ich die letzten Jahre immer für Halloween irgendwas mit YouTube gemacht habe. So, und jetzt sitze ich hier wieder, aber mit dir diesmal. Ich habe ja gesagt, wir wollen eigentlich Zeit miteinander verbringen und deswegen wollte ich eigentlich kein Halloween-Special machen. Oh mein Gott, Nadja Lunakra, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Mitgliedschaft. Und da fällt mir auch auf... Es geht direkt los. Es hat, ich danke dir vom ganzen Herzen. Also, die Alerts funktionieren auf jeden Fall schon mal. Ich musste die Schrift nur ein bisschen kleiner machen. Aber, Essa, direkt auch dir vielen, vielen herzlichen Dank für 10 Euro. So, jetzt muss ich einmal das anpassen. So. Falls jetzt gleich nochmal eine Donation kommt, dann müsste es eigentlich ein bisschen besser aussehen. Aber okay, wo war ich stehen geblieben? Eigentlich wollte ich gar nicht ein Halloween-Special machen, weil ja die Tour aktuell läuft. Und wir deswegen eigentlich wöchentlich auch unheimliche Videos machen. Die Sache ist aber die, dass ihr bestimmt mitbekommen habt, YouTube gönnt aktuell nicht so. Und hat dementsprechend, obwohl ich das Video von einer Woche hochgeladen habe, nämlich wo wir in einem verlassenen Bunker waren, das Video einfach mal demonetarisiert. Nämlich zwei Tage bevor es rauskommen sollte. Deswegen hätte ich kein Video für Samstag gehabt. Beziehungsweise hatte jetzt auch keins. Und ich dachte mir, Leute, das kann doch nicht klar gehen. Es ist Halloween. Ja, ich habe einen Kanal, der um Horror geht. Um unheimliche Sachen. Und ich habe nichts an diesem Wochenende. Wisst ihr, ich meine nichts. Und das habe ich gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können. Und deswegen habe ich ein bisschen im Internet recherchiert. Beziehungsweise wir beide eigentlich. Und haben dieses Hotel hier gefunden. Ich werde nicht sagen, um welches Hotel es sich handelt. Aber alleine aus dem Grund, dass ich den Ort schützen möchte. Weil ihr kennt es, wenn ich jetzt sagen würde, was das für ein Ort ist. Vielleicht werdet ihr den auch eh erkennen. Oder einige von euch kennen ihn vielleicht auch. Und wissen dementsprechend, was es hier für Geschichten gibt. Aber ich möchte nicht dazu beitragen, dass der Ort hier an Ruf oder so verliert. Dass er einen schlechten Ruf hat. Und deswegen werde ich nicht den Ort bekannt geben. Die Moderatoren und so, die werden den wahrscheinlich, das werde ich denen auch sagen, klar. Aber so an die breite Öffentlichkeit will ich jetzt nicht sagen, wir sind jetzt bei dem und dem Hotel. Vielleicht sieht man auch irgendwo im Stream einmal kurz, welches Hotel. Aber ich will es halt nicht an die große Glocke hängen. Könnt ihr bestimmt nachvollziehen. Weil am Ende des Tages, stellt mal vor, wir können hier wirklich irgendwas feststellen oder so. Und dann steht wieder im Raume, komme ich gleich auch noch zu der Geschichte dazu, erzähle ich euch dann, dass es hier spuken soll. Und dann bin ich sozusagen der Doofe, der dem Hotel so diesen Ruf verpasst hat. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, deswegen, ich will das nicht dazu beitragen. Und deswegen werde ich den Ort nicht sagen. Zumindest erstmal nicht. Genau, also da haben wir dieses Hotel gefunden. Das ist in den Niederlanden. Das können wir auf jeden Fall sagen. Und im Internet gab es halt einige Spukgeschichten darüber. Also wir haben das auch gefunden, indem wir einfach nur gesucht haben nach einem Hotel, wo es spuken soll. Weil wir dachten, das ist ganz passend, wenn wir einfach nach etwas gucken, wo wir zusammen sein können. Weil ich würde jetzt nicht mit Lea bei einem Lost Place pennen. Und so habe ich eben das hier gefunden. Das war zwei Stunden von uns weg. Und so dachten wir uns, ist es doch perfekt für Halloween, hier einfach eine Nacht zu verbringen. Und da hinten steht der Riesenrucksack und die ganze Tasche. Wir werden hier auch eine paranormale Untersuchung machen. Also einige paranormale Untersuchungen. Ey, ich bin so gespannt. Aber, ach guck mal, eine Person sagt auch schon, sie kennt den Ort. Und dann, ja, auf jeden Fall wäre es nett, würdet ihr es nicht reinschreiben. Ansonsten muss ich das natürlich dann sperren. Ja, auch an alle anderen natürlich welcome. Es freut mich sehr, dass ihr hier seid. Warum die App selber mir noch nicht den Chat anzeigt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ist auch nicht so schlimm, sonst sehe ich den einfach jetzt da unten. Das passt auch. So, also, so ist es überhaupt erstmal dazu gekommen, dass wir jetzt gerade hier sitzen in diesem Hotel. Ähm, es gibt einige Geschichten über das Hotel. Habt ihr Bock, dass ich euch die Geschichte erzähle? Also die werde ich, ja, ich sehe auch schon. Ja, alles gut, vollkommen okay, schreibt Huwi. Das ist gut auf jeden Fall. So. Äh, gibt es eine Hoteltour? Ja, die wird es geben, allerdings höchstwahrscheinlich ein bisschen später. Jetzt machen wir gleich erstmal eine Zimmertour, weil das Problem bei einer Hoteltour ist, wir wollen hier halt, deswegen sage ich die Location auch nicht, nicht irgendwie großartig negativ auffallen. Also wenn ich jetzt einfach mit einem Handy-Gimbal und so rumlaufe, äh, dann möchte ich halt, dass ich so wenige andere Leute belästige, wie es nur geht. Oder, dass die Hotelleitung halt nichts davon mitkriegt. Ähm, und deswegen, ähm, ja, möchte ich das ein bisschen später machen. Okay, also, ich sehe schon, ihr habt Bock, ein bisschen was über die Geschichte zu erfahren. Ich muss da übrigens auch nochmal vielen herzlichen Dank aussprechen an Robbe. Ich weiß nicht, ob er das hier gerade sieht oder im Nachhinein sich anguckt, aber der gute Robbe, mein Kollege aus Belgien, der hat mir nämlich bei eigentlich allem geholfen, was nämlich die Übersetzung betrifft. Ähm, ja, weil alles, was man im Internet so findet, bis auf eine Seite, hat in Niederländisch berichtet. Was natürlich klar ist, wir sind in den Niederlanden und deswegen, ähm, ist alles auf Niederländisch gewesen. Er hat mir Folgendes erzählt. Das Hotel hier steht schon sehr lange. Es existiert schon eine halbe Ewigkeit, denn, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es entweder erbaut worden oder wirklich eröffnet worden 1897. Das heißt, schon über 100 Jahre existiert dieses Hotel und ihr werdet das, glaube ich, auch gleich schon sehen, wenn wir hier durchlaufen. Ähm, das hat einen, wirklich, man sieht es dem Alter an. Aber es ist cool gemacht, finde ich. Also, es hat richtig einen rustikalen Look. Falls ihr, äh, einen kleinen Einblick kriegen wollt, könnt ihr kurz auf Instagram gehen. Ähm, bei meiner Insta-Story, da habe ich einmal ganz kurz nur den Eingangsbereich gefilmt. Und so, von dem Look her, ist das komplette Hotel hier. Also, es ist, oder? Also, ich finde, die Atmosphäre stimmt schon mal, oder? Ja. Dazu kommt auch, dass hier direkt um die Ecke ist, ähm, ist ein Wald. Und das ist eigentlich schon der erste interessante Fakt dieses Hotels. Denn, hier ist eine Straße, die ist relativ abgelegen. Hier ist links und rechts vom Hotel ein paar Wohnhäuser. Aber hier direkt, Moment, ich gucke einmal, ob ich euch das zeigen kann. Na, man wird es nicht sehen. Nee, 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 nee. Zu dunkel. Zu dunkel, leider schon. Leider schon zu dunkel. Aber wir blicken im Grunde, wenn wir durchs Fenster gucken, direkt auf diesen Wald. Und dieser Wald ist nicht irgendein Wald, sondern dieser Wald soll einer der ältesten Wälder in den Niederlanden sein. Also, klar, kann man jetzt sagen, okay, was soll an einem Wald unheimlich sein? Hatte Lea auch am Anfang dafür gefragt. Und ich, ja, er ist ja so. Generell, Lea ist sehr kritisch allem eingestellt. Also, sie, glaubst du an Geister oder nicht? Nee. Eigentlich nicht so, ne? Ja, finde ich aber spannend, jemanden dabei zu haben, der es mal aus einer anderen Perspektive sieht. Und, ja, vielleicht auch ein bisschen misstrauischer ist, als ich oder vielleicht ihr es seid. Weil ich glaube, wir, ich habe so viel Equipment und alles mit. Und einfach jemanden zu haben, der das Ganze ein bisschen realistischer betrachtet, finde ich immer sehr, sehr gut. Stefan zum Beispiel, Let's Urbex, mit dem wir unterwegs waren, er war ja auch ein bisschen kritischer dem Ganzen gegenüber eingestellt. Aber es hat so ein bisschen frischen Wind mit reingebracht. Wenn man selber so fest an Geister glaubt und an die ganzen Geräte ausprobiert, dann steigert man sich auch gerne mal in irgendwas hinein. Deswegen Lea übrigens auch sehr gut als meine Partnerin halt, die mir auch sagen kann, Alter, bist du doof? Mach so und so. Also sie wird da schon in den richtigen Momenten auch was sagen, wenn ich was falsch mache oder wenn sie etwas für Hungo kelt, sagen wir mal so. Genau, also der Wald, der hier ist, das ist halt ein uralter Wald und der ist direkt an dem Hotel. Also wir könnten rausgehen und direkt in den Wald gehen und das ist eigentlich schon der erste interessante Fakt. Man sagt eben, dass generell Wälder, ihr kennt es bestimmt, alte Energien, wer weiß, was früher mal dort gemacht worden ist, Rituale oder sonst was. Deswegen kann das schon unter anderem ein interessanter Aspekt sein, nämlich dieser uralte Wald. Der zweite interessante Aspekt ist, dass man sich erzählt, dass der damalige Besitzer von diesem Hotel, der jetzt nicht mehr lebt, das war ein uralter, reicher Mann und der soll wohl immer noch über dieses Hotel wachen. Viel mehr Infos gibt es auch gar nicht darüber, beziehungsweise konnte ich jetzt nicht auch mit Hilfe von Robbe herausfinden, aber es gibt wohl eine Sage, dass im ersten Stockwerk, wo der noch da sitzen soll auf dem Stuhl? Ich weiß nicht, auf jeden Fall auf irgendeinem Sessel. Okay, ja, also ich meine, es war der erste Stock, da werden wir dann natürlich auch gleich nochmal hingehen. Im Flur oder was? Im Flur, genau. Da soll der eben auf dem Flur sitzen und in einem Sessel sitzen und irgendwie über den Flur wachen, sage ich jetzt mal. Das ist der zweite interessante Aspekt und der dritte und der eigentlich krasseste interessante Aspekt, dem auch dieses Hotel so, ich würde jetzt nicht sagen, bekannt gemacht hat dadurch, aber dem das wahrscheinlich Wichtigste, wenn es um Spukgeschichten, um dieses Hotel geht, ist, dass damals zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hier wohl ein belgisches, wenn ich es richtig verstanden habe, belgisches Mädchen ermordet sein soll in diesem Hotel hier. Und das Interessante dabei ist, das Mädchen soll eben natürlich irgendwo auch klar von Deutschen umgebracht worden sein. Deswegen könnte es auch interessant sein, hört sich jetzt doof an, aber ich meine, wir sprechen Deutsch und I don't know, vielleicht kann man da ein bisschen eine bessere Connection aufbauen. Aber das Krasse daran ist, dass erstmal das einfach nur passiert ist angeblich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist angeblich passiert. Und jetzt ist in den 80ern das erste Mal aufgefallen, dass Menschen berichtet haben sollen, dass sie dieses Mädchen gesehen haben. Das Mädchen in Weiß oder wie auch immer. Oder die Frau in Weiß, ihr kennt die Geschichten. Also, dass sie irgendwie aufgewacht sind und halt dieses Mädchen gesehen haben, dass sie den Raum wechseln wollten wegen irgendwelchen Erlebnissen oder sonst irgendwas. Das soll zum ersten Mal in den 80ern vorgekommen sein. Und dann war ein bisschen oder eine längere Zeit Ruhe. Und dann sollte das das zweite Mal passiert sein, so 2009, 2010 rum. Also vor ein bisschen mehr als zehn Jahren. Da war es dann das zweite Mal so, dass Menschen eben gehäuft beispielsweise den Raum wechseln wollten oder sogar komplett aus dem Hotel ausgecheckt sind, weil sie eben selber irgendwelche paranormalen Erlebnisse hier gemacht haben oder dieses Mädchen gesehen haben sollen. Und dann war es tatsächlich so, dass natürlich die Hotelleitung gemerkt hat, wie verrufen dieses Hotel wegen dieser Geschichte ist. Und dann sollen sie eine offizielle Austreibung gemacht haben. Also sie sollen irgendwelche, entweder Geisterjäger oder ein Medium oder sonst irgendwas hier hingebracht haben. Und diese Personen haben dann den Geist ausgetrieben. Und seitdem soll es halt rein offiziell, aus offizieller Sicht hier natürlich nicht mehr spuken. Das haben die natürlich auch gemacht wegen ihres Rufes, weil sie halt auch wollten, dass hier in Zukunft auch noch Menschen schlafen und nächtigen und nicht irgendwie Angst haben müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was daran ist. Was erstmal daran ist, was es mit dieser Austreibung hier auf sich hat. Ob es hier immer noch spuken soll, ob es hier überhaupt spuken soll. Vielleicht können wir ein bisschen mehr darüber hier rausfinden. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich glaube wir haben auf jeden Fall genug Hintergrundinformationen, um eine Grundlage für ein Gespräch zu bilden. Mit Präsenzen, falls sie natürlich hier sind. Und ich glaube das könnte ganz spannend werden, Leute. Ich glaube das könnte sehr, sehr spannend werden. Es gab auch ein paar YouTube-Videos hierzu. Zu diesem Hotel, wo auch andere YouTuber, die aber eher in den Niederlanden bekannt sind, hier übernachtet haben beispielsweise. Und die sind auch nicht lange her, die Videos. Ein, zwei Jahre vielleicht. Und das hat mir auch gezeigt, dass die Thematik auf jeden Fall auch noch aktuell ist. Also, dass es jetzt nichts ist, was irgendwann mal in der Vergangenheit gespukt haben soll. Und heute ist hier gar nichts mehr. Sondern die Geschichten gibt es. Das ist erstmal ein Fakt, dass es diese Geschichten gibt. Was an den Geschichten dran ist, kann ich euch bis zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Ich habe die nur gelesen, beziehungsweise gesehen, gehört. Aber ich glaube, heute Halloween, der 31. Ist wahrscheinlich der ideale Zeitpunkt, um der ganzen Sache mal selber ein bisschen auf den Grund zu gehen. So, jetzt gucke ich aber mal, was ihr so zu schreiben habt. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum ich den Chat nicht anregenkriege. Oh, jetzt. Im schlimmsten Fall muss ich auf meinem Handy mal den Chat überprüfen. So, Alter. Wie bitte? Also, Alter, sehe ich es gerade richtig? Okay, also auf jeden Fall stimmt irgendwas mit den Benachrichtigungen nicht. Weil ich habe keine Benachrichtigungen bekommen. Ich sehe es jetzt gerade. Dass anscheinend SH... Alter. SH hat gerade mal eben unseren Hotelaufenthalt bezahlt. Nämlich mit 90 Schweizer Franken. SH, schon jetzt, ey, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Das ist unglaublich. Es ist tatsächlich genau, hat es 91 Euro hier pro Nacht gekostet. Ich habe gerade unten bezahlt. Und deswegen, wow. Fick, ey. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Das ist wirklich, wow. Super, super nett von dir. Direkt steigen wir ein mit so einer Riesenspende. Also, wow, das ist richtig korrekt. Und wir sind über 300 Zuschauer. Ich bin mir sicher, das wird auch heute noch echt spannend. Aber, naja, Julia schreibt auch gerade schon, vielleicht hat die Austreibung nicht funktioniert. Lässt sich natürlich schwer sagen, ne? Ob überhaupt oder ob diese Austreibung vielleicht auch nur, hört sich jetzt doof an, aber sie könnte ja auch nur ein Business-Move gewesen sein. Wisst ihr, wie ich meine? Also, von daher, mich würde schon der Schrank neben dem Bett verrückt machen, wenn er nachts einfach die Schranktüren aufgeht. Alter, das wäre wirklich heftig. Aber man muss wirklich sagen, die Atmosphäre hier ist krass. Und um euch das einmal auch zu zeigen, drehe ich einmal die Kamera und zeige euch mal hier ein bisschen rum. So. Also. Und zwar, da ist natürlich der Eingangsbereich. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hier so aussieht, wenn man da reinkommt. Also, ihr hört auch schon, ne? Das ist alles wirklich ein Altbau. Das ist alles. Das warst du? Ja. Alter, ich dachte jetzt schon, habt ihr es gehört? Ehrlich, ich dachte jetzt schon, ich habe schon erstes Paranormales hier erlebt. Ich habe nämlich, sie hat nämlich auch auf den Boden gestampft. Und zwar seht ihr, man kommt hier rein und es ist alles in so einem ganz alten Stil hier. Guckt euch den Kronleuchter zum Beispiel an. Guckt euch die Bilder, guckt euch das Holz vom Tisch an. Es ist alles auch in einem ziemlich, ziemlich alten Stil gemacht worden. Und ich muss sagen, dir gefällt es jetzt natürlich nicht so, weil es einfach, ist okay, sagst du? Also, ich finde es tatsächlich sehr geil, weil es halt, ja, weil es total zur Atmosphäre passt, ne? Ja, das, ja. Auch hier alleine die ganzen, die ganzen Schränke und so, so mit diesem, mit diesem Gitter hier. Stell mal vor, du guckst so nachts und dann ist da sowas hinter, Alter. Alter, das wird so unheimlich, ne? Na gut, ich bin mal gespannt. Hier haben wir auch Lämpchen, Telefon, alles, was man braucht. und, ähm, äh, genau, Badezimmer. Ne, dann zeige ich euch auch einmal, wo wir heute kacken gehen. Ne, boah, ich klinge nicht kacken. Ja, ich klinge direkt mal oben her. So, ne? So, so wie man es im guten Elternhaus gelernt hat. Aber das ist auf jeden Fall das Badezimmer. Boah, Alter, kann man so ein bisschen durchgucken. So eine Röhre. Okay, naja, äh, so viel auf jeden Fall zu dem Hotelzimmer. Klein, aber fein auf jeden Fall. Äh, es gibt ja auch noch richtige Luxussuiten und so. Wir haben generell, ähm, also meiner Meinung nach ist das schon ganz schön, ähm, wie soll ich sagen, es ist ein gehobeneres Hotel. Also auch unten, den Eingangsbereich. Wir haben Candlelight Dinner da unten. Wir haben da Candlelight Dinner und so. Als wir hier angekommen sind, dachten wir uns so, boah, Alter, voll edel. Ähm, ich meine, 91 Euro pro Nacht ist jetzt nicht allzu viel, aber auch nicht allzu wenig. Ist, würde ich sagen, so ein Mittelpreis, oder? Ja, das billigste Zimmer, ne? Ja, wir haben das billigste Zimmer so. Oder? Ähm, kann ich jetzt sagen. Ja. Billigste Doppelzimmer. Billigste Doppelzimmer, ja. Ja. Also, von daher, äh, gut, es gab natürlich auch noch krassere Zimmer, ne? Leon, hast du Hexenbrett mit? Ja, Pyro, ich habe tatsächlich sogar das Hexenbrett mit, aber Plan ist eigentlich erstmal nicht zu probieren. Ich würde das Hexenbrett nur ausprobieren, wenn wirklich wir viele Untersuchungen machen und gar nichts bei rumkommt. Und dann würde ich das Hexenbrett auch ausprobieren, dass wir wenigstens oder hoffentlich zumindest ein bisschen Action haben, weil man sagt ja, dass man, ähm, durch das Hexenbrett eben neue Präsenzen auch hervorrufen kann oder rufen kann. Und, ähm, deswegen würde ich das wirklich nur machen, wenn die ganze Zeit gar nichts passieren sollte. Sonst würde ich das erstmal nicht anfassen, weil ich will ja auch nicht irgendwie hier was herholen oder so. Ähm, nein, nein, Benuel, es ist kein Lost Place, richtig. Es ist ein normales Hotel. Genau. Gehen wir mal die neue Episode von Parag, muss ich auf jeden Fall noch machen, da hatte ich jetzt gar keine Zeit zu, leider. Wir hatten, letztes Mal hatten wir den Film geguckt, ne, vom, vom Mark haben wir zusammen geschaut. Ähm, da war er auch in einem Spukhotel. Ähm, und da hatte er zum Beispiel richtig, richtig gut. Ähm, ja, von daher, Internet ist weg, schreibt Britta. Ich hoffe bei mir, ja, ich hoffe es nicht an mir liegt. Ähm, so. Aber, ich würde sagen, sollen wir ein bisschen was zu essen bestellen, weil du hast auch echt Hunger, ne? Du guckst schon, okay. Äh, ja, wir haben tatsächlich keine Zeit gehabt, hier auf dem Weg dahin noch irgendwas zu essen. Wir haben heute nur eine Kleinigkeit gefrühstückt. Äh, und das war es dann aber, das war es dann aber auch. Ähm, geht wieder? Okay, geht wieder. Ich hoffe, dass es nicht an uns lag. Boah. Ich würde mal hier anrufen und fragen, ob man hier überhaupt bestellen darf. Das ist voll komisch, das ist hier voll das edle Hotel. Die hat uns gefragt, ob wir hier Abend essen wollen. Können wir nicht fragen. Leute, kann man sich in ein Hotel was essen liefern lassen? Kann man sich in ein Hotel essen liefern lassen? Voll unangenehm. Ich weiß nicht. Das wäre natürlich, das wäre natürlich cool. Aber, ähm, ich habe Angst, jetzt einfach so random was, äh, zu bestellen und dann, und dann nachher die Rezeption guckt dann voll blöd. Die waren aber voll nett. Sebastian Riegel, vielen, vielen herzlichen Dank für 5 Euro. Boah, ich muss auf jeden Fall irgendwie hinbekommen, ähm, dass mal, dass das Handy hier die Benachrichtigung anzeigt. Äh, SH hat nicht nur 10 Schweizer Franken und 90 Schweizer Franken, äh, verschenkt, sondern auch noch 5 Schweizer Franken. Das habe ich auch vorhin gar nicht mitbekommen. So, ich setze mich mal hier auf diesen Stuhl und schaue mal kurz, ob ich das ein bisschen fixen kann mit den Benachrichtigungen. Okay, da sind noch andere Leute. Okay. Boah, was haben die? Haben die zu viel getrunken? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Alter, die lachen da, die lachen sich hier tot. Okay, also, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht besser klappt oder so, aber auf jeden Fall ist schon mal, ich stream nämlich gerade über Leas Handy, mh, äh, 5 Euro von Benjamin, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, Benjamin. Was haben die jetzt dazu geschrieben? Was denn? Den bestellen in der Rochelle. Ach so, was habt ihr dazu geschrieben zum Bestellen im Hotel, Leute? Ich war ja gerade hier mit den Einstellungen beschäftigt. Kann man sich im Hotel Essen bestellen? Da kommt die Benachrichtigungen. Benjamin, ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist aber lieb. Das ist aber lieb von dir. Ja, ja, macht, also man kann sich Essen im Hotel bestellen. Ja, mit Zimmernummer angeben. Ja, geht das? Vielleicht rufen die dann hier an und dann muss man runter und das abholen. Ganz ehrlich, lass doch einfach machen, was sollen die denn machen? Ne, das geht nicht und dann schmeißen die uns raus, das kann. Aber ein bisschen unangenehm ist, weil die uns extra gefragt, ob wir noch Hunger haben wegen unten Essen. Ja, aber die, die kann ja nicht erwarten, dass wir hier im Hotel bei diesem Candlelight essen gehen für, keine Ahnung. Bestimmt voll teuer. Da waren auch tausend verschiedene Weingläser und so. Okay, dann lass uns einfach Pizza bestellen und die Raumnummern angeben, ne? Ja, ich suche nur was, wo Mindestbestellwert nicht bei 50 Euro liegt. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel, glaube ich, ne? Vier Sterne? Ja. Ja, viereinhalb sogar, sagt Lea. Schieß, das ist so fies. Such du dir was aus. Ich kann da Ihnen mal... Wer hat denn morgen frei, Leute? Morgen... Ist morgen Feiertag? Nur in NRW auf jeden Fall, ne? NRW ist Feiertag. Wer hat denn morgen alles frei? Keine Ahnung, wenn er frei hat. Und wer arbeiten muss, der schickt ein Minus rein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie eine Schule nach Halloween frei hatte. Oder? Auch hier wieder die Frage von Knight Rider, wie lange ich heute streame. Heute wird lange gestreamt. die komplette Nacht. Ihr könnt es euch gemütlich machen. Denn wir werden hier sehr viel Zeit verbringen in dem Hotel. Und ich werde die ganze Nacht durchstreamen. Also so zumindest nach Plan. Falls irgendwas nicht richtig klappen sollte mit Akku oder sonst was, was ich nicht glaube, dann natürlich nicht. Aber... Ganz kurz. Ne Pizza Small ist einfach hier 30 cm. Oha. Okay. Ich kann euch ja mal in der Zeit ein bisschen zeigen, währenddessen Lea guckt, was wir bestellen. Ich kann euch ja mal ein bisschen zeigen, was wir an Equipment mitgenommen haben, wenn ihr Bock habt. Ich hab schon. Hast du schon was ausgesucht? Ja, ich kann das nicht lesen. Okay, dann müsst ihr euch eine Sekunde gedulden. Dann zeige ich euch sofort das Equipment, was wir alles mit haben. Aber ich muss erst einmal... Ich hoffe, das klappt. Ich kann nur bis 20 Uhr, dann gehe ich zu Stefan und schreibt Benjamin. Eieiei, Benjamin. Das geht aber gar nicht. Das geht aber gar nicht. Nein, Spaß. Stefan ist, glaube ich, auch in einem Hotel, aber in einem Verlassenen, meine ich. Darf ich mir da was zu trinken zu bestellen? Vor 1,75 Euro? Wir haben hier nichts. Alles gut, ja, mach. Wir haben nichts mitgenommen, die Idioten, ne? Stimmt, wir haben nichts zu trinken mit. Bestellt Pizza, Leon. Ich habe keine Arbeit. Ich bin arbeitsunfähig. Ich habe immer frei. Oh, gute Besserung dann auf jeden Fall. Und ja, wir werden auf jeden Fall eine kleine Pizza bestellen, weil ansonsten hier gibt es auch nichts in der Nähe. Eine Pizza ist aber 30 cm link dran. Ja, alles gut. Wir sind hier tatsächlich auch irgendwo im Nirgendwo gefühlt. Leute, was für eine Pizza soll ich nehmen? Scheiße, ich bin überfordert. Nehme ich eine Hawaii? Jetzt kommen wieder, jetzt streiten sich die Geister, ob Ananas auf eine Pizza gehört. Alter, was ist das denn? Pizza Amerikaner mit äh, ähm, wo hast du noch mal? Pineapple. Pineapple ist Bier, ne? Was ist nochmal Pineapple? Was ist Pineapple? Was hast du jetzt? Ich verwechsel das immer. Ich mach dir jetzt extra nicht. Leute, was ist nochmal Pineapple? Äh, Ananas. Ananas, was ich gerade gesagt hab. Ja, aber ich, Pizza Amerikaner mit Pineapple und, und Zwiebeln, das find ich auch ein bisschen weird. Mhm. Ja, das ist schwierig, schwierig. Salami Pizza. Aha, Salami geht auch immer, aber irgendwie Bock auf was anderes. Margarita mit Knoblauch, auch nicht schlecht. Seit wann isst du Salami Pizza? es gibt Pizzadöner. Nimm doch. Meinst du? Nimm doch. Alter, Leute, es gibt hier so viele Pizzen, ne? Was ist das für eine Pizzeria? Die haben halt voll die komische Auswahl, irgendwie. Krass. Und dann noch 30 Zentimeter ist eine kleine Pizza, Leute. Eine kleine Pizza, 30 Zentimeter. Überlegt euch das mal. Ja. Ich hoffe, die schneiden die, Wenn ich muss, mal die essen wie einen Döner. Ich glaube, ich nehme eine Hawaii Pizza, damit kann man nichts falsch machen. Also ich liebe Hawaii Pizza. Für alle Leute, die kein, ähm, kein Ananas auf ihrer Pizza mögen, die können jetzt hier aus dem Chat raus. Nein, Spaß. Ähm, es gibt viele, die es nicht mögen, aber dann nehme ich auch eine Cola dazu, so. 26 Euro. Aber gut, anders, ähm, werden wir hier nicht an Essen kommen. Hallo, kann ich nochmal? So, Straße und Hausnummer. Weiß ich nicht. Ich gebe einfach, ähm, äh, den Namen des Hotels ein, okay? Hä? Ich gebe einfach den Namen des Hotels ein. Ja, bei Notizen und so musst du aber auch noch hinschreiben. Ja, alles gut, welcher Raum. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank für die Kanalmitgliedschaft, lieber Lost Places Adventures, beziehungsweise hat schon zwei Monate eine Mitgliedschaft. Kann ich den Stream morgen noch einmal schauen als Kanalmitglied? Du kannst auch, äh, du brauchst gar kein Kanalmitglied sein, du kannst den Stream so oder so, den werde ich im Nachhinein natürlich auch online lassen. Ähm, so. Hast du die Heizung angemacht? Äh, was ist noch mal unser Raum gemacht? Weiß ich nicht, geguckt. 400. Gib mal. Was steht, ach, das steht da drauf. 245. 245, okay. jetzt mal die Stadtheizung mal machen kann, das ist voll kalt, ey. Jo, wer macht die Heizung auf null? Oah. Die Scheiße. Ah. So, ich hoffe, das sollte reichen. Ah, ich muss auf jeden Fall noch meine Telefonnummer in diesen Plus 4,9 angeben. Okay, ich hoffe, das klappt, Leute. Ey, ohne Schett, wenn die Pizza hin und die angekommen. hingeschrieben? Ja, ich habe alles, ich habe alles gut, ich habe schon. Nicht vorlesen. Ja, mach ich nicht. Berkant hätte ich das zugetraut, dass der jetzt vorliest. Ich weiß nicht mal, wie das ausgesprochen wird, man. Okay, dann ist das gut. Okay, dann ist das gut. Pass auf dich auf, ich bin ein Medium, schreibt Malis. Okay, ich werde auf jeden Fall auf, also ich werde versuchen, auf mich aufzupassen, natürlich. Aber ist ja auch jetzt nicht so tatsächlich mittlerweile, dass ich das zum ersten Mal mache, sondern ich würde schon sagen, ich weiß zumindest mittlerweile, wie die Geräte alle funktionieren. Es ist natürlich bei sowas immer generell schwierig zu sagen, ob man Profi in sowas ist oder nicht. Da hatte ich ja schon mal mich auch in einem anderen Stream zu geäußert. Ich finde es immer ganz schwierig, bei so paranormalen Dingen zu sagen, ich bin da jetzt gut oder schlecht drin. Ich finde, man kann einfach sagen, man hat sich so und so lange damit auseinandergesetzt und man lernt halt immer dazu. So. Ich hoffe, jetzt klappt alles. Hab jetzt auch Pizza bestellt, schreibt Benjamin. So muss es sein. So muss es sein, Benjamin. Seht ihr euch das an, Leute. Okay, ich hoffe, das klappt. Ich mache mein Handy auf laut. Pizza ist bestellt. Sehr gut. Ich habe so einen Hunger, Leute. Ich habe so einen Hunger. Ach, jetzt doch. Ja, jetzt habe ich auch Hunger. Ach. Ja, jetzt habe ich auch Hunger. Jetzt, wo ich die Pizzen da mit durchgelesen habe. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Schwierige Frage. Ich habe, kann ich gar nicht sagen, welcher mein Lieblings ist. Ich habe gestern auf jeden Fall, ne, vorgestern haben wir einen guten geguckt. Der war gar nicht so schlecht. Wie hieß der? Halloween, Halloween Haunt oder so, glaube ich. Ja, ja, ja. Halloween Haunt. Der war echt nicht schlecht. Aber ansonsten Lieblings kann ich gar nicht so richtig sagen. Okay. Ich mache euch mal so ein bisschen. Oha, was mir gerade mal auffällt. Die haben tatsächlich ein Bild, höchstwahrscheinlich von dem Wald, der hier nebenan ist. Das soll auch wohl ein Wald sein, der ein bisschen bekannter ist. Und die anderen Bilder bilden dasselbe ab. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die hier hängen wegen dem Wald hier nebenan. Das war nämlich das Erstinteressante, was ich gesagt habe. Nämlich, dass hier dieser uralte Wald daneben ist. Boah, Leute, ich sehe es jetzt schon. Stellt mal vor, ich zeige das hier so. Und dann sieht man so eine Reflexion, irgendwie so ein Mädchen da stehen. Oha, da ist ein Mädchen. Da. Ich mache schon wieder lustige Sachen. Also, was ist das hier eigentlich? Was ist das denn? Habe ich mich gerade auch gefragt. Was ist das? So ein Foltergerät. Was ist das, Leute? Ist das mal wirklich? Ist das so ein Wäscheaufhängen oder so? Ich weiß wirklich nicht, was es ist, ne? Ich auch nicht. Kann man sich hier reinsetzen? Na, was ist das nicht? Ist vielleicht keine gute Idee, ne? Ja, glaube ich auch. Was ist das denn? Zum Schatten drauflegen oder so? Ein Koffer oder so? Keine Ahnung. Adventure, wir werden auf jeden Fall, also Adventure Bike, wir werden auf jeden Fall auch im Nachhinein den Stream analysieren. Definitiv. Für einen Koffer? Habe ich doch gesagt. Ein Koffer-Butler. Hä? Und ach, da legt man dann seinen Koffer drauf oder was? Ja, damit du dich nicht packen musst für den Blatt im Schrank räumen. Oje, Mini. Keine Ahnung. Okay, krass. Das ist mir zu luxuriös. Das kannte ich gar nicht. Aber egal. Wie auch immer. Ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Nämlich wollte ich euch zeigen, was wir alles so an Equipment mithaben. So, denn, ich habe hier mal wieder meine Tasche mitgebracht. Wir haben hier eigentlich schon das erste Interessante drin in dem Beutel. Nämlich, das habe ich mir tatsächlich am Wochenende neu geholt noch vorm Stream, weil ich es unbedingt haben wollte, bevor wir hier in diesem Hotel sind. Haben wir auch in letzter Zeit öfter mal auf solche Videos reagiert von. Nämlich, die gute alte Kinect-Kamera. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden die allerdings nur auch stationär benutzen. Das heißt, wir werden die irgendwo hinstellen, die dann über den Raum überblickt. Und dann gucken wir, ob sich da irgendwas raus ergibt. Ich bin kein Freund davon, mit der Kinect rumzulaufen, weil ich denke, dass dadurch, dass dann die ganze Bewegung im Bild ist, auch diese Punkte öfter mal irgendwo was erkennen können. Strukturen und so, wo vielleicht gar nichts ist. Also, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf auf die Kinect-Kamera. Ich lasse das mal direkt hier liegen. So. Dann haben wir natürlich noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben hier einen Thermometer. Wir können direkt mal die Temperatur messen. Ist kalt hier drin. Ist jetzt gerade 22 Grad. Können wir uns ja ungefähr, hast du Heizung angemacht? Ja, auf 5. Auf 5? Ja. Ach du Scheiße. Also, falls es hier drin wärmer wird, dann ist es normal. Falls es hier drin kälter wird, das wäre schon ein bisschen komisch. Dann haben wir natürlich das EMF-Gerät, was man, was wir direkt nutzen können. Bla, bla, bla. Sei natürlich immer dazu gesagt, wenn ich jetzt näher mit dem Handy komme, wird es ausschlagen, weil ich streame. Da kommen wir gar nicht drum rum. Solange das aber weit genug weg ist vom Handy, so wie jetzt, sollte es eigentlich kein Problem sein. Genauso wie meine Uhr. Falls das jemand ansprechen sollte, die Uhr, der Akku ist leer. Moment. Hier. Gippe, ich drücke drauf. Das ist eine gute Idee. Der Akku ist wirklich leer. Ich habe den nicht geladen, bevor wir losgefahren sind. Das heißt, von da kann halt auf jeden Fall auch nichts ausschlagen. So. Das heißt, EMF-Gerät. Natürlich die Spiritbox, wo es aber sein kann, dass wir die heute gar nicht gebrauchen können, da ich auch meinen Laptop mitgenommen habe, auf dem die richtigen Programme drauf sind, womit wir dann am Ende des Tages das Portal, was ich gleich noch zeige, benutzen können. Dann haben wir noch, das ist auch ein neues Teil in meinem Arsenal, das REM-Pod. Ich kann es jetzt einmal ausprobieren. Was ist das? Ich zeige es euch. Moment, Moment, Moment. Kannst du einmal filmen? Ja. Also Achtung. Oh, warte mal einen Moment, ich filme mich. Also Achtung, für alle Kopfhörer-User, das könnte jetzt sehr laut werden, weil dadurch, dass ich das anschalte, schlägt es direkt aus. Denn alles, was das Ding macht, ist zu schauen, ob irgendwas Lebendiges in die Nähe kommt. Das kann man ganz ausführlich erklären, mit allem drum und dran. Das hat mit den, mit so Signalwellen zu tun, die das Ding dauernd sendet und wenn es merkt, dass da irgendwas in die Nähe kommt, was halt, ja, ich schätze mal, wo klar ist, dass das irgendwie lebendig ist, dass da Blut durchfließt oder sonst was. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, könnt ihr euch aber im Internet alles durchlesen. Das ist eine sehr, sehr ausführliche Erklärung, aber eigentlich ein sehr genaues und akkurates Gerät. Dann, falls es passiert, dann passiert das. Wollte ich gerade sagen? Stopp, stopp, stopp. Mach das aus, mach das aus. Das können wir nicht benutzen hier. Wieso? Das können wir hier nicht benutzen. Wieso? Wenn für die anderen Gäste, das hat ja auch immer reingeschrieben, das ist doch voll komisch. Ja, aber es schlägt, wenn das einmal kurz ausschaltet, kann man es ja direkt ausschalten. Guck mal, deswegen, alles, was wir damit machen werden, ist folgendes, hier ist jetzt beispielsweise der Fernseher, wir machen dann so, ich stelle es hier hin. Okay, okay, mach aus, mach aus, mach aus. Ja, ja, alles gut, alles gut. Mach aus jetzt! Das macht die ganze Geräusche. Nein, 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 das hat jetzt nur kurze Geräusche gemacht, weil ich das angeschaltet habe. Das macht nicht die ganze Zeit Geräusche. Das ist ja das Spannende. Weil wir werden hier sowas mal rausgeschmissen, wegen dir. Meinst du echt? Ja. Boah, das wäre peinlich, ne? Das wäre richtig peinlich. Jetzt mach das mal bitte aus. Ich habe Angst, dass das ausschlägt. Das sollte eigentlich jetzt kein Geräusch machen, weil ich nicht in der Nähe bin. Jetzt passt auf, Leute, ich werde es jetzt ausschalten und jetzt wird es wieder ausschlagen, weil ich näher komme. Ja, mach aus, mach aus jetzt. Boah, das ist viel zu laut, ne? Okay, okay. Kann man das nicht langsam machen? Nein, nein, leider nicht. Also, das ist das REM-Pod. Eins meiner Lieblingsteile, aber halt auch schweine laut. Gut. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Wildkamera. Die werde ich wahrscheinlich im Badezimmer platzieren oder auf den Flur gerichtet. Vielleicht noch nicht im Eingang. Hä? Im Eingang. Ja, oder im Eingang, ja. Die wird halt automatisch aufnehmen, sobald irgendwas erkannt wird. Auch bei Nacht. Die funktioniert eben mit Infrarot. Lichtern und Sensoren und dementsprechend könnte das auch ganz spannend werden, das aufzustellen. Kann man natürlich erst im Nachhinein auswerten. Was haben wir noch? Dann haben wir natürlich noch das gute alte EVP. Das werde ich wahrscheinlich während der Sitzung einfach nebenbei mitlaufen lassen. Da werden wir auch erst im Nachhinein feststellen können. Was macht das? Das nimmt einfach nur auf. Das ist einfach nur eine Tonaufnahme. Ach so. Da müssen wir dann im Nachhinein das Ganze auswerten und uns mal anhören. Das werde ich dann alles zu Hause machen. Wir werden natürlich auch diesen Livestream hier im Nachhinein komplett analysieren. So, dann kommen wir zu den schon spannenderen Dingen. Hier sind nur Kabel drin. Das hier sind drei einfach nur Bewegungsmelder. Da dieser Raum hier statisch ist und sich nicht bewegen sollte, währenddessen wir pennen, werde ich die anschalten. Währenddessen wir schlafen und von uns weggerichtet. Das heißt, falls sie nachts angehen sollten, dann könnte man auch sagen, dass es auf jeden Fall etwas, was nicht zu erklären wäre. Mein Stream laggt etwas. Dürfte eigentlich nicht. Es laggt dabei euch allen. Okay, lagte kurzfristig. Alles klar. Wenn es jetzt wieder geht, dann ist alles gut. Okay, also drei Stück haben wir davon. Die werden wir komplett ums Bett herum verteilen. Und falls nachts das Licht angeht, dann wissen wir, okay, da ist vielleicht irgendetwas. Dann können wir auch direkt, deswegen, ich habe Lea schon vorgewarnt, die Nacht wird vielleicht nicht allzu angenehm. Weil wenn es, zum Beispiel, wir schlafen und wir merken, dass ein Licht angeht, dann werde ich halt auch wirklich direkt aufstehen mit dem EMF oder sonst irgendwas und versuchen, in die Kommunikation zu gehen. Das ist halt das Interessante. Es kann auch sein, das sollte klar sein, Leute, es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Also ich glaube, dass, ich denke mal um 6, 5, 6 Uhr oder so werden wir wahrscheinlich eh sehr wenige Zuschauer haben. Aber der Reiz dahinter ist ja auch, dass man schaut, was passiert, währenddessen wir schlafen. Und ich glaube, das könnte ganz cool werden. Okay, Doc Vapor schreibt, Streamler flüssig, das ist gut. Also genau, drei Dinge haben wir von denen. Dann haben wir noch die hier. Das hier ist mit meinem Logo drauf, wurde mir zugeschickt. Seht ihr das? Leon TV als Logo da die ganze Zeit drauf. Das ist eine Vollspektrum-Kamera. Und mit der soll man Sachen fotografieren oder aufzeichnen können, die mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar sind. Die funktioniert mit Infrarot, also die filmt eben im Infrarot-Bereich oder im ultravioletten Bereich, also in dem Bereich, wo wir mit unserem menschlichen Auge nichts sehen können, weil die Lichtwellen einfach über unser sichtbares Spektrum hinausgehen. Und man sagt eben, dass man Präsenzen hiermit aufnehmen kann. Und ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich habe auf jeden Fall diese Kamera und damit werden wir vielleicht auch mal nachts hier und da ein Foto machen und einfach mal das Foto dann auswerten zusammen. Genau, das ist die Vollspektrum-Kamera. Und das Herzstück meiner Meinung nach, weil ich das interessanteste Gerät finde, ist natürlich hier das Portal. Damit werden wir in die Kommunikation gehen und einfach mal so herausfinden, was es hier mit dem Ort auf sich hat. Das hoffe ich zumindest. Und das Spannende ist auch, weil wir das heute im Stream machen, könnt ihr natürlich mitspekulieren, falls da irgendwas rauskommt, ja, was das denn sein könnte. Also, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwas rauskommt und wie ich habe das und das verstanden, könnt ihr sagen, hey Leon, da kam aber das und das raus. Man hat das verstanden. Genau. Saturn, ja, ich meinte auch 5 und 6 Uhr morgens, also da wird der Stream, wenn alles nach Plan läuft, auch noch weiterlaufen. Komplett währenddessen wir schlafen. So, ich kann euch natürlich auch die Kinect-Kamera erst richtig zeigen, weil alles angeschlossen ist. Ich habe noch ein, zwei Kleinigkeiten dabei, aber die sind nicht erwähnenswert. Kerzen und so weiter, Ouija-Brett, aber das werden wir höchstwahrscheinlich nicht nutzen. Genau, an sich war es das auch schon. So, hier liegen alle Sachen. Ich bin echt hammer gespannt, wie es wird. Hammer, hammer, hammer gespannt. Und hoffe, dass wir hier wirklich ein paar Ergebnisse erzielen können. Das wäre richtig, richtig geil. Manchmal denke ich mir, boah, was war das? Aber dann ist das nur... Meine Kamera regt mich auf, die tritt mich voll auf. Dich regt das voll auf? Ja. Ich sehe das gar nicht. Ich kann mir auch gerne nochmal Bilder machen. Ja, passt schon, passt schon. Im allerschlimmsten Fall würden wir über mein Handy streamen. Wir haben hier halt auch, wir sind mit dem WLAN verbunden. Aber ich drehe die Kamera mal so. Ich komme mal neben mich. So. Warte, ich... Ah, ah! Habe ich dich eingeklemmt? Was? Was? Aber Hauptsache A sagen, ne? Das war so flex. Du kannst ruhig hier einen Stück da hinten gehen. Nein, da bin ich doch voll in der Mitte hier. Oh. So, alles gut. So, Leute. Ich tippe auf den Chat, ich kann das gar nicht lesen. Ja, normalerweise zeigt die App einem den Chat auch größer an, nämlich hier. Ich weiß nicht, warum das dein Handy nicht macht. Ähm... Ja, irgendwas funktioniert auf jeden Fall nicht ganz richtig. Aber da müssen wir den Chat in klein lesen. Ich sollte auch kein Problem sehen. oder du guckst auf dem Handy. Aber jetzt kennt ihr zumindest mal äh... erstens den Hintergrund des Videos, zweitens die Geschichte des Hotels und drittens wisst ihr jetzt, was wir an Equipment alles dabei haben. So, bevor wir aber jetzt natürlich mit irgendwas anfangen, entspannen uns erstmal ein bisschen, essen gleich was und ähm... dann sollte es eigentlich von der Uhrzeit auch ungefähr passen, dass wir so gegen 20, 21 Uhr können wir mal hier anfangen durchs Hotel ein bisschen zu laufen, können dann die ersten Geräte auspacken ähm... und auch ausprobieren. Nur, dass ihr so ein... nur Vorstellung habt, wie ihr Plan für den Abend ist. Noelle Hagen schreibt, ich hab Bock. Ich auch, glaub mir, ich hab richtig Bock. Äh... ich liebe es, aber Leon zuzugucken schreibt National Bust. Das freut mich sehr. Genauso wie es mich freut, dass Franziska Engel, äh... Mann ein neues Kanalmitglied ist. Vielen, vielen herzlichen Dank, Franziska und herzlich willkommen auf jeden Fall. So schnell kann ich das auch nicht lesen. Ja, ja, das ist wirklich ein bisschen schnell. So. Boah, Leute. Ich zieh mir mal die Schuhe aus. Ich bin nämlich hier noch mit meinen Sternenschuhen unterwegs. Ich muss mir schon mal ein bisschen gemütlich machen. Ähm... Ich weiß, was man auch direkt machen kann. Was ja mal ein bisschen creepy ist. Fertig gucken. Also nicht. Ne, aber das... Dieses weiße Rauschen am Fernseher. Man sagt ja, dass Geister über das weiße Rauschen auch kommunizieren sollen. So funktioniert ja auch die Spiritbox. Mach mal so einen Sender, welcher kein richtiger Sender ist. Ich kenn keinen Menschen, der das sucht, ehrlich. Oh, das ist... Es ist eh ein Holländisch, also wir verstehen nichts. Ne, das ist halt Radio. Darf ich mal? Wir haben das schon alles richtig eingestellt. Du wirst da nichts sehen. Nein, du musst 999. Guck. 999. Ja. Sehe ich, wie das klappt. Soll ich mal 666 machen? Wer macht? 666. Boah, jetzt kommt da sowas voll unheimlich. Nein, das ist der Höchste jetzt oder so. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Wir sind schon überfordert mit dem Fernseher hier. Aber hier ist auch alles niederländisch. Ja, warum steht so 1, 2, 3, 4, 5 und dann auf einmal 1921. Ah, guck mal, jetzt ist hier zum Beispiel kein Programm. Wie kommt man denn auch beim Fernseher auf dieses weiße Rauschen? Das haben nur die alten Fernseher gehabt. Ja, ist das so? Ja. Ist das so, dass das noch nicht... Ja, das auch nicht und tatsächlich dann auch kein Programm und keine Ahnung was da steht. Ja, okay, ja. Und es hat auch kein Rauschen. Ja, gibt es das nicht mehr, Leute? Könnt ihr jetzt mal reinschreiben, ob es das noch gibt? Ah, okay, Doreen fragt, ist das eine Genehmigung? Nein. Es ist so, dass dieses Hotel hier ganz normales Hotel ist, was in Betrieb ist. Es gibt aber viele Spukgeschichten hier rüber. Und deswegen haben wir uns was ausgesucht, die wir legal übernachten können. Ei, 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 SH, du bist wirklich... Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Spende für Pizza und alles rum und dran. Jetzt ist die Pizza auch drin. Ja, jetzt ist die Pizza auch drin. Ey, wirklich, es ist unglaublich SH. Danke, danke, wirklich danke, 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 danke. Das ist... Ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist... Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich danke dir. Das ist wirklich, wirklich sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Davon kann ich dem Pizzabutten direkt noch ein Euro Trinkgeld oder zwei oder drei von mitgeben. Von, danke dir. Habe ich... Ich habe kein Kleingeld mit. Scheiße. Ich habe kein Kleingeld mit. Hast kein Kleingeld mit? Lüste. Für Trinkgeld. Sehr gut. Guck nach. Warte. Müsste eigentlich... Ihr drin? Da vielleicht auch immer in der Tasche in meiner rechten. Muss gucken. Müsste ich eigentlich drin haben. Ich habe da auch noch einen Schein drin. Restgeld. Alter, wie viel Geld hast du denn in der Tasche? Das war Restgeld von Einkauf irgendwann mal. Das habe ich doch wieder gefunden. Alter, wie hat der hier... Die bunkert sich das Geld. Zwei Euro. Zwei Euro Trinkgeld ist doch gut. Junge, du hast hier einen Spani zusammen mit einem Kassenboggen mit dem zerknüttelten... Ja, ich weiß, weil ich immer mal nach der Arbeit bei Lidl oder so war und da hatten wir Besuch und dann habe ich das Rest geht einfach bei der Jacke gestoppt. Ich gucke mal, wie das aussieht, wenn man hierhin um die Lampen an macht. Ja. Wo? Wo ist der Tee? Wir haben hier keinen Tee. Ich weiß auch nicht, warum wir hier keinen Tee haben. Warum haben wir hier keinen Tee? Nee, das ist hier voll das... Eben, Hotel und wir haben hier keinen Tee. Bei mir ist das cool. Ist ehrlich so, ne? Voll schön. Komm mal. Also ganz ehrlich, ich fühle die Atmosphäre hier. Ich fühle die Atmosphäre. Ich muss echt sagen, das ist... Ich mag dieses Rustikale, ne? Dass das so ein bisschen... Guck mal, kannst du darüber... Ich liege doch mal lieber darüber, das ist doch viel besser. Sonst musst du immer so machen. Bin gehypt, schreit ein National Buster. Ich bin auch gehypt, auf jeden Fall. Boah, Leute, ich schwöre es euch. Ich glaube, ich war noch nie so gehypt für den Stream. Ich hätte auch... Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine kranke Aktion starten. Boah, nee, 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 nee. Das ist ja eklig. Machst du das nicht. Nein, nein, hallo. Es geht nicht darum, was für dich eklig ist, sondern... Ja, aber das blendet voll. Ich sehe gar nicht. Ja, aber sonst sind wir so dunkel. Boah, ey, ja, weil du... Du weißt, du bist dahinter am Handy. Ja, warte, dann mach ich so. Guck, so. Ja. Oh, so ist doch gut. Was, wir haben schon wieder eine Spende bekommen. Oder? Ja, du musst da gucken. Dann sieht man das. Hä? Das war von gerade? Keine Ahnung. War das von gerade, oder was? Ich sehe es nicht. Ah, tatsächlich. Gabriel hat donated. 1,12 Euro für den Frieden der Welt. Gabriel, ich danke dir. Und ich bin auf jeden Fall auch für den Frieden der Welt. Und Hashtag Community auch eine super... Guck mal. Läuft sich hier, der Hammer. Ja, ich danke euch. 3,02 Euro, Happy Halloween. Das wünsche ich euch allen natürlich auch. Ihr könnt hier mal reinschreiben, was ihr heute gemacht habt oder was euer Plan noch ist, falls ihr was anderes vorhabt, außer den Stream zu schauen. Hoffe ich natürlich nicht. Ich hoffe, dass ihr natürlich nur vorhabt, den Stream zu schauen. Aber ihr könnt hier mal raushauen, ob ihr heute irgendwas Besonderes gemacht habt oder so. Hat der Fernseher Internet, dann kannst du bei YouTube weißes Rauschen anmachen. Ja, das geht nicht so aus. Aber außerdem, ich glaube ja auch nicht, dass dieses weißes Rauschen auf YouTube dann... Es wäre ja dann so gesehen kein echtes in dem Sinne. Guck doch, der gibt's gar nicht. Ich kann mal hier drücken. Nee. Nee, aber leider lässt sich auch nicht viel einstellen. Heute nie mal... Satellit. Ja, du machst da gleich irgendwas kaputt, du kannst es nicht mal lesen. Ich mach schon im Fernseher gleich hier Schrott. Ich glaube aber, nee, ich glaube, Fernseher... Ich habe sogar eine Verlängerungssteckdose mitgenommen für die ganzen technischen Geräte, die wir mithaben, ey. Ich fühle mich wie ein Freak, ne? Mit der Riesentasche bin ich hier angekommen, ey. Ich finde hier generell wie so Penner angekommen. Ja, wir sind... Alle waren so richtig edel angezogen. Alle waren edel angezogen und ich komme da mit meinem Night Traveller T-Shirt und... Ja gut, das Night Traveller T-Shirt ist jetzt nicht das, was irgendwie... Ich meine, das sieht ja sogar relativ edel aus. Ah, Leute, ganz wichtig! Moment, jetzt muss ich es einmal ein bisschen besser visualisieren. Ganz wichtig, ich muss einmal ein bisschen Advertisement machen, denn heute im Shop gibt es 20% mit dem Code Halloween. Einfach nur Halloween eingeben im Shop. Mysteriesmerch.com ist in der Beschreibung drin. Wollte ich euch auf jeden Fall noch gesagt haben. Falls ihr euch jemals irgendwie überlegt habt, irgendwas im Shop zu kaufen oder es jetzt überlegt, könnt ihr das auf jeden Fall heute für 20% Rabatt machen. Also, kleine Empfehlung da meinerseits und natürlich auch an der Stelle ganz klar Werbung. Aber, ähm... Die sind wirklich zu empfehlen, die T-Shirts. Ach, ja, sind sie das? Ja, die sind wirklich gut. Ich muss mal wirklich sagen, dafür, dass die so bedroht sind, so finde ich die voll gut von der Qualität. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Qualität ist bei diesen normalen T-Shirts, weil ich habe ja diese Öko-Special-Dinger, die halt in der Produktion teurer sind bei Teespring. Ich weiß nicht, wie die anderen sind von der Qualität, weil da habe ich mir oft sagen, wenn das die qualitativ Mangel haben, also qualitativ Mangel haben... Ja, ja, genau, aber hier, ich meine, ich habe das jetzt auch schon länger. Das ist auch nicht so, wie soll ich sagen, so komisch. So, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das stimmt. So. Mach dir, äh, mach die Antenne raus. Ja, ich, äh, denke nicht, dass der Fernseher hier eine eigene Antenne hat. Äh, ich glaube, das ist alles über das Haus, über Satellit. Dann sind die generell so aus, als hätten wir ihn mitgebracht, weil er gar keinen richtigen Platz hat hier, ne? Mhm, ja. Ja, ähm, boah, aber mittlerweile, ich habe, äh, ich habe so richtig Bauchschmerzen fast schon funken, meine, das ist echt krass. Ich auch, und ich habe Kopfschmerzen, weil ich... Das ist richtig, und da steht auch dann rechts, wie viele KWs wir übertragen. Eigentlich müsste alles laufen. Mhm. Ähm, zu viele Leute gerade im Wi-Fi-Netz, das kann natürlich sein, ne? Aber ich sehe hier halt die Übertragungsrate, die stimmt eigentlich. Ähm, guck mal, direkt Hälfte der Zuschauer weg. Mhm. Geht wieder, geht wieder, okay. Das ist natürlich komisch. Jetzt geht's wieder, okay. Also ich habe da gar keinen Einfluss drauf, und meine App sagt mir auch, dass alles in Ordnung ist von der Performance. Das heißt, ist jetzt nicht so, dass wir schlechtes Internet haben. Wir sind mit dem WLAN verbunden, das funktioniert gut, das sendet die ganze Zeit genug Information. Die FPS-Anzahl ist auch korrekt. Also laut meiner App ist alles in Ordnung, deswegen kann ich euch nicht sagen, woran manchmal die Qualitätseinbußen liegen. Das könnte unter Umständen schon was Paranormales sein. Also zumindest eine Anomalie, weil normalerweise, wenn die Verbindung schlecht ist, zeigt mir die App das auch an. Keine Ahnung, ne? Ähm, können wir erst mal, können wir erst mal so festhalten. Schreibst du dir das alles auf, was nach und nach passiert? Ne, aber das sollte ich vielleicht machen. Ich hole mal einen Zettel. Das wollte ich gerade sagen. Das hat vielleicht mal ganz in den Trickern. Und zwar habe ich hier extra Zettel mitgebracht. Moment, wir wollen den Müll, da unten. So. So, und zwar kann ich mal der Restart... Ich schreibe es einfach mal als ersten Punkt auf, weil das, was dahinter steckt, ist natürlich immer noch mal eine andere Frage. Aber man kann sich ja zumindest schon mal festhalten, dass zumindest der Stream ruckelt, obwohl die Verbindung gut ist. Teilweise. Sollen wir uns auch immer, wenn die Sachen passieren, Uhrzeiten dazuschreiben, ja, ne? Mhm. Also 19 Uhr habe ich jetzt mal dazu geschrieben. Hier, das ist der heilige Zettel. Da kommt alles drauf, was wir heute feststellen werden. Ähm, selbst wenn der Pizzabote kommt und sich falsch ausdrückt, dann kommt das da drauf, ja. Was? Oder den falschen, den Raum nicht findet. Ich habe voll Angst irgendwie, dass da was schief läuft, ne? Hast du bezahlt schon? Ich habe schon bezahlt, ja. Oh Gott. Aber ich habe ja auch meine Nummer hinterlegt. Also wenn was passiert, dann sollte der einfach anrufen. Oder soll ich mal da anrufen und nachfragen, ob das okay ist mit dem Dingens? Nein, was soll... Hä? Was sollen die denn jetzt sagen? Nee, wir kommen nicht. Ja. Hätten die ja schon angerufen. Guck mal, deine Bestellung wird bald eintreten, steht hier. Ja. Aber wir hätten vielleicht die unten anrufen müssen und sagen, wenn eine Bestellung kommt, ist die für uns. Das hätten wir vielleicht sagen sollen, oder? Ist nicht ein bisschen komisch? Vielleicht hätten wir ja auch anrufen können. Nicht, dass die dann weiß, wer... Ach, die war scheiß drauf. Egal, wir machen uns schon wieder zu... Weiß sie doch sowieso. Wir machen uns schon wieder zu viele Gedanken. Er wird doch wahrscheinlich fragen, wo ist Zimmer 400 irgendwas, weil das ist nicht wo wir sind. Leute, übrigens eine Kleinigkeit, die ich auch unheimlich finde, ne? Ist nur eine Kleinigkeit. Aber, Moment, ich drehe einmal die Kamera. Der Spiegel. Der Spiegel. Vor allem, weil der so groß ist, ne? Ja, der ist halt auch so richtig riesig. Das stimmt. Kein Kabel zu sehen hinterm Fernseher. Doch, doch, da ist ein Kabel. Was ist das? Presswurst, Wienerwurst... Was? Kranker Typ. Lea, das Kissen hat sich gerade bewegt. Pyro, ich kenne deine Aussagen und ich weiß, dass deine Aussagen nicht stimmen. Ähm, ich finde auch den Vorhang gruselig. Der ist auch mal aufgefallen. Ich würde generell sagen, vielleicht auch einmal an die Mods. Ähm, ich weiß gerade gar nicht. Moment, ich muss einmal nachfragen, wer jetzt alles an Mods da ist. Ähm... Siehst du doch im Chat, oder nicht? Ja, aber ich weiß jetzt... Ich weiß nicht, ob die App das richtig anzeigt. Vielleicht... Oder generell, falls ihr Mods gerade zuhört, ähm, dann wäre es sehr, sehr korrekt. Und wenn wir das auch einmal ganz klar als Ansage machen, ist ja alles schön und gut, wenn man, ähm, wenn man meint, ähm, lustig zu sein und zu sagen, da hat sich was bewegt, da ist irgendwas. Ich würde aber heute sagen, dass wir der Sache ernst auf den Grund gehen und deswegen Leute, die, ähm, die sowas schreiben, dass irgendwo was ist, dass irgendwo was war und das halt nicht real ist, also das nicht ernst meinen, sondern nur zum Spaß reinschreiben, bitte die Leute timeouten. Und wenn das wiederholt passiert, ähm, ähm, äh, ruhig erstmal bannen. Weil, ähm, also das sage ich jetzt ganz klar, macht das bitte nicht, weil wir halt wirklich teilweise dann Spuren nachgehen von euch, wenn ihr was seht, wenn das ernst gemeint ist und deswegen, das könnte ansonsten echt Zeitverschwendung sein, wenn jetzt jeder hier reinschreibt, yo, da hinten, da habe ich was gesehen und das ist einfach nur, das ist nicht echt, also das war Spaß oder so. Ähm, deswegen, das sollte klar sein heute Abend, ähm, dass das nicht erlaubt ist im Chat, falls ihr, also zum Spaß irgendwo sagen, da ist irgendwas oder so, ist heute nicht erlaubt, äh, deswegen, ja, aber muss man, ich muss man klar sagen, wirklich, weil sonst, sonst ist der Chat nachher voll damit. Schau mal bitte hinter den Spiegel, also erstmal, also erstmal danke ich dir für die 5 Euro, was soll man denn, der ist so riesig, ey. Der hängt auch fest, ne? Ich hab voll Angst, der dringt, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, ich hab Angst, dass der abfällt. Ja, ich hab auch Angst, dass der abfällt. Nein, mach das lieber nicht. Oh, ich hab voll Angst. Ja, da ist nichts hinter dem Spiegel. Jetzt kannst du gucken. Oh. Da ist nichts. Nein, nein, da ist nur eine weiße Wand hinter dem. Aber ich danke, also danke für die Spende, aber wir können den Spiegel jetzt sehr schlecht abnehmen, der ist zu riesig. Ich hab Angst, weil der oben festhängt, hab ich Angst, wenn wir das so kippen, dass der runterfällt. Ja, ja, dass der dann runterfällt. Das können wir nicht bringen. Bei mir gibt es Bratnudeln und Hähnchen. Hört sich auch sehr lecker an, auf jeden Fall. Werdet ihr auch durch die Gänge gehen? Ja, das machen wir auf jeden Fall auch später. Ist die Puppe auch mit? Nein, die Puppe ist nicht mit, aber auch nur aus dem Grund. Also nicht aus nur dem Grund, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass wir gar nicht wissen, ob irgendwas mit der Puppe verflucht ist. Und selbst wenn es so wäre, würde es ja keinen Sinn machen, dich hierhin mitzubringen, weil wir hier ja herausfinden wollen, was hier ist. Und also dann würde es ja keinen Sinn machen, eine verflugte Puppe mitzubringen, wo man dann vielleicht Antworten von der Puppe bekommt oder was auch immer mit dieser Puppe zusammenhängt. Das wäre ja dann total, wie sagt man, verfälschte Ergebnisse, das sage ich mal so. Und deswegen macht es keinen Sinn, eine Puppe mitzunehmen. Die Spiegel an der Wand, ähm, du spiegelst dich etwas an der Wand hinter dir, es sieht etwas creepy aus. Was? Wo spiegelt man sich? Ich spiegle mich doch gar nicht. Nee. Nee, ne? Nö. Oder? Ich hab's übersehen. Na, egal. Egal. Achso, genau, ich wollte nachgucken, Moment. Eine Sache wollte ich nachgucken. Ich dachte schon. Was wollte ich denn nochmal am Handy, dachte ich gerade. Ähm, auch nochmal die Frage, wie lange wir heute streamen. Heute geht der Stream sehr lange, denn wir werden, wenn alles nach Plan läuft, komplett die ganze Nacht durch streamen, auch währenddessen wir schlafen. Hatten so ein Hotel WLAN die ganze Zeit immer? Naja, hat die ganze Zeit. Okay. Genau. Das ist super. Ja, alles gut. Schon gut. Ähm, also auch nochmal, ähm, also nochmal auch für die Leute, die jetzt dazu gekommen sind, jetzt sind wir ein paar mehr Zuschauer als gerade. Heute ist es nicht erlaubt, zum Spaß irgendwie reinzuschreiben, da hinten haben wir irgendwas gesehen, da war was oder sonst was. Falls ihr wirklich was gesehen habt, könnt ihr das gerne machen, aber falls da ihr das zum Spaß schreibt und das deutlich wird, dass es zum Spaß war, dann werdet ihr getimeoutet oder, falls das wiederholt vorkommt, gebannt, weil wir eben, ja, wir wollen wirklich nur richtigen Hinweisen nachgehen. Äh, nur, dass das klar ist. Also, genau, äh, merkt ihr gerade, die Zeit zur Auswertung kann an der Kamera liegen, aber an Lea war gerade oder, ähm, leichter Schatten, der sich ab und an bewegt. Ein Schatten, der sich ab und an bewegt? Ja, das wird wahrscheinlich, ja, ja. Hier. Ja, das ist wegen der Kamera. Ja, ja, das ist wegen der Kamera. Die ist kaputt. Die, äh, reflektiert manchmal so ein bisschen Licht. Ja, deswegen ist das auch hier so hell. Falls wir im Hotel auch später rumlaufen und generell, dann werde ich die andere Kamera wieder einschalten, also die Kamera, die in die andere Richtung ist, ähm, einfach weil, also die ist nicht ange-, also die ist nicht kaputt, wie die hier. Die sollte nicht kaputt sein. Ne, ist die auch nicht, da ist kein Riss oder so drin, ähm, von daher, wenn der Fizzabote kommt, erschrecken wir uns vor der klopfenden Tür, ich glaube auch, ich glaube auch, ey. Ja, das wird gut. Äh, boah, wir haben übrigens nur drei Dislikes auf diesem Video, was bei einem paranormalen Thema, finde ich, was sehr Besonderes ist, weil normalerweise streiten sich... Wir haben auch noch nicht angefangen. Ja, wir haben auch noch nicht angefangen, stimmt. Normalerweise streiten sich da immer die Geister und es gibt hier Meinung und da und Fake und alles drum und dran. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall sehr drüber und natürlich, falls euch das Stream gefällt... Ich kann das gar nicht lesen. ...und ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Ich verstehe nicht, wie du dort lesen kannst, ne? Aber wenn ich näher komme, dann blendet mich die Lampe. Ne, ich kann das lesen. Ne, äh. Ich kann das lesen, ganz gut. Aber ich verstehe nicht, warum dein Handy den Chat nicht hierüber anzeigt, weil dann könnte man... Weiß ich nicht. Ich weiß generell nicht, warum wir über mein Handy streamen. Das war scheiße, die Kamera ist scheiße. Ja, das Ding ist, warum wir über Leas Handy streamen, ist eigentlich einfach beantwortet. Ihr kennt ja mein Problem. Mein Internet läuft am, ich glaube, 9. oder so ab. Und ich habe ja immer schon gesagt, wenn es jetzt das nächste Mal abläuft, dann hole ich mir einen neuen Internetanbieter, weil ja mein Internet nicht so gut ist. Und das merkt man auch perfekt daran, dass ich hier in den Niederlanden nur 3G habe. Überall, egal wo ich bin. Also es ist wie gedrosselt. Und deswegen, falls wir halt vom WLAN disconnected werden oder rumlaufen oder so, habe ich gesagt, müssen wir mit Leas Handy filmen, weil mit meinem Handy ist die Gefahr zu groß, dass, wenn wir nicht gekoppelt sind mit dem WLAN, direkt alles weg ist. Also kein Internet mehr. Ja, stimmt. Deswegen streamen wir mit Leas Handy. Eine Seele wiegt 21 Gramm, wurde von Wissenschaftler geprüft. Mister, dann schickt mir doch gerne mal privat, welcher Wissenschaftler das geprüft hat. Also das habe ich bisher auch noch nicht gehört, ehrlicherweise. Wenn der Pizzabote kommt, Geld unter der Tür herschieben. Ich weiß nicht, ob die wird ins Zimmer kommen. Die wird uns doch locker unten anrufen, oder nicht? Kann sein, ne? Die Tür macht jetzt schon Geräusche. Wer ist dein Anbieter? Ich habe Aldi. Deswegen Aldi ist halt Aldi. Jetzt ist tatsächlich schlechtere Verbindung. Hier ist was, siehst du? Die Tür hat auch geknackt. Die Tür hat ein bisschen geknackt. Aber das wird wahrscheinlich irgendein Fenster oder eine andere Tür gewesen sein. Das ist hier alles halt so, wie sagt man? Und so hellhörig, sagt man das so? Ja, es ist sehr... Also man hört hier Stellsachen. Die Tür sind halt auch sehr dünn. Ich glaube, die sind auch alt. Mhm. Die Tür. Zum Beispiel sehen die so aus von den Raben und so. Oh, das ist aber ein liebes Kommentar hier von Jasmin. Sie sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl. Übrigens Happy Halloween. Und ich gucke deine Videos sehr gerne. Echt gruselig. Jasmin, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass dir die Videos und der Stream hier so gefällt. Und ich wünsche dir auf jeden Fall auch ein wunderbares Halloween. Und hoffe, dass ich dir den Abend oder besser gesagt die Nacht, ja, dir gute Unterhaltung bieten kann. Benjamin, was gibt es für Geschichten über das Hotel? Das habe ich dir am Anfang erzählt. Eigentlich drei Stück. Das erste Interessante ist, dass hier direkt ein uralter Wald direkt daneben ist. Das ist relativ abgelegen, das Hotel. Das zweite ist, dass der ehemalige Hotelbesitzer, der sehr alt geworden oder sehr alt war, hier angeblich noch über dieses Hotel wachen soll. Und auch im ersten OG beispielsweise noch auf einem Stuhl sitzen soll, um über die Flure zu wachen. Und das dritte und interessanteste ist, dass hier damals ein Mädchen getötet worden ist, die eben, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs hier umgekommen ist. Und die soll eben dieses Hotel heimsuchen. Und es gab beispielsweise in den 80ern oder während, also vor etwa zehn Jahren, öfter so Phasen, wo Menschen hier ausgecheckt sind deswegen, weil sie was gesehen haben, weil sie was erlebt haben. Oder weil sie behaupten, dass weiße Mädchen, oder das, ich sag mal, wegen der weißen Frau, sage ich das die ganze Zeit. Aber es ist kein weißes, ich weiß nicht, ob es ein weißes oder schwarzes ist. Es war auf jeden Fall, ja wirklich, ich sag das die ganze Zeit nur, weil ich diese weiße Frau damit verwechsel. Aber es ist auf jeden Fall einfach nur ein Mädchen gewesen. Keine Ahnung, wie alt sie war. Keine Ahnung, welche Hotfarbe sie hatte. Sie war wohl aus Belgien und sie ist ja ermordet worden. Und Menschen berichten eben, dass sie sie gesehen haben. Und es gibt auch tatsächlich einen Raum, also man ist sich nicht ganz sicher, ob das generell hier in dem Hotel ist oder nur in einem Raum, aber wenn in einem Raum, dann könnte das ein Raum sein, wo wir gleich auch noch hingehen werden, nämlich 401 war das, meine ich. Aber es gibt doch kein 401. Oder? Das geht nur bis 300. Warte mal. Oder irgendwie unter der Treppe oder so, meinte der Robbe. Der meinte, das ist irgendwie ein bisschen weird. Ich frage den noch mal, den Robbe. Warte mal. Ich habe ein bisschen Angst um unsere Pizza, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß, ob die überhaupt kommt. Natürlich kommt die Pizza. In einer Viertelstunde steht da dies unter alle dies da. Das Bett hinter Leon ist unordentlich. Bitte mal glattstreicheln, sonst sieht man Aktivität nicht. Ey, eine Sache hätten wir wirklich noch holen können, aber das hätte man nicht bringen können hier im Hotel. Im Lost Place kann man sowas bringen, aber Mehl. Wenn du dann Mehl auf den Boden schriffst. Ja, hier ist Teppich. Hier ist Teppich. Wäre eh nicht gegangen, wäre eh nicht gegangen. Aber vielleicht im Badezimmer sonst. Aber es wäre auch gut, Assi das im Hotel zu machen. Das muss die Putzfrau am Ende reinigen. Und das hätte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können. Glaubst du, die Geschichte mit der weißen Frau stimmt? Ich meine, irgendwas hat es ja. Du meinst mit dem Mädchen. Jetzt verwechselt ihr das ja auch schon mit der weißen Frau. Eine weiße Frau gibt es hier nicht. Es gibt hier nur die Geschichte über das Mädchen, was hier ermordet worden ist. SH ist jetzt Kanalmitglied. Oha, SH war noch kein Kanalmitglied. Ah ne, sieben Monate, ich wollte schon sagen. Das Mädchen war 18 Jahre alt. Guck mal, da haben wir die Info. Das Mädchen war 18 Jahre alt. Also es war kein kleines Mädchen mehr. Es war eine junge Frau. Eine junge Frau. Eine junge Frau. Und Robbe schreibt mir auch gerade, dass wenn wir in den Speisesaal gehen, dass da auch noch viele alte Bilder von dem Hotel hängen. Und allein, als wir reingekommen sind, sieht man auch, dass das Hotel, also das Hotel brüstet sich damit auch, dass das eine langjährige Vergangenheit hat. Das gibt es schon sehr lange, das Hotel. Können wir gleich auch gucken. Moment, er schreibt gerade, der Robbe. Ich habe ihn nochmal gefragt. Also es ist 401 der Raum, aber der ist halt ein bisschen komisch, weil es gibt keinen vierten Stock. Und deswegen erzählt man sich, dass es da in diesem Raum irgendwas komisches ist. Eins der Bilder. Eins der Bilder zeigt das Hotel 1897, also als es eröffnet wurde. Und auf diesem Bild soll man ganz, ganz rechts diesen Raum sehen. Auf dem obersten Stockwerk. Und das ist dieser Raum. Es kann sogar sein, dass man jetzt gar nicht mehr zu diesem Raum hinkommt. Boah, ich bin so gespannt, gleich hier durchzulaufen und das mal zu erforschen. Ich muss mir einfach das Bild gleich mal angucken. Aber das können wir ja nicht mit Dings, ne? Mit Gimbal? Ja, oder halt, man fragt wirklich nach, ob das in Ordnung ist. Ja, aber das macht keinen Sinn. Nein, das macht voll keinen Sinn. Ja, wir müssen uns ein bisschen, wir müssen uns ein bisschen bedeckt halten. Aber da waren noch Kameras, ich hab das voll gesehen. Ja, aber wir... Die haben da Riesenbildschirm mit Kameras von den ganzen Fluren. Also es wird sowieso auffällig, ne? Die haben da so Riesenbildschirm und die hat da auch immer hingeguckt. Deswegen ist mir das aufgefallen. Zu den Kameras. Ja, ja. Die waren oben, über uns. Mhm, mhm. Ja, wenn wir hier das Hotel erkunden, dann müssen wir uns halt ein bisschen vielleicht hältst du es da ein bisschen näher bei dir und filmst nicht so. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich dann ein bisschen komisch. Ich meine, sie wird ja jetzt nicht die ganze Zeit an der Rezeption sitzen und die Kameras überprüfen, oder? Natürlich sitzt sie an der Rezeption. Wo sonst? Ja, aber ich meine, die Kameras überprüfen die ganze Zeit. Keine Ahnung. Denn sie guckt da halt drauf. Mhm, ja. Also, nicht die ganze Zeit wahrscheinlich, aber schon ab und zu. Wie ist die Atmosphäre bei euch? Ich muss sagen, gerade ganz entspannt. Ich finde es hier gemütlich. Ich finde es hier wirklich auch gemütlich, aber man merkt, also ich finde, es hat halt diese alte Ambiente, ne? Das kann, wenn ich jetzt alleine hier wäre, dann wäre mir wahrscheinlich schon ein bisschen unbehagen, weil ich halt diese alte, dieses alte, das, finde ich, hat immer so ein bisschen spooky, spookiges Feeling, ne? Ja gut, aber würdest du jetzt hier einfach nur schlafen ohne die ganzen Hintergründe haben, würdest du es nicht positiv finden, oder? Kein Mensch kontrolliert Überwachungskameras. Ja, glaube ich nämlich auch nicht, dass da die ganze Zeit jemand draufglotzt. Ja. Wir sind da ja einfach nicht so auffällig und gut ist. Ja, genau. Wir verhalten uns nicht allzu auffällig, wir verhalten uns relativ ruhig und dann passt das schon. Dann guckst du die, dann guckst du ja. Ja, nee, nee, mich interessiert, ähm, mich interessieren diese Schrankfächer und so. Ob hier noch irgendwas drin ist, oder? Eine Bibel habe ich gefunden. Jo, Tatsache. Also wir haben schon mal das erste Interessante gefunden, nämlich eine Bibel. Das Neue Testament. Wir können ja einfach mal... Lest mal einen Psalm vor. Einen Psalm? Soll ich einen Psalm vorlesen, Leute? Gucken wir mal rein. Ich kann ja mal, ähm, so ein bisschen wie, ähm, wie die Tarotkarten, die man legt. Ich werde einfach jetzt mal überlegen, welche Seite mir am meisten zusagt und da den ersten Psalm auf dieser Seite lesen. Und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Du gehst mit der Finger lang, schlägst auf und, äh, das ist, was du siehst, was dir das Auge kommt. Ist gut drauf? Ach, scheiße, wir haben ein Problem. Das ist in Niederländisch. Nein. Dann ist weiter hinten auf Deutsch oder so. Äh, auf Englisch. Auf Englisch, okay. Englisch, ich darf schon. Ah doch, hier ist sogar. Ich habe das doch verstanden, was ich gelesen habe. Okay, ich habe hier, das erste habe ich jetzt hier. Ähm, also. Der ist doch Deutsch. Der unbegreifliche Rückfall der Gemeinde. Psalm 3 anscheinend. Ach, du Scheiße. Das wollte ich schwören. No joke. No joke. Ihr unvernünftiger Galater, welcher Dämon hat euch um den Verstand gebracht? Habe ich euch nicht Jesus Christus, den Gekreuzigten, in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt? Ich möchte euch nur eines fragen. Hat Gott euch seinen Geist gegeben, weil ihr das Gesetz befolgt habt oder weil ihr die Botschaft gehört und angenommen habt, dass es vor Gott auf dem vertrauenden Glauben ankommt? Warum begreift ihr denn nicht, dass der Geist Gottes in euch angefangen hat? Das wollt ihr jetzt aus eigener Kraft das Ende führen? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles vergeblich? Es kann nicht vergeblich gewesen sein. Pünktchen, Pünktchen, sag ich jetzt mal. Aber irgendwie krass, dass der erste Satz, der erste Satz, nee, der zweite, der erste ist ihr unvernünftigen Galater, der zweite Satz, die hängt irgendwas mit Dämonen, ist. Ich weiß nicht, dass wir hier sind, dass wir doch an Gott glauben und dumm sind, dass wir überhaupt hier sind. Meinst du, dass soll das aussagen? Ja, schade. Warte mal auf, Leute. Kann man das als zweiten Punkt aufschreiben? Nee, ne? Nee, ne? Okay. Das ist schon wieder so überinterpretiert. Guck mal, ich wäre jetzt alleine gewesen, hätte das als zweiten Punkt aufgeschrieben und leer. Aber ist halt so, das ist nichts Besonderes, glaube ich. Und Moment, wir haben wieder ein neues Mitglied bekommen, nämlich Kiki Jojo. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sogar Stufe 3. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Sehr, sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Und Kiki, du hast genau noch viereinhalb Stunden, um mir eine E-Mail mit deiner Kanalmitgliedschaft zu schicken. Und dann nimmst du automatisch für den Oktober an der Verlosung für ein T-Shirt teil und könntest ein T-Shirt kostenlos aus dem Shop gewinnen. Nämlich zum Beispiel das hier. Nämlich alle Kanalmitglieder ab Stufe 3 können immer an der monatlichen Verlosung teilnehmen. Musst mir nur einen Screenshot mit deiner Kanalmitgliedschaft schicken. Link ist alles in der Beschreibung zum Shop und zu meiner E-Mail-Adresse. Genau. Und für alle anderen 20% mit dem Code Halloween auf Merchandise. Mein Merchandise. Merchandise. So. Wenn der Pizza-Typ jetzt gehört hat, geht er wieder. Ich hoffe nicht, dass er abhaut. Er macht ein Dämon. Deine Lebensgefährte ist auch hübsch. Ja, das ist mir natürlich bewusst, sonst wäre ich nicht mit ihr zusammen. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, wo die Pizza bleibt. So langsam kriege ich Hunger. Ja, ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, die verkacken lassen. Meinst du echt? Soll ich mal durchrufen? Nein, 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 nein. Warum willst du da anrufen? Warum nicht? Guck mal, was da steht. Da steht jetzt schon seit 10 Minuten deine Bestellung wird bald ein. Da steht jetzt schon 20 Minuten. Ja, guck. Ja, weiß ich nicht. Warum willst du die anrufen? Die kommt doch, die haben es doch bestätigt. Da kommen die auch. Wir warten jetzt noch bis halb und wenn bis halb nichts passiert ist, dann rufe ich da mal an. Im Bauchknoll. Dann rufe ich da mal an. Hab meine schon ewig. Oha, Benjamin. Ich bin eifersüchtig. Schon weg. Das ist die schon aufgegessen. Schon weg. Warte mal, ich lege mal hier kurz die Sachen an die Seite. Hier brauchen wir nix mehr, ne? Was ist das? Was ist das? Also bis 22 Uhr wäre hier noch ein Dinner gewesen. Kann man denn hier gucken, wie teuer das Dinner ist? Das interessiert mich auch. Ist alles auf Niederländisch, ne? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab die ganze Karte durchforstet, hab nichts dazu gefunden. Da stand nur überall Casino, Casino, Casino. Was? Hier ist irgendwie ein Gutschein. Och, ne, na? Dein Ernst? Ich dachte, du liest das alles. Weiß nicht. Aber tatsächlich, die haben hier einmal auch tatsächlich, ich kann das jetzt nicht zeigen. Ich kann's jetzt leider nicht zeigen, weil da ist halt überall das Logo von dem Hotel hier drauf. Aber die schildern das hier wirklich mit diesem Wald, der hier direkt daneben, also das ist so das Spannendste hier. Das ist ein altes Hotel, neben diesem uralten Wald ist. Wo sind wir? Weiß nicht. Versteh ich schon wieder nicht. Ja. Versteh die Karte nicht mehr. Ja, und hier ist auch der Wald ausgeschildert, beschrieben. und hier steht's auch, dass es hier 1897 eröffnet wurde. Krass. Du kannst nicht irgendwie nur das sehen. Ja. Ich möchte dir mal diesen Raum zeigen, wo man ist, weil der sieht halt so voll alt aus, aber ich finde der irgendwie voll so schön elegant und so. Ja, ja. Die machen's halb kaputt. Also ich zeige euch das einmal und zwar, Moment, das hier ist der Speisesaal, nur um euch einmal zu zeigen, wie der aussieht. Der ist sehr groß und überall Kerzen. Ja, ja. Das sieht hier richtig, richtig rustikal aus, Leute. Also das ist echt krass. Das ist echt krass. Ich glaube, die haben aber auch viele alte Möbel. Also auch diese Sofa, die waren auch schon älter. Mhm. Das sieht schöner aus. Ja, das stimmt. Aber ich bin auch echt ein Fan von sowas. Wenn das so, ich meine, man weiß ja, dass das Hotel alt ist und deswegen, wenn man dann so diesen alten Stil beibehält, bin ich ein großer Fan von, weil in Deutschland machen wir es oft so, irgendwas hat schon eine voll lange Historie und ist voll alt und dann, am besten alles renovieren, abreißen und alles drum und dran. Alles muss modern und neu sein. Finde ich muss gar nicht. Ich finde manchmal, gerade hat es viel mehr Stil, wenn etwas so diesen alten Look beibehält. Man kann es ja auch renovieren. Das hier ist ja auch renoviert worden. Zig Male wahrscheinlich über die Jahre. Aber trotzdem hat es diesen alten Stil beibehalten und das finde ich sehr, sehr gut. Die von der Rezeption hatten auch Hunger. Das will ich nicht hoffen, Steffen. Das will ich nicht hoffen. Aber ich fand das auch schon so krass, dass die von der Rezeption auch so typisch wie früher gekleidet war. Die war gekleidet wie früher. Ja, so weiße Blouse und so schwarzen Rock und so. Die war auch voll höflich. Ja, mega. Wichtig, mega. Die hat auch so, weil ja, man hat ja auch Englisch mit der gesprochen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in so in Amerika. so, and would you like to have breakfast or, you know. Die war echt mega freundlich. Ja. Und ich hätte eigentlich sagen sollen, no thank you, we're just here for Ghostbusters. Die hat uns gar nicht jetzt reingelassen. Wie viel kostet Frühstück? Stand das irgendwo? Ne, wir können aber gleich nochmal fragen. Ich möchte schon Frühstück haben, ne. Für mich ist ein voller Gefahren. Aber ich finde es immer komisch, wenn man dann fragt, wie teuer ist Frühstück und dann ja, ich weiß. Dann doch nicht nimm. Dann doch nicht nimm. Was steht das denn irgendwo? Ich guck mal nach. Warte mal. Ich hab echt schon Hunger. Oder wir halten mal bei Sawyer oder so. Ja, morgen, morgen. Du sprichst aber jetzt auch gerade aus dir, weil du jetzt gerade gehst. Ne, aber ich genau weiß, dass ich morgens Hunger habe, wenn ich aufstehe. Natürlich stehen ja keine Preise. Perfekt. Ja, warum? Als ich schon alle Leute gesehen habe, die da drin, da hat keiner nur Cola getrunken, die haben alle Wein getrunken. Ja, ja. So ein Ding ist das. Ich schwör's dir. Ich sag euch so, bis es ist, wir holen da gleich ja, ja, we want that breakfast und nachher müssen wir da 300 Euro extra für breakfast zahlen. Aber es sah wirklich, es sah sehr edel aus. Ich hab dir gerade das Bild gesehen. Pizzabote findet den Weg, ne, ich boah, hör auf. Jetzt macht ihr mir Angst. Ich bin ganz, seht ihr, ja, ich bin... Ich hab abgeschlossen. Nicht, dass du's nicht aufkriegst. Boah, voll weg. Mach das doch mal. Boah, die ganze Tür quietscht schon. Ja, du pass auf, ne, macht das einmal Platz, das einmal um. Wenn der Pizzabote vielleicht kommt, du reißt das Ding da ab, ne. Diese Sperre, genau. Das wäre voll unangenehm. So. Keine Ahnung, ruft man jetzt schon an? Ruft man jetzt an? Leute, sollen wir anrufen? Ich hab auch Angst zu stressen. Ja, ich möchte auch nie stressen. Ist das, ist das, ähm, ist das, äh, penetrant, wenn wir da jetzt anrufen? Ganz ehrlich, wenn wir bei unserer Lieblingsfizzerie bestellen, warten wir auch teilweise anderthalb Stunden oder so. Mhm. Oder länger. Ach, manchmal ist das so. Aber das steht ja auch nicht wieder. Das steht jetzt halt schon seit, ähm, 20 Minuten, seit mehr als 20 Minuten, dass das jetzt jeden Moment geliefert wird. Ich hab wirklich eine Banane als Alter. Ey, das muss ich jetzt zeigen. Ja, ja, wir haben Banane bei. Ich schwör's euch. Du hättest jetzt nicht die Banane. Nee, nee, aber ich fand's gerade mega witzig, dass er das einfach reinschreibt. Ich hab, ich schwör's euch, ich habe... Boah, ey, genau so fängt das an. Genau so fängt das an. Das ist paranormal. Garantiert, garantiert. Äh, ich hab wirklich eine Banane mitgenommen. Ja, hau mal damit ich jetzt das Gesicht, so. Setz dich jetzt hin. So. Boah, ey. Ich hab die doch dahingelegt, jetzt nimmst du die wieder und ist die zwei Zentimeter weiter. Moment, Leute, einmal ganz kurz. Mein Handy klingelt. Ja. 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 Okay. Ja, jetzt macht er jedes Mal eine, jedes Mal eine, jeden Tag. Ja, ja, alles klar. Okay, die Pizza kommt später in Zeit. Jeden Tag um die Zeit, um die Zeit, um die Ruhe zu sein. Die Pizzeria war noch nicht da. Sie haben die Ambulanz die, die vier Mal haben sie nicht gefunden. Ambulanz, Ambulanz. So, du kannst die Pizza zu mir bringen. Das ist für dich, danke. Nein, für mich ist da gar keiner jetzt drauf. Ich schwöre euch, einmal hab ich das gemacht, schon zwei Jahre her, da hat sie Hallo gesagt. Nein, das hab ich, nein, ich hab das nie gemacht. Du hast vor kurzem, vor zwei Wochen, da hast du wieder die Scheiße gemacht und hast, und dann hast du die ganze Zeit irgendwie so geredet, als wäre irgendwas. Und, aber du hast dich weggedreht und da hab ich gesagt, was ist denn die ganze Zeit? Dann war das Berghand. Und du hast gesagt, ich hätte das voll abgekauft, was gar nicht stimmt. Dann war das Berghand. Dann war es Berghand, aber ich nicht. Dann war es Berghand, Entschuldigung, da hab ich dich verwechselt. Ja, seit drei Wochen machst du mit mir nicht Spaß. No joke. Ich hab das mal bei Berghand gemacht und ich hab so, der hat nicht gesehen, dass ich eine Banane hab, hab so gesagt, ja, das ist für dich und der hat Hallo gesagt. Das, das, nee, das werde ich nie vergessen. Bei mir ist das nie richtig reingefallen. Seid nicht so schüchtern, ruft an. Okay, dann rufe ich jetzt an. Jetzt, jetzt ist, äh. Aber ich hab keinen Bock so typisch deutsch zu sein, und zu sagen, ja, wo ist die Pizza? Pizza, nee, okay, okay. Das steht auch dabei Lieferant. Ja, ja, ist gut. Ich muss nur einmal muten dann, Leute. Ja, ja, das ist auf den Ort wahrscheinlich. Ja, genau. Deswegen. Hast du gemütet? Nee, mach ich jetzt. So, wir hören uns sofort. Moment. worker. Tina. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Lea bereut es schon, dass die mitgekommen ist. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Guck mal, die Stühle knacken auch vorher. Ja, knackt alles. Die Tür knackt auch. Guck mal, alleine wenn man reinkommt. Stell dir mal vor, wir pennen und dann hörst du das. Ja, aber es kann auch von oben kommen, ne? Als wir in Amsterdam waren, hat man die Leute auch umlaufen gehört und bei uns zu Hause auch. Das ist auch Nachbau. Das Geilste, was man immer in Hotels machen muss, das muss man wirklich einmal gemacht haben. Ja, super. Und was denken jetzt die anderen Nachbarn? Und du würdest das jetzt, würdest du das jetzt paranormal abstempeln? Ne, die anderen Nachbarn denken jetzt, wir haben Sex. Ja, garantiert, garantiert für das Risiko. Und auch wenn die Hotelleitung hier fragen sollte, what you doing here? Dann sag ich, hey, flitter weeks, flitter weeks, sex, sex, friend, girlfriend. Und dann fragt die die Hotelleitung, what are these devices for? Und dann zeigen die auf das Portal und das Ouija-Brett und so, what you have planned here? Das ist ein Fetisch. We have fetishes, fetish, I like my girlfriend, yeah. Ich höre, wenn du das bringst mit Bergkant, weil, ne? Wenn du das einmal mit Bergkant bringst, wirst du, dass ihr Flitterwochen hier macht, ne? Ja, ist klar. Ey, ich finde das so lustig. Flitter weeks. Oh mein Gott. Schade, dass das Bett nicht zusammengebrochen ist. Das habe ich gelesen, Chris. Das habe ich gelesen, das merke ich mir. Ich verfolge dich schon so lange, aber es macht immer wieder Spaß, so zu gucken. Das ist bei fast keinem Streamer. Oh mein Gott, Neo, ich danke dir. Das ist mega, ein sehr, sehr großes Kompliment. Danke dir. Aber ich habe ja auch heute gute Unterstützung mit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mal zusammen eine paranormale Untersuchung machen. Warum? Weiß ich nicht. Weiß ich, hätte ich gesagt, gar nicht. Hä? Ey, gut, du bist ja nicht abgeneigt, was sowas angeht, aber du sagst ja schon, dass du eher nicht so an sowas glaubst. Ja. Obwohl du ja mal irgendwann meintest, dass du doch auch selber ein, zwei paranormale Erlebnisse hattest. Ja, weil ich würde das nicht als paranormal abstempeln. Willst du es erzählen im Stream? Ja, aber was soll ich erzählen? Hast du schon mal erzählt, glaube ich auch, oder? Ja, habe ich schon. Aber erzähl mal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Was denn? Mit deinem Opa, die geht, oder? Ja, kommt drauf an, was du meinst. In der einen Tag, den einen Abend, wo wir uns schon kannten, wo ich wach geworden bin. Mach beides, erzähl beides. Oder? Erzähl, ja, erzähl. Boah, ich kriege die Geschichte kaum noch zusammen. Egal, egal, es wird hier kein Faktencheck. Also ich hatte ein Mac damals bekommen, ich weiß gar nicht, ich glaube da wurde ich 14 oder so, habe ich den von meinen Eltern bekommen, zu Weihnachten. Und hatte dann, ein halbes Jahr später ist mein Opa gestorben und hatte den als Hintergrundbild bei meinem Mac. Bis dahin hat mein Mac auch funktioniert und alles, ganz normal. Und als ich dann, also an dem Todestag von meinem Opa, als ich das dann als Hintergrundbild genommen habe, ungefähr ein paar Tage später oder so, die Nacht habe ich mich ganz normal schlafen gelegt. Und ja, wie erklärt man das mit meinem Zimmer? Mein Zimmer ist halt sehr komisch gebaut. Also ich bin halt in meinem Schlafzimmer und da ist so ein kleiner Flur und, aber ich kann praktisch in das andere Zimmer reingucken, so ein bisschen, über dem Flur. Ja, ja, ja. Und dann stand da halt ganz am Ende von dem anderen Zimmer ein Spiegel, aber ich konnte vom Bett aus in diesen Spiegel reinschauen. Und da hat sich halt mein Computer halt gespiegelt. Und dann bin ich von irgendwas wach geworden, halt von diesem Belüftungsding da, vom Monitor da, keine Ahnung wie das heißt. Und da habe ich halt da reingeguckt und habe halt gesehen, dass mein Mac halt so sich hochfährt. Und dann dachte ich so, okay, kann ja passieren, irgendwie so Update oder so machen, die Apple-Geräte irgendwie nachts immer von alleine. Und auf jeden Fall war das dann in diesem Startbildschirm, wo dieser Code ist. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, dann hat man nur gesehen, irgendwie, dass diese, dann wird das halt so, wenn man da was eintippt, wird das halt, dieser Hintergrund wird verschwommen. Und dann hat man halt nur gesehen, dass da halt irgendwas gemacht wurde, so eingetippt wurde oder so, aber ich habe jetzt nichts gehört oder so, wie was getippt wurde. Und dann war halt dieser ganz normale Homebildschirm. Und dann hat man irgendwie nur noch gesehen, dass da mal Schwarzbild war, dann wieder normal. Und dann ist der ganze Mac ausgegangen und dann habe ich ihn nicht mehr anbekommen. Also danach den Tag, ich habe mich ganz normal danach schlafen gelegt. Also ich habe mich umgedreht und habe weitergeschlafen. Hey, ganz kurz. Was? Tut mir leid, Leute. Was denn? Kannst du das weitererzählen? Ich kenne die Geschichte schon. Ich muss einmal einen reinbrezeln. Muss das jetzt sein? Muss das jetzt sein? Kannst du es nicht nach dem Essen machen? Bitte. Bitte. Ich weiß, dass das im Hotel scheiße ist. Bitte. Bitte, bitte. Das ist keine Frage. Nein, bitte, bitte. Nach dem Essen? Bitte, bitte. Bitte. Wieso? Ich bin empfindlich, wenn das hier stinkt. Ich bin voll empfindlich. Ich esse nicht mehr. Du stinkst hier das mal. Also hörst du jetzt auf. Okay, alles gut. Ich hörst zu Ende zu. Nein, du hörst nicht zu Ende zu. Wir essen eher. Ja, okay, okay. Wir essen eher. Das ist in fünf Minuten und da hat er gesagt. Wir essen eher. Entschuldigung. Ich wollte die Geschichte nicht unterbrechen. Ja, toll, ey. Das ist gar nicht so was. Arschloch. Na, auf jeden Fall habe ich dann weiter geschlafen und danach, die Tage ging mein Mac nicht mehr an und ich weiß nicht, was da, also er ging schon an und jedes Mal, wenn ich dann mein Passwort eingetippt habe, ist er halt wieder automatisch einfach ausgegangen, also da ging gar nichts mehr und dann habe ich immer Stecker gezogen, wieder rein und alles und irgendwann habe ich dann, nach ein paar Wochen habe ich das wieder probiert und da war halt dieser Hintergrund, dieser Hintergrundbild, dieses Hintergrundbild, sorry, war dann halt weg. Also ich hatte so, ich weiß gar nicht, das ist ja dieses Format, Querformat und dieses Bild war halt im Hochformat und dadurch waren halt rechts und links weiße Streifen und dann war halt dieses ganze Bild nur noch weiß, also ganz komisch. Ähm, und dann, ähm, ja, habe ich das aber wieder geändert, halt, ähm, zu diesem normalen Hintergrundbild von meinem Opa. Ja, und danach ist mein Kopf wieder abgestürzt. Ich habe nicht deswegen gelacht, sorry, ich habe wegen Mr. X gelacht. Warum? Nach dem Essen, dann kommt das Doppelte raus. Ist mir scheißegal, aber das ist nervig. Ich mag es gar nicht. Okay, erzähl weiter, erzähl weiter. Ich war mir nicht klar. Und, ähm, ja, auf jeden Fall ist er immer wieder abgestürzt und, ähm, Ja, man kann jetzt vielleicht sagen, keine Ahnung, der hat einen Schaden und dann habe ich den eingeschickt, bei Apple direkt und, äh, die haben gesagt, der funktioniert ganz normal und, äh, als er dann wieder bei mir war, dann ging gar nichts irgendwie, ich habe das auf jeden Fall nicht hingekriegt und dann kam einer von meinem Papa, ein Bekannter, der sich damit auskennt und der hat das auch nicht hingekriegt und der hat gesagt, der muss wieder nach Apple und seitdem irgendwie, der ging nie, ja. Also hat nie wieder richtig funktioniert, der PC, grundlos. Nein, hat nie wieder richtig funktioniert. Und du bist dir sicher, dass du nicht auf, ähm, 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 irgendein Virus oder so, ja, weiß nicht, hier sexy Frauen in deiner Nähe, den geklickt hast. Nein, warum soll ich das machen? Warum soll ich das machen? Weiß ich doch nicht. Nein. Oder dein Ex zu der damaligen Zeit, weiß ich doch nicht. War der in deinem PC? Ich glaube, nein. Der hat bestimmt auf sowas draufgeklickt. Da war ich doch gar nicht in einer Beziehung. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre das her ist. 14, okay. Doch, nein, 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 nein. Aber manchmal kannst du auch an sowas kommen, äh, an ein Virus oder so, aber gut, das wäre schon krass ein Virus, wo dann von alleine der PC sich entsperrt, das glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Zumal, ich habe ja nur Sims drauf gespielt. Ja, ja, du hast ja nichts gemacht, der stand ja nachts da einfach. Ich habe ja nur Sims gespielt jedes Mal. Also, das war schon komisch. Ja, das war wirklich komisch. Das war wirklich komisch. Ähm. Komm, jetzt tragen die an, Daniel. Daniel, keine Angst, die Kamera bleibt hier, wenn ich auf Klo gehe. Ich nehme mich jetzt nicht zum Kacken mit. Ja, doch. Also, so weit wird es wohl noch kommen. Das kommt dann auf, ähm, auf Onlyfans, wisst ihr? Aber könnte auch sein, dass die Batterie vom PC leer war. Wie die Batterie? Aber auch wenn die Batterie vom PC leer ist, dann... Aber da hätten wir es doch von Apple. Also, erstmal, die Batterie macht ja keinen Sinn, weil das ja ein, das war ein, äh, nicht ein MacBook, sondern das war ein richtiger Mac-PC. Warum ist der Chat jetzt weg? Warum ist der Chat weg? Seid ihr noch da? Nee, der ist einfach jetzt weggegangen. Ansonsten auf meinem Handy. Ah, jetzt ist er wieder da. Ähm. So. Ansonsten sehe ich ihn hier, den Chat. Okay. Äh, aber ja, ähm, es war... Aber er hätte jetzt ja von Apple erkannt. Ich wollte gerade sagen, er hätte jetzt von Apple erkannt. Das war schon komisch, würde ich sagen. Das ist schon was Komisches. Also, es ist vielleicht nicht... Und du hast das ja auch probiert, war es noch? Wo du gesagt hast, dass der... Kommst du nicht drauf, ja. Ja. Das ist voll Komisches. Also, das war ihr komisches Erlebnis. Und dann später, als wir schon zusammen waren, ist auch noch mal was Komisches passiert. Auch in dem Zimmer. Ja, man muss aber sagen, äh, du hast am Anfang eigentlich mal relativ gut geschlafen, ne? Ja. Und, ähm, ja, also mein Dachboden war vorher nie so ein Dachboden, wo man drin geschlafen hat, muss man dazu sagen. Der wurde einfach umgebaut. Und, ähm, ja, und, äh, ja, man hat Leon immer voll schlecht geschlafen und wurde halt in der Nacht immer wach. Und dann hast du immer total komisch um dich geschaut, ne? Ich hab gesagt, wann hat der für einen Anfall, ne? Ja, oder so nachts einfach so, äh... Ja, genau, das hat er auch mal angefangen zu schwitzen. Also wirklich, ne? Wirklich, das war voll übertrieben. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Seitdem wir irgendwie umgezogen sind, aber seitdem wir in der Wohnung wohnen, war es gar nicht mehr so. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, ähm, hat er dann immer an der Wandseite geschlafen, also an der schrägen und ich halt an der Seite, wo man halt, also Richtung Tür halt so ungefähr, so um die Ecke war halt die Tür. Und, ähm, dann, ähm, irgendwie einen Tag oder so, bist du, hast du irgendwie zu Hause geschlafen, aber Berkan hat bei dir geschlafen, oder irgendwie so. Und, äh, ich hab eigentlich irgendwie nie irgendwie gedacht, dass da irgendwas ist, auch gesagt, dass da was ist. Äh, irgendwie immer nur Leon, ja, ich fühl mich hier beobachtet und so. Und du hast immer gesagt, du fühlst dich beobachtet bei mir im Zimmer, ne? Und, dass du da nicht schlafen kannst und weil man, also mein ganzes Zimmer halt wegen des Spiegels halt sieht eigentlich. Und, ähm, ja, dann, ich hab halt meine Zimmertür immer offen. Ich weiß nicht, halt auch wenn die Tieren und so, ich hatte die immer offen. Und, ähm, irgendwann in der Nacht, äh, wurde ich davon wach, äh, also irgendwie von so einem Geräusch halt so, ich weiß nicht, ob das Reden, Flüstern ist, keine Ahnung, irgendwie so mit Flüstern oder so. Also, auf jeden Fall wurde ich von irgendwas wach, auf jeden Fall, ich hab's aber auch nicht verstanden und wurde dann einfach wach, hab mich umgedreht Richtung Tür. Und, äh, war nichts, bin wieder eingeschlafen, Richtung Tür gedreht aber. Und, äh, wurde dann aber wieder wach, aber so, ähm, so ruckartig hab ich dann Richtung Tür geguckt und hab halt nur was Schwarzes gesehen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein Mensch war oder so. Und, ähm, ich hab halt dann, bin halt wieder eingeschlafen und hab aber gedacht, es wäre einfach nur mein Bruder gewesen, der geguckt hat, ob ich schon schlafe. Und, ähm, am nächsten Tag, als du dann auch wieder bei mir warst, hab ich dann gefragt, ähm, halt mein Bruder, ob, äh, er bei mir war. Und er meinte so, nee, war ich nicht. Und dann hab ich halt alle anderen gefragt und die meinte auch, und so, nee, waren wir nicht. Und das war halt mega komisch, weil man hört halt auch eigentlich dann immer die Treppen halt so knacken, die Holztreppen. Das war schon komisch. Das war wirklich komisch, zumal, ey, als du mir das erzählt hast, ne, ich hab so Angst gehabt, ne. Ich hab so Angst gehabt, seit wann gibt es Leons, äh, seit wann gibt es Leons Bart? Seit wann gibt es den? Seit zwei Wochen, seit zwei Monaten oder so, ne? Zwei Monaten oder so, ja. Ja, finde ich, sieht aber auch mittlerweile, finde ich, besser aus als ohne. Ja. Mh, hab ich mich, äh, relativ schnell dran gewöhnt. Der Bart steht leer. Danke, Yvonne und Dirk. Deswegen Zimmertür zu. Ich hab meine Zimmertür immer aufgelassen, ich weiß gar nicht, warum. Du hast dann irgendwann angefangen, meine Zimmertür mal zuzumachen, ne? Ich fand, ich find's unangenehm mit offener Zimmertür. Ja, aber ich, bei mir war das auch immer so, die, also meine Hunde, zumindest mein großer Hund, der ist halt immer, ähm, durchs ganze Haus gelaufen in der Nacht und hat geguckt, ob alle noch da sind. Und deswegen hab ich's mir irgendwie angewöhnt, die Zimmertür mal aufzulassen. Und dann ist der Hund halt immer, wenn du so einen Hund hast, der dann immer guckt, macht's Sinn. Ja. Aber ich selber, ich, also, ihr könnt ja mal reinschreiben, schnappt ihr mit offener Tür. Ja, die meisten schlafen mit Zutür, aber wahrscheinlich auch, weil die meisten eine Wohnung haben und nicht eine eigene Etage, ne? Ja, gut, okay. Also, kann man natürlich auch mit zuer Tür schlafen, als ich noch das eine Zimmer hatte. Ich glaub, Pizza kommt dazu. Pizza kommt dazu. Ey, ne, wir haben da nicht so komisch hin. Wir haben da nicht so ganz komisch hin. Ich hab's ja nicht. So, Pizza. Weißt du, die kommen da? Essa, ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich stehe jetzt schon wieder. Zwei Euro. Zwei Schweizer Franken. Mann, komm. Du hörst ja gar nicht mehr auf. Ich spende da nicht. Du hörst ja gar nicht mehr auf. Ich danke dir so sehr, wirklich. Das ist super, super lieb von dir. Ey, viel kann ich hier nicht überlesen. Pizza kommt, und hier kommt keiner. Weißt du mal, falls ist so irgendwas hinter mir. Tja. Ey, kannst du dich mal da hinstellen mit so den Haaren über den Kopf, wie das aussieht? Ich hör dir, gleich kommt die Pizza. Ich kann mir da gar nicht so komisch über den Kopf machen. Habt ihr es gehört? Das ist paranormal. Ne, aber also, man hört direkt, wenn hier andere Leute sind. Ich weiß nicht, ob man es im Stream hört, wegen der Soundqualität des Handys, aber auch wenn irgendwo eine Tür auf oder zu geht oder ein Fenster auf oder jemanden lang dürfte. Du hörst echt ass. Kannst du mal wieder hier hinkommen? Du filmst da eh nicht hin. Ja, ja. Das ist voll unangenehm. Ey. Hier, geh mal auf den Chat ein. Ich geh mal kurz pinkeln. Ja, pinkeln. Du gehst ja nicht hacken. Ich mein's ernst. Das stinkt sonst alles. Ich mach meinen Tür mal zu, vor dem Schlafen gehen. Das machen wahrscheinlich viele. Ich hatte damals auch nur, also Schlafzimmer von meinen Eltern. Das war auch nicht groß und da hatte ich die Tür auch immer zu. Aber halt, weil jeder dran vorbeiläuft, das ist halt dann immer komisch. Diese Geräusche manchmal. Welche? Boah, ich weiß gar nicht, wie das so lesen kann. Ich kann da kaum was lesen. Ich höre einen knacken. Ja, das ist manchmal, weil hier Leute langlaufen. Oder hier wegen den Sesseln. Die knacken halt auch so komisch. Ey, ich hoffe, dass jetzt der Lieferant nicht kommt, wenn er auf dem Klo ist. Ich hasse das immer. Ey, man hört selbst, wenn du Toilettenpapier abmachst, ne? Ja. Ja, man hört das in der Wand. Diesen Toilettenpapier-Dings. Halter. Also ist das Hotel hellhörig. Ja. Ja, ist wirklich. Äh, Lea, woher kennen du und Lea und sich? Äh, ich weiß gar nicht, wir kennen uns schon länger. Also länger, als wir zusammen sind, hatten wir auf Instagram geschrieben. Aber, ähm, er war noch vergeben und ich auch. Und deswegen, ähm, war das nur so ein High-A-W-G-Small-Talk-Mister. Und, äh, ja, halt einfach, weil wir beide in einer Beziehung waren und halt dann auch, logischerweise, kein Interesse an einem anderen Partner hatten. Ne, und, ähm. Hauptsache, man hat dich gehört, wie ich einen reingebrezelt hab, schnell. Hast du wirklich jetzt? Ja, ja. Boah, nein, bin das... Ich schwörfe das nicht, ne? Na, auf jeden Fall, äh, haben wir uns dann irgendwann, nachdem wir beide, ähm, keine Beziehungen mehr hatten mit jemandem, sind wir dann, haben wir was gemacht, äh, und dann wurde ich verarscht. Nein, habe ich geprankt. Verarscht hört sich so komisch an, ne? Das erste Mal, wo ich sie kennengelernt habe, habe ich direkt mit Berghant sie geprankt. Aber man musste sagen, dass es eher ein Prank an Berghant war, weil ich bin mit meinem Hund gekommen. Ui, jo. Und das ist ein Stephaja-Bull-Terrier-Mischee. Also ihr kennt wahrscheinlich die Leute die meisten zumindest. Und Berghant hatte voll Schiss da, mich zu erschrecken, ne? Berghant hat in Gebüsch mit einer Maske gewartet, ey, und wollte rauskommen und so. Und der Hund schon die ganze Zeit so, hat auch gemerkt, ne, dass was los ist, das war so lustig, ne? Das war so lustig. Ja. Lustig genug, dass wir uns ein zweites Mal treffen wollten. Ja. Ja, das ist echt lustig. Und dann sind wir, äh, das Place gewesen, zwei Tage oder so. Ja. Ja, und dann haben wir auch privat was gemacht. Richtig. Und übrigens auch nochmal SH mit drei Schweizer Franken. Ganz, ganz viele Küsschen gehen raus. SH, das ist sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Meine Kollegin hat mal im Keller bei uns in das Pflegeheim, wo das Licht flackert, abends ein Nachthemd angezogen, die Haare vor das Gesicht gemacht und sich in einem dunklen... Oh mein Gott. Das stelle ich mir auch uneimlich vor. Boah, jetzt weiß ich, was ich mal auf der Arbeit mache. Oh mein Gott. Oliver, äh, Bergkant wirst du heute hier nicht antreffen. Also, ich, wir haben schon, ich habe schon mehrfach jetzt gelesen, dass du geschrieben hast, Bergkant fehlt, aber, ähm, heute bin ich mit meiner guten Freundin Lea hier und, äh, da musst du dich auf jeden Fall mit abfinden. Hä, das schreit sich jetzt auch ein bisschen negativ an, ne? Ja, aber das kam ja auch immer ein bisschen negativ, wenn Oliver dauernd schreibt, dass er voll fehlt und so. Ich weiß, äh, ähm, natürlich, aber also... Ja, die gehören halt zusammen, aber Bergkant hat ja auch gemacht. Um das nochmal, ich hatte es am Anfang erklärt, ich wollte auf jeden Fall Halloween was mit Lea machen, weil ich die letzten Jahre immer Halloween irgendwas für YouTube gemacht habe. Und deswegen wollte ich dieses Jahr Halloween mit ihr verbringen und weil ich mir dachte, ich will irgendwie ein Special machen, aber gleichzeitig mit dir verbringen. Die war in den letzten Jahren, da war ich immer alleine auf der Couch. Die Arme, die Arme. Ja, aber von daher, dass, äh, auch das noch einmal klar ist. Gute Freundin, sehe ich genauso. Na, ehrlich so. Danke, Yvonne und Dirk, danke. Eigentlich wollten wir was machen, zu einer Veranstaltung oder so, ne? Und jetzt ist sie hier. Ja, ja, wir hatten überlegt, was anderes zu machen, aber dann war das mit der Demonetarisierung und dann dachte ich mir, ja, ich kann nicht am Halloween-Wochenende kein Video auf YouTube rausholen oder nicht kein Halloween-Special. Und ich habe gesagt, ich helfe dir, wir finden schon eine Lösung. Ja, ja, so war das. Und dann haben wir dieses Hotel hier gefunden. Dann haben wir dieses Hotel hier gefunden. Ähm. Richtig, Matthias, richtig. Wann ist die Hochzeit? Ja, ist echt so, wann ist die Hochzeit? Ja, wenn ich doch geändert zu haben. Mach mir doch mal endlich einen Antrag. Ja, ich warte. Das ist nicht so. Ich warte jetzt schon seit sieben Jahren auf meinen Antrag. So lange kennen wir uns jetzt aber nicht. Ich weiß. Äh, wo bleibt die Pizza? Das frage ich mich auch, ey, ich, 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 wirklich, mein Magen knurrt und, ähm, ich will auch endlich euch das Hotel einmal richtig zeigen, aber ich will ja erst, äh, erst, 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 äh, ein bisschen später ist. Ist nicht schlecht, wenn es, äh, genau, ich wollte gerade sagen, wenn wir euch das Hotel zeigen, das machen wir dann nach der Pizza, wenn es dann ein bisschen später ist. Nach, äh, bis das da unten auf hat, weißt du, das Restaurant. Ja gut, das macht uns mit 10 dazu, glaube ich. Ja, wir warten erst mal ab, aber... Was stand da vorne eigentlich auf diesem, da stand doch irgendwie so ein, so ein... Meine Freundin suchtet dich weiter, so muss immer zuschauen, schreibt, äh, sein Teak. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine kleine Spende und, äh, das freut mich sehr, dass deine Freundin mich suchtet. Grüße gehen raus an deine Freundin, die hat auf jeden Fall einen guten Geschmack und finde ich auf jeden Fall cool, dass die dir aufzwingt, mich zu schauen, oder zumindest uns. Das ist nämlich, äh, das einzig Richtige. Ähm, mach doch in Holland eine Hochzeit. Pyro, was hast du für Ideen? Warum in Holland? Warum in Holland? Hä? Las Vegas hätte ich jetzt noch verstanden, dass man das sagt, aber Holland? Ruf bei einer anderen Pizzeri an, geht schneller. Bestimmt zahle ich jetzt doppelt nur, damit die Pizza schneller kommt. Aber die haben ehrlich, die haben eine Viertelstunde gesagt, na, es ist auch schon längst vorbei, aber egal. Naja, eigentlich schon. Aber ist ja nicht schlimm, vielleicht, der sagt ja, die haben heute viel zu tun, es ist Halloween, alles gut, alles gut. Zumal wir haben hier keinen Stress, das ist das Schöne, äh, ne? Und die Pizza schmeckt dann. Und die Pizza schmeckt. Und das schmeckt. Und das schmeckt. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, ähm, wir haben Zeit mitgebracht, ja, der Stream hier wird die ganze Nacht andauern. Ähm, der Plan ist... Und jetzt... Sie wetten, dass die hat die Pizza unten hingebracht? Das ist ein Scheiß. Ich hoffe, das Bild hängt wenigstens nicht da, wo die Scheiße aussehe. Guck mal, was ist das denn? Warum hängt das denn? Da steht, das ist voll gut. Oh, ich muss mal hier rüber. So. Ah, da bist du ja. Ich hab hier alles schon mal schön gemacht, guck. Oh. Mensch, das ist voll komisch. Ich bin gerannt. Ich geh manchmal runter auf 0 und dann wieder auf 30, ne? Ja, das ist normal. Alter, ich bin so gerannt. Oh. Das war ein bisschen unangenehm, ne? Junge, ich mach Fenster auch. Ja, was ist denn da alles? Draufer für Pizza. Ey, ich hab Pizza Thunfisch. Gernst du mal nur Thunfisch? Und da ist noch Zwiebel drauf, Paprika oder so. Keine Ahnung. Boah, ich brauch ein bisschen frische Luft hier. Ey, ich hab volle Warte, dass wir wenigstens einen halben Liter kriegen für den Preis. Zwei Euro, wa? Ja. Na ja. So, Leute, an der Stelle, ich wünsche euch allen einen ganz guten Hunger. Und, ähm, Breakfast kostet 15,50 pro Person. Und was alles dabei ist, ist das zu viel? Ich denke auch, ne? Wie viel bin ich schon da drauf? Da hab ich schon ein bisschen geil drauf. Ach. Wie viel bin ich geil, ey? So, Leute. Gönnt euch, gönnt euch. Und jetzt haben die abgeschnitten. Opa hat auf dich aufgepasst. Ehrenhaft. Welcher Opa hat auf mich aufgepasst? Der war aber auch nett. Der macht kein Stau. Boah, die Pizza ist aber sehr gut. Ja. Mmh. Oh mein Gott. Wo ist das Wecker? Jetzt hättest du auch nochmal abchecken müssen, was es an diesem Buffet dann gibt. Und bis wie viel Uhr das ist. Steht da drauf. Okay, dann ist es gut. Mmh. Die machen auch voll viel drauf, ne? Das ist wirklich eine gute Pizza. Also wirklich lecker. Mmh. Doch, doch, Geistesblitz. Wir haben WLAN, wir sind auch mit dem WLAN verbunden, aber du kennst es ja. Mhm. Man hat nicht, das Internet ist nicht immer das Beste. Obwohl es jetzt schon besser ist, als in jedem deutschen Hotel, in dem ich war. Mmh. In den deutschen Hotels geht nie irgendwas. Dann musst du dich 30 Mal beschwerden, dann kriegst du einen anderen WLAN-Code. Mmh. Mmh. Wollte ich überhaupt ein bisschen als in den Zwiebeln drauf. Mal es, wir essen jetzt noch eine Pizza, weil wir heute nichts gegessen haben. Und danach fangen wir an, das Hotel ein bisschen zu erkunden. Wer beschmerzt sich da jetzt? Voll aggro. Wer beschmerzt sich da? So. Ich hab voll Hunger gehabt, ne? Boah, ich dachte, er kommt hier hoch, ey. Der steht da unten. Ich hab's doch gesagt. Und ganz liebe Grüße an Miriam. Oder Miriam. Ganz liebe Grüße an Miriam. Und vielen herzlichen Dank für deine Spende. Sehr korrekt. Dankeschön. Boah, kommen wir nicht ein bisschen das Fenster auf? Mmh. Nicht so warm. Naja, weil du geranktest wie so ein Bekloppten. Boah, ich bin mal. Das hast du das Trinkgeld vergessen oder hattest du das Trinkgeld in der Hosentasche? Seine Reise. Also Immanuel, sorry, aber das, deinen Kommentar kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ach schon. Ist ja alles schon gut, aber wenn es dir nicht gefällt, dann ist halt leider so, ne? Mit Berkert? Ja. Du, ich häng's mal. Es tut mir leid. Da kann ich nix gegen machen. Boah, guck mal, es sieht immer aus, das wird so ein Geist zwischen uns sein, ne? Aber, ist nicht. Aber es ist schon gut, dass es hier überhaupt funktioniert, dafür, dass es hier so abgelegener ist, ne? Ich hätte auch erwartet, dass das Internet schlechter ist. Ich hätte auch erwartet, dass das Internet schlechter ist. Bei dir haben wir ein bisschen zu viel Käse drauf gemacht, ne? Findest du? Dann vermisst du das ein bisschen zu viel. Ja? Danke dir, Fabi. Der, der SH, das meinst du nicht ernst, laut SH soll wir uns ein Frühstück gönnen. Er hat genau, er hat genau für zwei Personen für Frühstück gönnen. Ihr hattet Frühstück, Happy Halloween und an die Community, ihr seid die Beste. Kann man sich wieder zurückschicken? Hey, SH wirklich, das ist... Ja, das ist echt, das ist schon... Unnormal, wirklich. Ich weiß, da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ja, ich weiß. Man ist schon dankbar, aber man denkt sich auch so, das muss nicht sein, so. Das ist halt voll viel, weißt du? Ja, das ist wirklich, ehrlich, ich danke dir so, so von Herzen. Ich bin froh, dass das nicht mein Part ist. Oh Mann. Na weißt du, du bist ja dankbar, ne? Aber, aber, so irgendwie ist mal was sprachlos, ne? Mhm. So, also kaum, voll krass. Na, und jetzt kriegst du auch Frühstück morgen. Oh, kann ich auch gleich so. Den, den, den Typ, den... Den darf ich nicht mehr so machen? SH? SH. Also, S.H. war das, ne? Einfach SH. Das war nicht einfach wie ein Name, wie du es aussprichst. SH. Also, ein ganz persönliches Danke auch von mir. Glaub mir, wenn du Lea mit 1 glücklich machen kannst, dann mit Essen. Ja, das stimmt wohl. Und jeder unserer Streit war immer vergessen, als du mit Weingummis nach Hause kamst. Das stimmt. Kann ich nur als Empfehlung rausgeben an die ganzen, ähm, an die Männer da draußen. Blumen tun es nicht, dann. Ihr kannst ja nicht essen. Falls du Beziehungsstreit habt, Leute, bringt ihr einfach Essen. Oder ladet sie auch zum Essen ein, oder so. Ja, das geht auch. Das, äh, boah. Guck mal, Alter. Doppel-Doppel-Decker-Pizza. So muss man es essen. Mhm. Was denn jetzt eigentlich leuchtet ihr auch Essen? Und die sind nicht so beim Essen, ne? Oh, ey. Ja. Lecker. Lecker, denkt man sich dann. Hier, Riesenbissen. So. Essen heißt zu leben. Sehe ich genauso. Ich gebe mein ganzes Geld nur für Essen aus, ne? Das wird mir immer wieder bewusst. Ich glaube, ich mag auch Essen so gerne, weil ich selber auch sehr gerne koche. Ja, so gerne koche ich jetzt nicht, ne? Ich koche schon gerne noch. Aber du kochst auch sehr gut. Obwohl du nicht vielleicht gerne kochst. Schleimer. Was? Oh. 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 Danke, Schatz. Aber du kochst auch gut. Aber du willst immer so spezielle Sachen machen. Mhm. Ja. Malis, äh, 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 doch Malis, wir sehen uns später. Essen kann schon glücklich machen, wenn man das richtig wertschätzt. Ich schätze das immer wert, ey. Ich schätze jeden Toast am Abend wert, ne? Den wir essen. So nicht? Doch, ja. Ja. Voll. Auch so, wenn man irgendwas schaut oder so, Stream oder Video, immer was zu essen, Leute. Habe ich schon. Wie viel haben wir? Oha, ja. Oha. Oha. Okay, Leute. Wir sind wieder reconnected. WLAN war weg. Es kann natürlich sein, ne? Dass jetzt um die Uhrzeit, so 20 Uhr ungefähr, die meisten Leute sich einloggen ins WLAN und deswegen natürlich auch viele Störungen. Ich habe jetzt... Oder weil die WLAN ausmachen. Wir waren mal in einem Hotel, da haben die an einer gewissen Uhrzeit WLAN ausgemacht. Und dann bist du noch runtergegangen und hast gefragt, warum ist kein WLAN? Echt? Ja. Ich glaube, das war eine Nordsee oder so. Das ist ja krank. Doch, ich weiß, ich weiß dir, das war doch so. Wer macht denn nun nur bestimmte Uhrzeit WLAN aus? Aber nicht 20 Uhr. Vielleicht war es 0 Uhr oder so. Na gut, es sollte jetzt alles passen. Ich habe jetzt WLAN ausgemacht kurz. Na, kann ich gleich nochmal probieren, wieder anzumachen. Die Stücke sind zu groß geschnitten. Das sind so Riesenstücke. Aber dieser Teich und so, der ist perfekt, ne? Wirklich perfekte Pizza. Das ist wirklich echt perfekt. Ist besser für den Schlaf ohne WLAN, ist das echt so? Ja. Das stimmt wirklich. Ja? Ich hatte eine Zeit lang mega Migräneanfälle. Da habe ich irgendwann den WLAN-Router-Dings da alles gezogen. Wirklich. Also bei mir oben, ne? Und da konnte ich richtig gut schlafen. Oha. Das ist krass. Deswegen sagt man ja auch, wenn man WLAN an und alles und Flugmus reinmachen und mal schlägt. Und Handy nicht unter Kopfkissen machen. Mach ich aber auch eigentlich normalerweise. Ich meine, heute werden wir es nicht machen. Aber... Ich mache das nie, ne? Ich habe Handy eigentlich mal WLAN an und unter dem Kopf kippen. Genau das, was du nicht machen sollst. Mein Schlaf interessiert mich sich nicht für meinen WLAN. Ich meine, theoretisch geht das ja auch über so das Übersinnliche. WLAN ist auch etwas, das natürlich, das kannst du messen, aber das kannst du nicht sehen. So. Und vielleicht werden wir heute auch etwas messen oder aufzeichnen über die Geräte, was wir nicht sehen können. Vielleicht sehen wir sogar was. Who knows? Das ist das einzige Argument, was mich daran zweifeln lässt an meiner Aussage, dass ich nicht an Geister glaube. Verstehst du, was ich meine? Dass es was gibt, was man vielleicht nicht sehen, aber... Was man nicht sieht. Was man nicht sieht wie WLAN. Weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du was ich meine? Ich habe Rückenschmerzen. Bist du eine Sau, ne? Wäre ich? Ja. Bin ich eine Sau? Bin ich wirklich eine Sau? Hallo, warum Gruselhotel? Also, wir haben am Anfang schon einmal alles erklärt. Das hier ist ein Gruselhotel, weil es einige Spukgeschichten darüber gibt. Wir sind in den Niederlanden. Das Hotel, genau Hotel werde ich nicht nennen. Einfach nur um den Ort zu schützen. Im Sinne von, dass ich nicht irgendwie den Ruf zerstöre oder sonst irgendwas. Ja, deswegen werde ich das nicht veröffentlichen. Aber, dieses Hotel existiert seit 1897. Dementsprechend schon sehr alt. Viele Geschichten haben sich hier zugetragen. Eine interessante Sache ist, dass hier direkt zum Beispiel ein Wald ist, der uralt ist. Das andere ist, dass man sich erzählt, dass der ehemalige Hotelbesitzer hier noch über das Hotel wachen soll. Und immer noch im ersten OG im Sessel sitzt und über die Flur wacht. Und das dritte ist, dass hier ein Mädchen ermordet wurde. Zur Zeit des zweiten Weltkriegs. Und diese soll eben das Hotel heimsuchen. Und es gab in den 80ern und 2010 ungefähr öfters Leute, die hier auschecken wollten. Die dieses Mädchen angeblich gesehen haben sollen. Die sich unwohl gefühlt haben oder generell paranormale Erlebnisse hatten. Und dann gab es 2010 hier eine Geisteraustreibung. Damit eben, ja, Hotelgäste nichts mehr zu befürchten haben müssen. Ob diese Geisteraustreibung wirklich so passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich das essen soll, ne? Ja, ich weiß, die sind große Stücke. Oder was daran ist, weiß man natürlich nicht. Könnte auch sein, dass es einfach ein Business-Move war. Da sind wir heute hier, um das herauszufinden. Alter, was veranstaltest du da? Ich weiß nicht. Du schmeißt die Pizza von A nach B. Ja, das ist wirklich krass, was hier alles passiert ist. Und das ist so. Ihr werdet es auch gleich sehen, wenn wir hier durchgehen nach der Pizza. Ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wenn du jetzt klarust, dann sieht man das hier kaumer. Warte mal ganz kurz. Wie viel MB sind 4000 Kilowatt pro Sekunde? Was? Warte mal. Wir haben grad zwei, drei. Schick Paare irgendwie hin. Mit denen habe ich tatsächlich auch vorher gequatscht gehabt. Weil erst die Idee war, zu deren Hotel, wo die nämlich für ihren Film drin waren, hinzufahren. Aber was auch vollkommen verständlich ist, Marc hat mit denen als Deal gemacht, dass er das niemandem erzählt. Ja, in einem Vertrag. Genau. Weil halt ansonsten zu viele Leute, und das ist halt immer bei diesen Thematiken der Fall. Das ist die Gefahr, dass Leute dann von diesen großen Geschichten hören und deswegen hier nicht mehr drin schlafen wollen. Das ist das Problem. Und deswegen haben wir uns was anderes gesucht. Nämlich das hier. Ist es? Mh. Warte mal. Ne, ich wollte gerade auf den Kommentarier gehen, das war schon weg, leider. Sehr gute Pizza, du. Ist ehrlich cool. Ich kann so viel aber gar nicht essen. Ich muss das später noch weiter essen. Mach doch. Mach ich auch. Da fahre ich schlafen gehen. So. Wir haben jetzt auch schon 20.20 Uhr. Perfekt eigentlich. Ich denke mal, wenn ich aufgegessen habe, haben wir halb. Darf ich auch noch in Ruhe essen? Alles gut, ist ganz in Ruhe. Danke. Und dann können wir mal das Hotel ein bisschen erkunden, ne? Mhm. Ich hoffe halt echt, dass es keine Probleme gibt, ne? Ja. Was soll ich dir sagen? Ich habe schon ein bisschen Angst. Die ist so nett. Die ist sehr nett. Die ist so nett. Ja. Ja. Und dann? Und dann? Ja und? Was sollen die uns denn sagen? Ich sage, wir haben einfach so einen Stream gemacht und dann haben wir herausbekommen. Ja, aber die will wahrscheinlich auch nicht ja sagen, weil die wird wahrscheinlich den Chef fragen, ob das okay ist, dass wir hier einfach filmen. Das stimmt auch. Ja. Mhm. Ich will auch eine Pizza schreibt, geht dich nichts an. Das schreiben alle. Leute, gönnt euch. Heute Abend könnt ihr euch gönnen. Es ist Halloween. Es ist Halloween. Der Stream geht noch ein bisschen, der wird nicht gleich beendet. Also ihr könnt euch jetzt bestellen und ganz in Ruhe später an eine Pizza reinpfeifen. Wir machen das auch immer. Wenn wir einen Abend verbringen zusammen und den Stream gucken, von wem anders, dann bestellen wir uns auch immer. Erst dann haben wir Knossi streamen geguckt. Ach ja so, legendär. Erst dann haben wir Knossi streamen geguckt. Dann gehen die gleich alle rüber oder so. Ich glaube, wir streamen heute gar nicht. Für gar nicht. Stream Knossi? Nee, die sind doch im Movie Park. Ja. Stimmt. Das siehst du, das Knossi streamt gar nicht. Montauer, ne? Mhm. Mhm. Oh, wie geil. Fröschchen hat eine Bolognese mit frischen italienischen Nudeln gemacht. Das hört sich sehr lecker an. Guten Hunger. Guten Hunger auf jeden Fall. Mhm. Ob die es erlauben, weiß man nicht. Das ist, ja, das weiß man wirklich leider nicht. Was? Was erlauben? Film? Mhm. Ich glaube, in der Vorbeschicht und so glaube ich nicht. Ich glaube, wenn die wissen wollen, warum und so. Das Ding ist, ich würde euch so gerne den Eingangsbereich alleine zeigen. Mhm. Das ist schon spannend. Ja, da ist die halt direkt, ne? Ja, da ist die halt direkt. Oder wir warten halt für den Eingangsbereich, bis die Nachtschicht da ist. Aber andererseits mit ihr habe ich schon connected. So. Was ist das für ein Karton? Wie blöd haben wir? Äh, wir haben jetzt 20 Uhr. Sag mal, bist du zu blöd, den scheiß Karton zuzumachen oder was? Ja. Komm, du musst das hier umknicken. Ja. Ja. Wusste ich natürlich. Deine Pizza hängt da halt in dem Karton. Und dann musst du das da reinstecken. Findest du? So. So, ab unter den Tisch damit. So blöd, einen Pizzakarton zu schließen. Oh, so. Jetzt, jetzt kann ich arbeiten. Jetzt bin ich, äh, erstmal gut gefüllt. Danke euch für die ganzen hier. Guten Appetit, Leute. Vielen Dank. Und auch an alle anderen, die hier gerade essen. Guten Appetit natürlich. Sorry. Guten Abend, ihr Lieben. Wann geht's endlich los? Jetzt. Wir werden jetzt langsam aber sicher das Hotel ein bisschen erkunden. Okay, okay. Warte mal ganz kurz eine Minute. Warte eine Minute. Alles entspannt. Nach und nach. Lass nicht essen und dann halt aufstehen. So. Ich würde mich jetzt schon ans Bett legen, ne? Ja, und wenn man so gegessen hat, dann... Mann, der Vorhang nervt mich. Der sieht so aus, als würde da einfach jemand sein. Siehst du was nicht? Ich mach mal. Weil der nicht so gefehlend ist. So. Soll ich das? Ist die Frage. Wenn wir das Hotel erkunden, ne? Ja. Und diesen Raum finden sollten. Soll ich das, äh, ihrem App-Gerät mitnehmen? Das K2. Ja, warte mal ganz kurz. Wir müssen noch Frühstück anmelden. Stimmt. Ja. Du nimmst nichts mit. Ich mein das ernst. Ich bin mir da nicht so auffällig, bitte. Mach das gerne nachts oder so. Und das mach nachts. Ja. Soll ich an der Rezession erstmal Frühstück bestellen und sie dann noch fragen, ob wir den, äh, hier ein bisschen das Gebäude zeigen können? Because it's a very old building und so weiter. Das ist voll komisch, ne? Das ist doch komisch. Wäre es jetzt so eine normale Mittags-Uhrzeit gewesen, ne? Dann wäre es ja noch irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber ne, ne, scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ne, macht keinen Sinn. Ich machs nicht. Soll ich dann per Telefon Diggins Essen bestellen? Ja. Okay. Aber wir müssen doch noch bezahlen, hä? Wir müssen das doch bezahlen. Ja, ja, stimmt, ne? Ja, aber da zahlt man das dann am nächsten Tag. Boah, ich hab doch mal wieder so keine Ahnung, ne? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Die führen alle untereinander immer Gespräche, ne? Ich find die mal voll lustig, wenn ich bei dir in den Chat gucke. So, Leute. Ich geh jetzt einmal kurz runter. Frühstück bestellen, dann, wenn ich wiederkomme. Dann können wir zusammen los. Ey, hier gibt's gar keine Minibar fällt mir auf, oder? Ja, die Minibar gibt's hier nicht. Boah, irgendwie hab ich jetzt voll, ich hab's schnell gegessen. Boah, ist so ein Mist, ne? Hast du alles ausgetrunken? Ja. Och, Gott sei Dank. Das ist noch zu trinken. Ich hab noch so... Boah, noch einen Schluck. Gehst du jetzt runter? Und dann kommst du wieder hier und dann gehen wir durchs Hotel, oder wie? Jo. Okay. Du kannst lange in den Chat unterhalten. Ich hab das nicht so mit Entertainment. Ehm, ich seh das auch so, weil wenn wir fragen und sie sagt so, nee, warum sollte man, dann ist das halt voll komisch dann doch damit rumzurennen. Also, dann könnte man das ja gar nicht machen. Deswegen find ich das voll komisch. Kennst du den Film Halloween? Keine Ahnung, es gibt viele Filme, die so heißen, oder nicht? Ja, das hätte ich voll die roten Augen. Wie in dem Licht. Ähm. Boah, ich kann das alles gar nicht so schnell lesen. Hast du gesagt, äh, die Cam ist etwas verschwommen? Wenn ja, dann liegt das hier, also dieser Teil ist hier verschwommen, ähm, weil mein Handy kaputt ist. Also meine Kamera. Da ist nämlich genau, da ist ein Riss. Du machst das super, Lea. Dankeschön, Alfred. Ja, mit Entertainment, da bin ich jetzt nicht ganz so geboren zu, aber naja. Wann geht's los? Ja, jetzt gleich, äh, Leon bestellt noch für uns Frühstück für morgen. Und, ähm, dann gehen wir los. Dann gehen wir einmal durchs Hotel und dann fangen wir an mit den Untersuchungen. So, was nennt man Notlüge, was nennt man Notlüge, Fröschchen? Achso, das ist voll voll gefragt, wirklich. Ob ihr für euch filmen könnt, wenn interessiert ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht, das ist halt so komisch wegen der Uhrzeiten, weil es halt so spät ist. Und, ähm, in dem Video über das Hotel wurde halt schon gesagt, ähm, dass die halt keine Lust darauf haben, dass hier immer Leute hinkommen, halt wegen einem angeblichen Geist. Ähm, die haben natürlich gesagt, dass es irgendwie, ne, Quatsch ist und so. Und, ähm, die finden das halt nicht so lustig, dass dann hier Leute genau deswegen kommen und natürlich andere Besucher nicht mehr. Ja. 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 Ja, ich finde auch du machst den Stream wirklich gut ohne Leon. Ja, wirklich, der kann langsam wegbleiben. Ich mach das hier alleine. Der hilft eh. Ja, eigentlich müsste ich hier mal mit Berkant sitzen. So nicht hier Leon mit Berkant oder äh, mit mir hier. Kannst du mal Justin Lai grüßen? Ich denke, er ist an Leon gerichtet, deswegen gebe ich das gleich weiter. Ja, aber wenn ihr nur den Abend zum Film habt, dann ist es eben so, ja, ich habe halt ehrlich gesagt nur ein bisschen Angst. Also ich glaube, sowas bringen wir dann, wenn ihr uns da anspricht, was ich aber nicht glaube, dass wir angesprochen werden darauf, dann sagen wir das natürlich. Aber ich glaube, wir werden da jetzt nicht hingehen und sagen, ja, können wir filmen, weil hinterher sagt sie ja, nein, oder es muss vorher irgendwie abgesprochen werden. Und dann stehen wir da und dann können wir ja gar nichts mehr zeigen, deswegen kann ich ja wahrscheinlich einfach so machen und gucken, ob dann jemand was sagt oder halt eben nicht. Ja, eben, ich sage es so, nicht Leon Bergkant, sondern Leon Bergkant. Wäre auch mal lustig. Wenn er das hören könnte. Der wird sich das wahrscheinlich angucken. Ich weiß ja nicht, ich glaube, der wird das zusammenschneiden. Oder Bergkant macht das. Dann wird Bergkant sich jetzt freuen. Und hast du etwas Bammel leer mit den Untersuchungen gleich? Es geht tatsächlich, also ehrlich gesagt, selbst wenn da jetzt irgendwie was rauskommt. Ich hoffe jetzt nichts Extremes, also wenn ich jetzt nichts Handfestes habe, wie zum Beispiel ein Bild auf einer Kamera irgendwie von dieser, keine Ahnung, was das für eine Kamera ist, oder von der Kinect, dass man da irgendwas extrem krasses sieht, so menschliche Umrisse, die dann so laufen oder so. Ja, dann hätte ich doch schon Angst und dann würde ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr schlafen wollen. Und dann hat sich das mit dem Frühstück, weil dann möchte ich nämlich nach Hause. Aber wenn jetzt nichts passiert oder man nur sagen kann, ja könnte, aber, ne, dann kann ich hier ganz normal schlafen, dann passt mir das. Okay, alles klar, wir können. Frühstück ist gebucht. Was? Kannst du mal Justin Lai oder Lai grüßen? Justin Lai, ganz liebe Grüße. Das war gerade, aber ich glaube nicht, dass das an mich war. So, jetzt geht's los. So, also wir testen das jetzt einmal. Hast du zwei Paar Schuhe mit? Ja, ich hab zwei Paar Schuhe mit. Nicht dein Lärm. Wir testen das jetzt einmal, Freunde. Weil wir, wie gesagt, ein bisschen unauffällig filmen müssen. Ziehst du die Jacke? Das heißt, ich würde wahrscheinlich das Handy so halten. Ihr müsst jetzt nur einmal sagen, ob ihr mich vom Sound her versteht und ob ihr alles seht. Ich denke schon, ja. Wenn ich so rumlaufe. Das hat Gott nur noch. Ich mach mal Helligkeit runter auf dem Bildschirm. Ich kann jetzt eher weniger auf den Chat eingehen. Ton aus. So, Schlüssel hab ich mit. Müssen wir noch abschließen. Kannst du das mit dem Abschließen regeln? Okay, ja. Hier sieht man schon ganz gut. Den Look. Meistens ist alles sehr, sehr alt. Hier gibt's auch noch Zimmer. Das sieht schon ein bisschen spooky aus, wa? Boah, guck mal, hier sind auch noch Zimmer. Guck dir das mal an. Hier sind auch noch Zimmer. Da stehen die aber auch so ein bisschen alt. Ja, kannst ruhig noch mal reden, sonst ist das komisch. Aber es riecht halt ein bisschen alt auch. Es riecht ein bisschen alt. Hier geht's auch noch weiter. Aber okay. Wir können mal da hinten gucken. Da kann man anscheinend noch hoch. Wir können uns ja mal ein bisschen umgucken hier. So. Hast abgeschlossen, ne? Und hier sieht man auch schon ganz gut. Hier sind überall so alte... Also auch hier steht nichts, alles gut. Aber hier sind überall so alte Bilder und alles drum und dran. Unten sind auch Bilder, die wirklich... Also ich denke, das sind generell alles Bilder. Die... Ja, ich weiß, das ist wirklich ein bisschen unheimlich. Dieser Stuhl da. Aber... Da geht's auch noch lang. Okay, hier ist nur Fahrstuhl. Boah. Alter. Das hat schon... Okay, da hört jemand an. Das hat schon einen unheimlichen Flair auf jeden Fall. Ja, Hotel Rooms. Ja, da geht's weiter. Dritte Etage. Dann gehen wir mal hoch. Falls übrigens jemand fragt, hier ist keine Maskenpflicht in dem Hotel. Also hundert euch nicht. Und wir sind geimpft. Das kommt auch dazu. Oh. Weiß ich nicht, was das für ein Saal ist. Oh, guck mal. Aber hier sind auch nochmal... Oder ist das hier nur für Mitarbeiter? Ich glaube auch nicht. Komm, wir gehen mal wieder runter. Ah, ist gut. So. Obwohl tatsächlich wir ja mal einmal nach dem Raum gucken könnten, ne? Nein, da steht kein Raum. Da stehen keine Raum, aber ich hab geguckt. Da stehen keine Raum. Aber das macht auch keinen Sinn. 4.01 gibt es ja eigentlich gar nicht. 4.01 gibt es gar nicht. Das ist echt gut. Wie im Horrorfilm, wa? Wie im Horrorfilm. Okay, also da stehen keine Zimmernummern ganz oben. Ja, hier ist unser. Und dann können wir jetzt nochmal einen runter. Da, wo wir jetzt hingehen, soll der Mann im Sessel sitzen. Okay. So. Okay, also das ist jetzt erstes Obergeschoss. Das erstes Obergeschoss. Und das hier könnte zum Beispiel der Sessel sein, in dem der Besitzer von damals noch sitzen soll. Aber warte mal, welche Tür ist denn jetzt zugegangen? Die ist jetzt zugegangen erst? Okay, okay. Hab ich schon gedacht, ey. Wir können auch nochmal ganz nach unten, aber da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist also ein Spiegel. Hallo, da bin ich. Wir wüssten auch vielleicht mal, dass dieses uralte Bild von damals, 1897, müssen wir finden. So, jetzt gehen wir nach ganz unten. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, weil da Rezeption und alles ist. Wir gucken einfach mal, was uns erwartet. So. Guck mal, man sieht hier auch ein altes Klavier. Telefon. Guck mal, ist das eine alte Waage? Das ist doch eine Waage, oder? Komm mal. Guck mal, Leute, hier ist eine Waage. Kann ich mich hier draufstellen? Soll ich mal gucken? Wie viel wiege ich denn? Oh, 81,5. Mit Anzusachen. Mit Anzusachen und nach dem Essen? Das ist doch okay. Aber guck mal, hier ist so eine alte Feuerstelle. Krass. Und da sieht man auch Bilder, wie es früher aussah. Aber es ist nicht ganz gut zu erkennen. Ja, alles gut, selbst wenn man es jetzt rausfindet, ist es ja nicht schlimm. Hier zum Beispiel sieht man ja, hier ist Prinz Willem-Alexander-Saal. Also es gibt hier auch verschiedene Seele und so. Schon interessant, ne? Wir können gleich mal auf Google gucken. Wir können auf Google gucken. Was soll noch mal auf Google zu sehen sein? Ja, da ist so Dingens, ne? Das ist im Speisesaal, das ist das Ding. Hier gehen wir erstmal wieder hoch, wa? So, oder? Oder ich gehe jetzt einmal nachfragen. Wir haben noch wenigstens zu verlieren. Ob wir das einmal ein bisschen zeigen können. Ich weiß nicht, Leute. Ja, ich weiß auch nicht genau, ey. Aber das ist auf jeden Fall schon mal das Hotel. Ich muss sagen, diesen Stuhl fand ich echt unheimlich. Diesen Stuhl fand ich wirklich unheimlich. Machst du auf? Ja, okay. Die Tür geht wirklich sehr langsam zu. So. Fragen kostet nichts, sehe ich genauso. Warum machst du denn hier die Tür zu? So. Ey, vielleicht kann ja auch hier einer im Chat erklären, ne? Guck mal, andere Leute hängen ja nie raus, dass man nicht gestört werden will, ne? Ja. Und wir müssen das ja jedes Mal morgens raushängen, damit die Leute, also die Putzfrauen, halt nicht einfach reinkommen, ne? Ja, ja. Wenn man schläft. Ja. Aber die kommen ja trotzdem einfach rein. Ja, ja, ich weiß. Aber die anderen haben das Problem nicht. Sind wir einfach nur langschläfbar, oder was ist das Problem? Ja. Jetzt mal ehrlich. So, ist jetzt die Frage, soll ich einmal fragen gehen? Verliehen, guck mal, am Ende des Tages, wir sind immer noch für die Paranormal untersuchen hier auf dem Hotelzimmer. Ich brauchte nichts davon erzählen. Oh, naja. Ich habe halt nur, dass wir hier gleich laut haben, auf den Pieps-Ding. Ja, und das Problem wäre auch, ich hab halt mal an. Stimme mal vor. Ich bin halt... Das Problem ist halt, wenn sie wirklich fragen sollte, ja, wie heißt denn dein YouTube-Kanal, oder sonst was, oder, oder, oder. Ganz egal. Ich will wahrscheinlich fragen, für was denn, oder warum? Genau, für was wird sie fragen. Ich will sie fragen. Und dann sieht man den Stream, und wir gehen wieder hoch und fangen an mit der paranormalen Untersuchung. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, es zu fragen. Ich hab halt Angst. Aber warte mal, was würden wir denn jetzt noch zeigen? Genau, ich wollte gerade sagen, was würden wir jetzt noch zeigen? Den Speisesaal können wir eh nicht zeigen. Da sind Leute, die können wir nicht zeigen. Was wir machen können, ist, wir können einmal auf dem Handy das Bild raussuchen, wie das hier früher aussah. Ja, und das eine Bild, das könnten wir ja auch wenn morgen fotografieren, wenn wir das jetzt nicht finden. Ja. So, Moment, Leute. Ich suche euch einmal... Ich suche euch einmal das Bild raus, meine Lieben, Leute. Ich suche mal die Schuhe aus, weil ich jetzt nur mal aufhabe, ne? Boah, mir ist es richtig warm. Ich mach 5 Uhr. Ja, aber mach die Heizung da raus. Boah, hast du schon lange gemacht? Ja, da. Alter, du hast hier echt auch 5 Uhr gemacht. Natürlich hab ich auch 5 Uhr gemacht, zwar nicht, doch nicht. Okay, Leute. Können wir das wieder so machen? Ja, so können wir es schon. Das fand ich angenehmer. Okay. Also, jetzt habt ihr wenigstens auch einmal das Hotel ein bisschen gesehen. Natürlich könnt ihr jetzt nicht so viel sehen wie wir. Der Eingangsbereich, den habe ich in meiner Story gefilmt bei Instagram. Und jetzt sagen auch viele nicht fragen. Ja, ja, nicht fragen ist besser. Die einen sagen ja, frag ja und sagen nein. Aber ich bin tatsächlich eher für nein. Weil ich denke, man muss nicht auffälliger sein, als man hier schon ist mit einer Kamera. Benuel, das Problem ist auch, ich kann nicht fragen, ob ich für Freunde oder so filmen kann. Ich habe hier das riesen Gimbel. Ja, ja. Das ist das Problem. Und du sprichst die ganze Zeit. Und ich spreche die ganze Zeit. Das macht keinen Sinn, wirklich. Die sind ja auch nicht blöd, ne? Ja, ja. Die war jetzt auch nicht alt oder so. Nein, nein, die ist nicht doof. Vielleicht Mitte 30 oder so. Ja, ja. Ich gucke mal, ob ich das Bild finde auf Google. Ich frage für einen Freund. 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 Kann er streamen hier? Alter. Ich wäre ja so Standard, ne? Zumal ich musste ja auch überall E-Mail-Adresse und Kontaktdaten angeben. Überall steht Leonty. Ey, stimmt. Da steht der auch. Okay, nee. Das ist voll unangenehm. Das machen wir nicht. Stimmt. Ich gucke gerade mal, ob ich das Bild finde. Also hier sind auf jeden Fall einige uralte Bilder. Aber die Leute, die Rezensionen schreiben für Google und Bilder machen und Videos fragen doch auch nicht. Ja, ich glaube, das Problem ist aber, dass wir ja hier so zu sagen, Alter, wir unterstellen dem Hotel jetzt nicht, dass wir Geister sind. Aber... Wir bringen es halt wieder damit in Verbindung. Genau, wir bringen es halt damit in Verbindung und das kann halt rufschädigend für das Hotel sein. Und ich sage mal, bei Googeln ist halt jetzt was anderes, als wenn man halt so einen Livestream darüber macht oder halt ein Video. Okay, also hier zum Beispiel sieht man ein Bild. Moment, ich komme ein bisschen näher. Guck, das ist hier, was du sehen. So, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. So sah ja das Gebäude hier 1903 aus. Also es hat schon wirklich eine lange, lange, lange Vergangenheit hier. Zeig mal. Hä, verstehe ich nicht. Wo sind wir denn? Reingegangen? Ach, dahinter. Ach, hier rum, ne? Und hier ist der Speisal, ne? Genau, genau. Ah, jetzt verstehe ich. Die haben wahrscheinlich angebaut oder so, ne? Ich denke auch, dass die angebaut haben über die Jahre. Das sieht schon krass aus. Nee, 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 nee. Tatsächlich ist es so, da wo man, äh, dass das Café angebaut ist. Das Café ist angebaut. Echt? Ja, guck. Oha, das heißt, wir sind sogar wirklich in den alten Teilen. Wir sind im alten Teil. Aber das sieht man auch, finde ich, zum Beispiel an den Türrahmen. Ich glaube nicht, dass die neu sind. Ja, ja, wir sind auf jeden Fall im alten Teil. Also wir sind im alten Gebäude. Mhm. Und, äh... Also der Speisensaal ist angebaut, ne? Das Ding ist, was Robbe gesagt hatte mit dem Raum 401. Ja. Ach, wo ist der denn dann? Sollen wir noch einmal gucken gehen? Aber da stehen ja keine Raumnummern, weißt du? Oder soll ich noch einmal alleine gucken gehen, ohne Kamera? Und dann komme ich wieder. Ja, aber ich... Aber da stehen ja nur nahe, wo er will zum Wissen, wo 401 ist. Weil anhand der Bilder man feststellen kann, welcher der Raum ganz rechts war. Ja, dann guck mal bitte. Ja, anhand Bilder. Ja, guck, das hier sind die alten Bilder von dem Gebäude. Ja. Egal. Glaub mir einfach. Ich geh kurz gucken. Ne, guck mal, guck. Ich hab eine Wetterie. Der guckt doch auf dieser Seite hier, wo halt 201 ist. Und dann gehst du halt ganz hoch. Sie ist ein Genie. Sie ist ein Genie. Sie ist ein Genie, Leute. Okay, deswegen... Ich bin sofort wieder da. Ja. Ist gleich. Fand ich auffällig, bitte. Danke. Im vierten Stock. Ja, das wissen wir auch nur, als wir ja im vierten Stock gerade waren. Da stehen halt keine Zimmernummern, sondern da stehen Namen. Also, ich denke mal, von den Mitarbeitern oder so. Da steht halt Saal von und dann irgendwas. Ja, ich bin ein Genies, Mann. Ja, Leon geht jetzt kurz und ich hab schon wieder Angst. Ich mag das, bin ich ja leise. Wenn gleich ja die FPS auf Null sind, bin ich ja ganz allein. Wie mit der Pizza. Boah, ich mach das gar nicht. Ich sitz hier voll weit weg und dann kann ich nie den Chat lesen. Du brauchst es nur abzählen. Äh, ja, wir haben ja jetzt geguckt, also, Leon, guckst jetzt, wo hier 201 ist, dann geht ihr halt nach ganz oben. Das ist ja immer gleich. Stell dir mal vor, es kommen jetzt Geräusche in deinem Raum oder so. Ähm, ja, das wäre ganz schön schade. Nein, aber es kommen ja von überall Geräusche. Wenn man jetzt auf Fenster auf der hat man die, äh, ja, es ist auch nicht wirklich eine befahrene Straße, aber fahren immer mal wieder Autos lang. Ähm, mal eine Frage. Wie denkst du über Esoterisches als Leons Freundin? Ehrlich gesagt, habe ich mich damit gar nicht richtig befasst. Also, damit kann ich jetzt, da kann ich jetzt nicht wirklich zu einer Meinung haben oder so, weil ich mich damit einfach zu wenig befasst habe. was wäre ein Grund dafür, dass du an sowas glaubst? Ja, also wie gesagt, äh, noch, äh, glaube ich daran halt nicht. Ähm, ich finde, Glauben ist sowieso so ein schweres Wort, weil vor allem was mit Paranormales in Verbindung zu bringen, weil es gibt manche Sachen, klar, die lassen sich nicht erklären, aber ich würde es jetzt auch nicht immer aufs Paranormale dann schieben, so, ich weiß, weiß ich nicht, also jetzt Paranormal, okay, so, aber kaum, das immer direkt in Verbindung zu bringen mit, ja, das könnte ein Geist gewesen sein oder so, das finde ich so manchmal so ein bisschen weit hergeholt. Aber oben können die Mitarbeiterräume sein. Ja, das denke ich halt auch wegen den ganzen Namen. Sind die Wände dünn? Ähm, äh, es ist schwer zu beurteilen. Ich würde schon sagen, ja, wobei sind die nicht beim Altbau eigentlich dicker? Weil ich finde die schon dünn. Ey, irgendwie siehst du bekifft aus. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie wegen dieser Lampen und so. Aber keine Angst. Ich konsumiere nichts. Frei von allem. Kennst du den Film The Secret? The Secret? kennst du den Film The Secret? Nee. Gut. Ich dachte schon, es ist jetzt irgendwie ein bekannter Film, den ich will nicht kennen. Aber Leute, ich muss mich enttäuschen, diesen Raum gibt es nicht. Sag ich doch. Den gibt es nicht. Sag ich doch. Aber was ist das denn mit Raum 401? Aber wie, den gibt es nicht? Hast du hier Raum 201 gefunden? Nein. Wie? Wo fängt das denn an? bei irgendwie 50 oder das ist voll weird. Ja, es ist richtig komisch gemacht. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Und du warst auch in diesen Seiten Dingern? Mhm. Wie, das fängt bei 50 an? Wir sind doch auf 245. Ja, wir sind auf 245. Ich weiß nicht, der ganz hinten ist 50. Hä? Dann kann das doch nicht bei 250 an? Ich weiß, ja doch. Willst du dich gerade verarschen? Es ist wirklich komisch. Wo fängt das denn an? Auf jeden Fall finde ich den Raum nicht. Was ist die erste Zahl? Hast du das gesehen? Irgendwie 50, 250. Aber es kann auch die 250 sein, die erste Zahl. Wie wird es 245 jetzt sein? Ja, aber da hinten war 250. Ich schwör's dir. Ja, ist doch egal, was da hinten ist, was die erste Zahl generell nicht auf dem Flur ist. Ich hab für mich kein 1 gefunden. Das ist wirklich, ich hab's nicht gefunden. Wirklich jetzt. Oh Mann. Ey, hast du jetzt, hast du mich jetzt angefürzt beim Vorbeigehen? Nein. Dein Ernst? Ich hab's voll gehört, ne? Ekel. Ey, guck her. Sicher gibt es meistens natürliche Erklärungen, aber es gibt durchaus Dinge, die außerhalb des Normalen existieren. Ja, also da gebe ich dir recht. Das wird definitiv so sein. Es gibt ja auch viel, was wir Menschen nicht sehen, hören oder irgendwas können auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, ich find, dass es generell einfach schwer ist. Mit dem ganzen Paranormalen, es ist halt nicht zu 100% zum Beispiel bewiesen, dass es halt Geister gibt. Und ich bin halt dann so ein Mensch, warum soll ich dann richtig daran glauben? Aber ich bin auch so, zum Beispiel, ich bin ja eigentlich religiös erzogen worden, aber ich würde jetzt auch nicht zu 100% sagen, dass ich an Gott glaube, weißt du? Weil da hab ich ja auch nichts Handfestes. Mhm. Das ist halt so gleich wie mit Geistern. Solange du nichts Handfestes hast, willst du nicht zu 100% behaupten, irgendwas gibt es oder gibt es nicht. Ja, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ja, alles gut. Das geht auch eigentlich in die Richtung, in die ich glaube. Ja. Nur hast du da noch ein bisschen, ich will nicht sagen, gleichgläubiger bist, aber so, du bist... Offener, was die ganze Thematik vielleicht angeht. Ja, heißt das offener, weil ich bin ja eigentlich auch offen dafür, ne? Mhm. Aber, ähm, dann würdest du es eher glauben, wenn was passiert, was man jetzt nicht erklärbar ist, als ich, weil ich möchte wirklich irgendwas haben, wo ich wirklich sehe, okay, das ist so, weißt du? Ja, ich verstehe schon. So, keine Ahnung, würde ich jetzt einen Geist richtig sehen mit meinen eigenen Augen, oder so, was ja irgendwie wahrscheinlich nicht geht, aber, so, dann würde ich es glauben, aber so nicht. So. Schwer mich zu überzeugen. Also, die Sache ist die. Ja. Was machen wir? Diesen Raum haben wir schon mal nicht gefunden. Ich glaube, den gibt es auch wirklich gar nicht. Das ist halt, glaube ich, nur ein Gerücht, weil das macht auch keinen Sinn. Das Haus hat nur drei Stockwerke, und deswegen ist es ja logisch. Vielleicht, guck mal, vielleicht, das ist aber, das wird wieder eine Lea-Theorie, Okay, okay. Vielleicht hat es ja immer, du bist eh gelacht, das Haus. So eine Sau, ehrlich. Baby, du bist Bara, das stinkt auch noch, scheiße. Das war, du bist die Pizza, das doppelte Lalo. Du bist so eine ekelhafte Sau, ne? Ey, oha, was, warte mal, was war die Nachricht? Falls du einen alten Warenaufzug, Zimmeraufzug findest, kannst du mit der Taschenabwehr hochleuchten, um zu prüfen, ob da noch andere Ausgänge sind. Tatsächlich, bin ich gerade damit gefahren. Mit den alten Aufzugs? Ich bin genau mit diesem, ne, nicht der hier, der hier ist, sondern da hinten ist auch noch einer. Und dieser Aufzug, da läuft sogar noch so alte, uralte Fahrstuhlmusik drin, und da passt auch nur so eine Person, ja, ja. Lass da gleich nochmal hin. Das ist echt cool. Also das ist wirklich, der Ort hier, der hat es in sich. Der ist schon noch irgendwie guselig. Ich habe mich auch schon mal bei dem Fahrstuhl, der ist ja jetzt auch nicht so neu, der hier. Auch wenn man 1900, ihr mag es sein, 70, 60 oder so, weil es da reingegangen bin, geht das erstmal so weit runter, da ist ja voll Angst. Ja, ja, ich weiß, das ist ja echt. Aber was ich gerade sagen wollte, wegen meiner Theorie, was ist, wenn das bevor dieser ganze Geisterkram hier angefangen hat, das hört sich voll negativ an, dann kriege ich gleich Karma. Halt Zimmer von zum Beispiel 101 bis 150 gab und dann 201 bis 250, und dann, weil das hier mit dem Zeug angefangen haben, wollen die ja nichts mehr in Verbindung bringen, und haben das dann geändert. Von 150 aufwärts, oder von 140 aufwärts und halt 240 aufwärts und so, weißt du? Was wird das nicht machen? Ich überlege gerade, ob wir einmal zusammen mit Kamera gucken gehen wollen, ob wir den Raum finden, aber wir finden den nicht. Aber ich habe auch nichts von den tieferen Zahlen gesehen. Ich habe nochmal den Robbe. Was ist euer Plan für heute Nacht, Leon? Ich beantworte es einfach. Nein, also ich glaube, wir versuchen das Mysterium gerade mit dem Zimmer zu lösen. Ja, das wäre schon mal interessant. Das verstehen wir halt irgendwie nicht ganz, dass wir halt den Zimmer 401 nicht finden und halt es generell auch zum Beispiel bei uns hier kein 201 gibt und halt keine tieferen Zahlen, was irgendwie ganz random irgendwie ist, ganz komisch. Und danach wollen wir auf jeden Fall noch die paranormalen Untersuchungen machen. Warte, wir müssen erstmal eigentlich feststellen. Was? Der Eingang hier, das ist der Eingang, wo wir rein, nee. Wo wir rein sind oder ist das da vorne? Guck mal, da unten. Nein, 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 nein. Alter, mal. Wir müssen erstmal uns einen Überblick verschaffen, Leute. Nee, 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 nee. Wo wir reingegangen sind. Wo wir reingegangen sind. Und daran wurde dann halt schräg angebaut mit dem Saal. Weißt du? Das wir zusammen machen. Das wäre erstmal, das wäre eigentlich das zweite Obergeschoss, wo der Raum ist. Aber warum 400? Das macht gar keinen Sinn. Ich frage jetzt mal kurz Robbe, weil der Robbe, der hat sich, der hat einen Überblick über die Geschichte. Der Robbe hat einen Überblick über die Geschichte. Der hat das alles recherchiert, weil das alles holländisch ist. Wollte ich gerade sagen, sag auch, dass es holländisch ist. Digger, Digger, ich verstehe es. Ja, wir sind da reingegangen, hab ich doch gerade gesagt. Ich verstehe es, glaube ich. Die haben den Raum weggemacht. Wie, die haben den Raum weggemacht? Ja, ja, die haben den Raum weggemacht. Ah, jetzt verstehe ich. Der müsste jetzt eigentlich hier bei uns sein. Und zwar ungefähr da, wo der Fahrstuhl ist. Ja. Direkt da gegenüber, also von dem Fahrstuhl halt praktisch, wo du durchläufst. Eigentlich direkt der erste Raum rechts. Ja. Ich gehe jetzt noch mal gucken. Ja, mach mal. Gott, ey. Wie, die haben den Raum weggemacht? Ja, wir denken, weil die da angebaut haben, halt über eine Ecke praktisch, dass sie halt den Eingang hier mit dem Eingang vom Speisesaal verbunden haben, also Haus an Haus. Und, ähm, weil die Häuser halt so hervorgeschaut haben, äh, also die, äh, Räume, haben die die wahrscheinlich weggemacht. Also, so können wir uns das jetzt neu erklären. Äh, weil das ja nicht geht, sonst hätte dieser Raum ja kein Fenster. Puh, Leute, wie heißt das Hotel denn? Äh, das sagen wir nicht und wäre auch lieb, wenn das kein anderer sagt. Ähm, wie gesagt, äh, weil wir einfach das Hotel damit schützen wollen, beziehungsweise die Besitzer des Hotels. Und die halt auch darum gebeten haben. Jetzt nicht uns, aber, ähm, halt in den Videos. Ich kann gar nicht so schnell lesen. Es kann gar nicht so schnell lesen. Ähm, Diethof. Ich glaube, das waren die und... Auh. Nein, Thales. Also. Und? hast du gefunden das probleme also das 251 der erste raum ich habe jetzt ein video gemacht ist jetzt natürlich qualitätsakt ein bisschen aber ich zeige es euch jetzt noch einmal doch doch und zwar da ist das fenster da ist das fenster und dann ist da direkt ja da ist ein fahrstuhl schacht für elektriker und dahinter ist der normale fahrstuhl schacht genau dann müssen die das wurde den fahrstuhl da reingebaut haben oder so müssen wir weg gemacht haben ich hätte jetzt gedacht dass sie das weg gemacht haben weil die halt ja den saal daran gebaut haben ja ja da sind jetzt neue räume sozusagen ja praktisch umstrukturiert werden muss weil die fenster machen ja dann keinen sinn ja die fenster machen keinen sinn hallo meine batterie schließen wir schließen schon mal eine powerbank an haben wir hier kein ladekabel oder was ja doch aber ja doch wie schnell dann leer geht ja okay das tun wir jetzt auch drei stunden deswegen sollte es wir machen jetzt folgendes wir machen jetzt auch folgendes wir fangen jetzt an alles vorzubereiten für die erste paranormale untersuchung ich verbinde mich jetzt einmal wieder mit dem wlan falls die video verbindung weg sein sollte und der stream hängt wartet einfach 30 sekunden bis eine minute refresh mal das video und dann sollte wieder alles funktionieren genau ich werde das wlan wieder einschalten gibt mir mal so jetzt ist weder wieder eingeschaltet wird wahrscheinlich kurz weg sein und dann das war kein vogel das war ein mensch aber da ist keiner wieviel uhr haben wir guck mal bitte 21.05 das war jetzt echt voll komisch das war jetzt wirklich komisch das ist doch gehört doch die Diese ist ja so gefiffen so auf die klingelton war so hat sich auch voll laut angehört ja das fängt ja jetzt schon an hat das pfeifen aufgehört ja das müssen wir auch eigentlich gehören weil es nicht leise war das schön gehört heute hat man zweifel gehört schreibt ja ja ob man es gehört hat hat man es gehört okay so ich wundern einmal das gimbal so eine sekunde handy anschließend so alles klar leute so jetzt heißt es eigentlich alles aufzubauen das waren bestimmt eure nachbarn aber es hat sich angehört als wir das wirklich von draußen unten bauen wir haben auch keinen viel das dunkel hat sich aber auch angehört als wir das von draußen unten kommen das hat sich nicht angehört als wir das nebenzimmer oder so kommen also tatsächlich ist es auch so tatsächlich ist es so dass alle nebenzimmer die hier sind dunkel sind also hier sind wir haben ich habe generell das gefühl hier sind kaum leute auch als ich unten an der rezeption weil ich habe nicht eine andere person hier gesehen nicht eine jahre hier gehen viele leute hin zum essen wenn ich richtig gelesen das kann sein aber stark besucht ist das hier nicht also so restauration mäßig okay 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 hast du getrunken ja ne ich stelle passt jetzt auch hier gibt's auf mech' auf twitch keine werbung so leute du sonst kannst du auch guck mal wenn das handy so nimmst dann kannst du so ein bisschen mich film dabei weißt du du kannst dich hier hinsetzen wo ich jetzt sitze kannst du wieder zu machen ist richtig kalt hier ja pass auf was ist jetzt los hier ehrlich die nimmt einmal das handy na ehrlich du musst es einfach nur vorsichtig so halten setz dich ruhig fast die macht es sich schwer hallo das geht so und mit dem stick eigentlich kannst du es hier so halten und dem stick kannst du es dann so bewegen ja habt ihr wie ich weiß immer wieder ausgesprochen wird haben wir alles mit aber planen wir erstmal nicht benutzen das ist nicht der plan das ist ja voll cool hier mit dem ding so ok was machen wir als ernst ne bis gleich muss eben mit dem hund raus also erstmal müssen wir temperatur messen hier ist wahrscheinlich wärmer als gerade sein aber noch ernsthaft jetzt noch mal wieder die heizung an hast du gut erklärt lehrer danke was habe ich erklärt habe ich erklärt vielleicht war es um die frage ging ich weiß jetzt nicht mehr um was es ging tut mir leid frauen und technik kalt grins das sehe ich genauso hallo nein spaß deswegen halte ich auch nur das ding und du machst da alles fertig und du filmst da hinten hin nein ich bin oh hier bitteschön ich würde das lassen mit dem wija brenn äh ja ich bin auch nicht so der freund davon deswegen machen wir es auch nicht aber auch tatsächlich nur weil ich das so ein bisschen erzwungen finde also das finde ich ist so eine erzwungene art mit geister zu kommunizieren aber ich weiß nicht ja ich weiß das sieht ja auch wieder jeder an was ne wenn du möchtest können wir auch heute eine blinde spiritbox sitzung machen bzw eine blinde portalsitzung machen warum blind blind weil dann einer von uns sich kopfhörer rein macht und nur hört was aus dem portal rauskommt und der andere geht beispielsweise ins badezimmer stellt die klagen und ja gut es funktioniert schlecht das macht doch keinen sinn ja wir haben keine dritte person deswegen geht es nicht äh ok vergesst was ich gesagt habe hä du hast du voll einfach rum blind kennst du keine blinde äh ja gut du kennst keine blinde spiritbox sitzung doch das ist der eine in dem Raum ist der andere in dem Raum man weiß nichts voneinander was das ding sagt und der eine weiß nicht was für Fragen gestellt werden genau und dann kommt man halt ob das passt der eine spricht nur die Antworten aus ja gut aber doch man könnte es machen sogar mit einem walkie talkie ja aber hier im wahlzimmer du hörst doch alles durch geh mal ins wahlzimmer man hört das nein das ist ja nicht schlimm hauptsache du hast auf den Kopfhörern das ding und hörst nur die Antworten du darfst selber nur die Fragen nicht hören ja ok das könnte man ausprobieren das könnte man ausprobieren verstehst du ja ja dass ich praktisch dann höre du fragst und ich höre und wenn ich dann was höre dann antworte also gebe ich über walkie talkie durch was ich gehört habe genau das werden wir beide natürlich erst im Nachhinein auswerten können aber der Chat zumindest der kriegt es direkt mit ja deswegen können wir mal ausprobieren ok warum schreiben jetzt alle schon wieder irgendwelche Zahlen rein schreibt ihr wieder wie alt ihr seid das mit jedem stream ne das ist schon lustig boah man hört hier echt alles ja ne da läuft einer mit Latschen rum boah ich fühl mich voll komisch mr spooky ist dann 106 wenn die gerade schreiben wie alt alle sind hey Lea wir Frauen sind technisch nicht schlechter als Männer also ich würde ganz ehrlich sagen was technisch angeht bin ich jetzt nicht ganz so begabt aber zum Beispiel was handwerkliches angeht bin ich viel begabter als Leon ey vorsichtig obwohl das ja auch obwohl man ja auch sagt so Männer beherrschen das Handwerk mehr oder technisch und so oder bist du begabter viel begabter das kann sein das kann sein sagt er das ist 100% so Schnauze so das erste interessante was wir jetzt haben wenn man alles hört seid nur froh wenn eure Nachbarn sich keine vergnügliche Nacht machen ja das wäre stell mal vor und wir würden das hier hören und würden richtig Angst haben okay also wir haben hier das erste interessante nämlich ja die Kinect Kamera stell lieber auf die ist schon aufgestellt Lea hat Leon das Video von Para Ink gesehen gestern hast du? ne leider noch nicht ich habe keine Zeit dazu gehabt muss ich mir auf jeden Fall noch reinziehen ja gestern haben wir tatsächlich angefangen alles schon umzuräumen in der alten Wohnung wir waren echt stundenlang damit beschäftigt Kleiderschränke und so auszusortieren so hier haben wir es Moment Hallo Kinect jetzt geht es vor für Efect ich habe zuhause alles getestet aber Kinect die schreiben ja immer noch alle Zahlen rein jetzt oder? ja jetzt hat es auf jeden Fall du 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 gemacht gerade nicht ne? ne ich meine nicht vielleicht doch doch und ich habe es nicht wahrgenommen jetzt klappt es auch ja siehst du äh du kannst es einmal zeigen ja ich zeig das ja ich zeig das so und zwar sehen wir jetzt hier ähm wie kann sich das normal wieder einstellen so also wir sehen jetzt hier die Kinect ich werde das jetzt einmal demonstrieren ähm die füllen wir jetzt einfach nur in den Raum rein so die funktioniert halt mit Infrarotpunkten das heißt theoretisch funktioniert es auch in der kompletten Dunkelheit das können wir auch gleich einmal testen aber wenn jetzt ich zum Beispiel hergehe und mich hier hinten hinstelle seht ihr? dann erkennt mich das Ding direkt ja und ich sage euch jetzt einmal um das zu demonstrieren das funktioniert auch in kompletter Dunkelheit wegen den Infrarotpunkten ich zeig das jetzt einmal mhm jetzt habe ich aber Angst hey 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 so Moment aber da ist gleich nicht ganz dunkel ne? nein nein oh Gott sei Dank ja man sieht das schon so und auch jetzt schönes Becken schönes Becken so und das liegt daran wir können das hier auch einmal groß machen Moment so jetzt da sieht man es jetzt ganz gut du kannst auch ruhig so machen was? so da sieht man es jetzt ein bisschen besser was hast du denn jetzt gemacht? und zwar es ist gerade wirklich stockdunkel aber man sieht trotzdem seht ihr das? man sieht trotzdem ein Ding das heißt mein Körper heißt das auch ja mein Körper falls jetzt hier irgendwas sein sollte oder neben mir auftaucht dann würde ich das schon als zumindest paranormal oder eine Anomalie bezeichnen also das wäre schon komisch wenn da jetzt irgendwas auftaucht weil es dürfte sich halt eigentlich nichts bewegen aber ich kann auf jeden Fall mal die Kinect nein das ist jetzt nicht so feierlich wenn da was passiert dann habe ich nämlich Angst tja das tut mir sehr leid ach ich stell die mal so auf wie Kinect dass sie ein bisschen mehr den Raum überblickt so so nämlich wenn ich die jetzt wahrscheinlich hier hinten hinstelle pass auf dass du nichts abreißt guck mal hier hat sie nämlich viel mehr vom ganzen Raum oder? ist doch besser ne? ja ja das ist gut so jetzt kann ich auch noch die ein bisschen runter tilten das Ding ist ja echt cool ist geil ne? theoretisch könnte ich sogar noch ein bisschen mehr hier in die Richtung aber der erkennt mich gar nicht ja weil du da hinten sitzt und der Stuhl vor dir steht wir müssten erstmal hier generell alles aus dem Weg kommen oh jetzt jetzt aber irgendwie ist das nah nah wenn mein Körper so aussieht dann muss ich mir aber Sorgen machen warte mal wir stellen mal den Stuhl ins Blickfeld von der Kamera so oder? warte mal oder hier den Stuhl hin wir stellen ihn mal hier hin so dass theoretisch wenn irgendwas kommt dass das Ding das auch wahrnimmt so hier hat's einen ganz guten Überblick über den Raum oder? ja würde ich schon sagen wenn hier irgendwas kommt oder so dass sie Parang ist ein YouTuber der sich auch mit äh Paranormalen befasst ich hab das extra gemacht und warum jetzt? ich wollte mal dein Gesicht von nahe sehen ja und? wer soll jetzt mal sagen, dass ich hässlich bin? also Nummer eins haben wir gemacht wir haben ja ähm die Kinect Kamera aufgestellt und können hier den Laptop ey jetzt hab ich hier die ganze Zeit das Ding im Bild das hier das hä? jetzt hab ich hier was die ganze Zeit im Bild die ja die kriegt doch auch nix hin ey ja du warst da jetzt dran nicht ich ja jetzt hast du's wieder richtig gemacht so besser ne? okay seht ihr mich? alles gut? sehr gut Freunde ja okay also noch ist hier nichts anderes wir können die Badezimmertür nochmal sperrangeweit aufmachen und das coole ist ähm denk dran hier kannst du auch nochmal ranzoomen ne? so wenn man jetzt mal hier auf den Monitor schaut wir können uns sogar die Infrarotpunkte selbst anzeigen lassen ja das gerade läuft über die Kinect Kamera so nämlich kann man hier zum Beispiel nur die Infrarotpunkte anzeigen lassen seht ihr es? und da sieht man nämlich wie weit die in den Raum reingehen ja was sind denn das andere für Punkte da? das wird schon wieder gruselig die roten äh die was? die anderen Punkte da die weißen die weißen sind die Infrarotpunkte ja was ist denn da für ein Infrarot... hä? die kleine Checktion die hier siehst du die nicht? die sehen aus wie Sterne das sind die Infrarotpunkte ja ist mir egal ich verstehe nichts von alles gut sag mal einfach wenn da was paranormales ist so alles klar so das hätten wir ähm wir werden natürlich währenddessen wir nachts auch schlafen werden wir hier rüber also das werden wir filmen äh den Raum und auch generell den ähm die Kinect Kamera anzeigen lassen das heißt wenn nachts was auftaucht oder so seid ihr die Ersten die das sehen boah wir sind krank ehrlich wir sind krank was machen wir hier? stell die Bibel mal lieber zur Vorsicht auf ich hab sehr schnell ein Gebet sprechen können oh jetzt hab ich nicht mal mein Kreuz mit oh meine Kreuzkette hab ich auch nicht mit ich hab gepupst ich hab gepupst das war ein Pups wie pupst du denn? ey hör auf da jetzt meine Cola zu trinken Entschuldigung trink Leitungswasser nein Spaß Spaßi ich hab gesehen da oben gibt es einen Kühlschrank vielleicht können wir den plündern so pass auf dann hab ich jetzt hier das ähm der den REM-Pod ich würde sagen ich stell den da auf den Stuhl ey alle sagen die ganze Zeit danke für die Erklärung ich hab das Gefühl die verarschen mich welche Erklärung? ja eben was für die Erklärung hast du denn? weiß ich ja nicht ich werd verarscht oder so auf jeden Fall stellen wir das Ding jetzt hier auf diesen Stuhl also das ich krieg das hin ich krieg das hin Achtung jetzt wirds einmal wieder laut nein 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 ich hab Angst davor Baby mach das kannst du das echt nicht ausmachen oder so nee das ist viel zu laut das ist viel zu laut nee mach das da hinten hin da wo keiner lang läuft das geschafft ich hab angeschaltet ohne dass Warte stopp, bleib weg dann wie weit in welcher Entfernung nimmt der das denn wahr? ähm können wir ja mal ausprobieren nein bitte nicht ey wenn das gleich lospiept ne dann ja musst du aufspringen da musst du aufspringen dann ist das nicht wegen mir so was war das? weiß ich nicht er hat jetzt auch geschrieben danke Lea nein der jetzt auch ich hätte jetzt hab ich keine Worte mehr was ist los? fangen wir jetzt an? was ist der Plan? hm ich überleg wie wir das Setup mäßig machen dass wir den Laptop sehen dass die Zuschauer den Laptop sehen ähm aber auch uns sehen was ist denn wenn wir da den äh aber dann sehen wir das ja nicht deswegen oder was ist wenn du das so hinstellst dass es sich im Spiegel für uns spiegelt verstehst was ich mein? wir stehlen das jetzt so hin warte Leute wir müssen einmal hier ein bisschen überlegen genau stell den andersrum hin aber so dass sich das auch spiegelt damit wir das sehen deine Freundin hat ganz schön Schiss also ich nicht ich bin tatsächlich glaube ich entspannter als du oder? ja bist du entspannt? ja ich bin entspannt äh wir brauchen irgendwas ob wir den drauf stellen können wozu habt ihr den sch... wozu habt ihr den Spiegel? ach so ich dachte schon hä was meinst du wir haben keinen Spiegel mitgebracht aber ja eben so macht Sinn aber äh wir müssen noch irgendwas finden wo wir ihn drauf stellen können damit er ein bisschen höher ist damit sich das auch spiegelt ich bin ein Genius ist du erklär mal ein bisschen was du dazu machst ja äh ich hab doch voll die ganze Zeit erklärt ja was das für Dinge ok ok viele die jetzt dazu gekommen sind die wissen nicht dass du die Sachen die einzelnen Geräte schon erklärt hast das stimmt aber ich kann das vielleicht gerne nochmal machen Timo bitteschön bitte für die Erklärung das war's von der Kinect ja super Moment Komplimente an den Chat sehr harmonische Atmosphäre hier ey das muss ich auch wirklich sagen ich find das auch immer hier sehr harmonisch im Chat also wenn wir jetzt hier sitzen bleiben ich guck mal ich guck mal ich nicht wundern Chat ich überleg nur gerade Chat wie ihr alles sehen könnt so alles klar das Ding erkennt mich gib mal bitte ja ja oh wird mir direkt aus der Hand genommen vielleicht so ein bisschen seitlicher nee nicht so sondern von hier damit sich die Kamera daran nicht so spiegelt verstehst du von hier so von hier so her so damit uns verdeckst du das mit dem Gimbal uns weißt du ja aber warte mal kannst du dich mal aufs Bett setzen ja ja Moment ich rühre schon durch so ja aber das ist irgendwie ein bisschen blöd weil das Gimbal voll im Weg ist ja warte ich guck ich überleg mal deine Lösung Leute ich überleg eine Lösung aha genau was du denn das jetzt redest das meinte ich doch jetzt nicht so dass die Kamera dann was ist denn jetzt so theoretisch oder andersrum genau das ist doch perfekt oder eigentlich schon Leute ist das geil so ja ne guck mal weil jetzt sieht man auch wenn man was auf der Dinge zieht das heißt ja ok ich sehe aber nichts mehr dann musst du mir sagen ich sehe es mir hin ja ist gut du kannst hier hin kommen ach so wo soll ich hin genau ich muss nur zwischendurch genau ich hole das hier raus um in den Chat zu reagieren fast ja so Leute boah ohne Scheiß voll durchgeplant das sieht richtig gut aus das sieht echt richtig gut aus ja ich hoffe das ist auch cool so ja das ist schon cool ich guck mal wie das äh aussieht wenn wir ein bisschen mehr reinzoomen aber nicht das sieht schon ganz gut ja aber dann sieht man doch die Dings nicht mehr so gut ja warte warte ja warte ich hab voll leid dass du hinten an den Ding kommst ne wie sieht das denn setz dich mal hin nochmal setz dich nochmal hin warum hab ich nicht so ne komische guck mal hier ist ein Punkt und da ist ein Punkt hier sind die da ich bin fast voll ungerade siehst du das ne ok also das Ding ist Leute hier oben ne das ist eigentlich alle Informationen die ihr braucht falls da irgendwas aufploppt dann seid ihr die Ersten der sehen Informationen aufploppen was sind die Informationen dann aufploppen so erstens wir haben jetzt einen Blick auf das große Bild auch und ihr habt einen Blick auch nochmal hier auf das kleine und das reicht aber das reicht also an der Hand dieser Information könnt ihr könnt ihr auch schon sehen falls irgendwas ihr wisst schon falls da irgendwas sein sollte let's go ne das macht keinen Sinn weil jetzt sehe ich es nicht mehr selber ok so jetzt müsste es eigentlich gut sein jetzt müsst ihr mir nur noch sagen Leute wenn ich jetzt so in der Lautstärke rede wie ist es vom Ton versteht ihr mich noch oder ist das scheiße ja bei denen auch so in dem Ton auch nicht Laptop mit Fernseher verbinden geht nicht weil ich ähm den Laptop keine Möglichkeit habe per Kabel an den Fernseher anzuschließen leider das geht leider nicht und selbst dann müssten wir immer noch eine Möglichkeit finden wie ihr alles seht ich glaube nicht das wäre ein Fernseher mit dem Spiegel ne 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 das ist nicht ja gut sieht gut aus ist gut ok versteht mich gut sehr gut ok dann haben wir hier auch zwei Stühle genug Platz dass wenn jemand da ist dass der rein kommen könnte Uiuiui Leute alles einfach meine Linse sauber das ist kaput die Kamera nein 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 das geht nicht an der Linse ne das ist kaput alles gut ist die Linse unscharf oder irgendwas unscharf oder was nein aber ich sag mal so Also, die Kamera, da ist zwar noch kein Riss drin, aber die ist auch schon ein bisschen simuliert. Aber das Licht fand ich eigentlich ganz angenehm. Das Licht finde ich eher ätzend. Aber okay. Ja, findest du? Ja, ich finde das eher ätzend. Das längt voll ab. Ja, so ist besser. Ja. Okay, Leute, ich hoffe, es passt alles. Ich bin nervös. Sven V, ich danke dir. Ich danke dir für deine Mitgliedschaft. Du kannst dich ruhig hier auch neben mich setzen, nicht? Bleib auf dem Bett sitzen oder wie du willst. Alles gut, ich dachte nur, wir fangen an, hier was zu machen. Ja, okay, wir fangen jetzt auch an. Gut. Wir fangen jetzt auch an. Ton ist gut. Okay, Leute, ich muss einmal technisch, du kannst ja den Chat im Auge behalten. Also, Leute. So, wir fangen an. Erstmal vielleicht mit, ähm, also das, ähm... Die Schafen alle macht die Linse sauber. Wie soll ich die Linse sauber machen, Leute? Es ist alles... Weil es vielleicht unscharf irgendwo ist. Ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo ich die Linse sauber machen soll, Leute. Was ist denn da unscharf? Ich glaube, hier, weil das hier ein bisschen heller ist. Ja, das liegt aber nicht an der Linse. Oder ist es jetzt besser? Nee, ne? Ist, ist, glaube ich, gut so, wa? Aber ich finde, das ist nicht schlimm. Also, Hauptsache, Leute, die Hauptsache ist, dass ihr erkennt, falls hier oben irgendwas Drittes dazukommt. Das ist die Hauptsache. Versteht ihr? Theoretisch können wir es auch so machen. Dann seht ihr halt das, äh, Bild, ne, von, ähm, von einfach nur uns. Und Schatz, denk dran, wenn irgendwas Krasses passiert, dann kannst du auch ruhig hergehen und das Gimbal in die Hand nehmen. Wenn ich das überhaupt so schnell machen kann? Wenn ich hier was sehe oder so, glaubst du nicht, dass ich da dem Ganzen noch entgegenlaufe? So, okay. Aber hier müsstet ihr jetzt alles erkennen. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen eindeutiger gemacht. Aber, Freunde, was habt ihr denn jetzt vor? Also, jetzt machen wir die Paranormalversuchung. Alles gut, ich, 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 ich sage jetzt nochmal genau, was wir vorhaben, Leute. Ich sage jetzt nochmal genau, was wir vorhaben. Also, die Informationen folgen. Okay, also, also, also. Was haben wir vor? Wir haben jetzt als erstes die Kinect angebracht, als stationäre Kamera. Man sieht hier, die erkennen uns. Ich hebe jetzt gerade die Hände. Seht ihr? Das seht ihr alles hier in dem Bild? Ich hebe jetzt gerade die Hände, das sieht man. Aber, falls da was Drittes auftaucht, dann wissen wir, dass das nicht wir sind. Das heißt, hier muss irgendwas anderes sein, dann. Wir sind am Anfang schon auf die Geschichte des Hotels eingegangen. Hier soll ein Mädchen ermordet worden sein, welches bis heute hier rumspukt. Wir haben hier, du kannst schon mal Ton ausmachen auf jeden Fall. Und jetzt gerade eine Temperatur 24 Grad. Wir haben kein Fenster auf, also theoretisch könnte es wahrscheinlich ein bis zwei Grad abschwanken. Aber wenn es wirklich kalt wird, dann können wir das hier mit messen. Das ist ein Infrarotthermometer. Das ist das eine. Das andere ist das hier. Das K2-Meter. Das werden wir einfach nur benutzen, um festzustellen, ob hier irgendwie ein elektromagnetisches Feld erzeugt wird. Was eben Präsenzen erzeugen sollen. Das werden wir auf jeden Fall sowieso die ganze Zeit weiter probieren. Aber ich werde jetzt gleich, wir können hier erstmal hier mit dem Ding arbeiten. Und dann können wir jetzt gleich auch noch das Portal mit dazu nehmen. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt gleich. Wir machen eins nach dem anderen. Obwohl uns das K2-Meter wahrscheinlich sowieso den ganzen Abend begleiten wird. Was denn? Mr. YouTuber Manu René sagt, dass du mal eine Nachricht vorlesen kannst, weil er ist Mitglied bei dir, aber der Computer zeigt es nicht an. Was soll ich jetzt sagen? Also, das ist natürlich doof, aber ich weiß jetzt nicht, was ich von hier jetzt machen soll. Vielleicht ist er ja neu oder so. Meint ihr, dass das nicht kam? Schwierig. Achso, dass das nicht angezeigt wird? Ja, das... Wer hat das geschrieben? Mr. YouTuber Manu René. Ich glaube, der meinte, dass die Benachrichtigung nicht kam. Das ist komisch. Eigentlich müsste die kommen. Auf jeden Fall, falls du Mitglied geworden bist, danke ich dir. Was wir jetzt auch noch haben, was wir mit dazu stellen, sind drei von denen hier, nämlich Bewegungsmelder. Ich schalte mal einen an. Der ist jetzt angeschaltet. Wenn ich jetzt mich hier bewege, geht der an. Den stelle ich einmal ins Badezimmer. So. Einer ist im Bad. Der ist jetzt an. Den anderen stelle ich in den Flur rein. So, der andere ist im... Super. Ich hab's noch gesagt. Mein Herz. Das war ich. Das war ich alles gut. Das war das REM-Pod. Wir wissen auf jeden Fall, es funktioniert. Das liegt auf dem Stuhl. Hast du Bildschirmschone aus? Ja, ne? Ist doch immer aus, oder? Ja, ja. Bildschirmschone hat's aus. Ähm, genau. Und jetzt noch das Letzte. Nimm mich da. Mhm. So, funktioniert auch. Warum haben wir hier keins? Weil wir hier uns bewegen, das würde keinen Sinn machen. Dann gehen die die ganze Zeit ab. Ach so, wir bewegen. Okay, okay. Okay, ähm, jetzt ist die Frage an euch, Chad. Jetzt ist die ultimative Frage an euch. Möchtet ihr, dass die Kamera hier stehen bleibt? Und ihr das hier sozusagen dauernd seht? Oder wollt ihr, dass Lea die Kamera hält? Und die Kamera mitfilmt? Und wenn beispielsweise was auf den Aufnahmen auftaucht, dass sie dann auch auf dem Laptop-Bildschirm filmt? Hallo, hallo, soll ich rennen? Das ist aber nicht die ganze Zeit bleiben. Nein, nicht rumrennen. Du kannst es ja zeigen. Aber was wollt ihr? Wollt ihr eine stationäre Kamera? Das wäre ja Nummer eins. Oder wollt ihr, dass die die ganze Zeit mitfilmt? Das wäre Nummer zwei. Schreib mal eins oder zwei rein. Was heißt denn die ganze Zeit mitfilm? Ja, dass du hier zum Beispiel mich filmst. Und dann wenn zum Beispiel, äh... Aber was machen wir denn? Das kommt doch drauf an, was wir machen oder nicht? Ich kann eigentlich schon nicht bei einem filmen. Hä, doch, du filmst einfach. Das ist schon... Schauen wir... Ist genau wie mit dem Lehrling Berkant. Ist genau wie mit dem Lehrling Berkant. Du nimmst das in die Hand. Das weiß ich. Aber wir würden doch Sachen machen, die mit dem Dings da labern, Fragen stellen und so. Wie soll ich dich denn dabei filmen? Du brauchst gar nichts machen. Ich kommuniziere ja. Du bist... Du filmst halt. Du verstehst das nicht. Alles gut. Wir haben doch gesagt, dass wir über diese Walkie-Talkie reden. Wie soll ich dich dann filmen? Das machen wir erst eh viel später. Ja, aber das war doch noch ein Beispiel. Alles gut, alles gut. Okay, also was wollt ihr? Was schreibt ihr rein? Zwei. Also keine feste Kamera, ne? Okay. Ich habe alle eins geschrieben. Alle eins? Ja, mir alle festen. Das weiß ich nicht. Boah. Eins. Also ich... Egal, ich sehe öfter zwei. Neun. Zehn. Elf. Drei. 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 Vier. Drei. 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 Ha! Stehen bleiben. Oh Gott, das ist ein Vori. Okay, mir egal, Mann. Mir egal. Alles gut. Wir machen jetzt einfach... Wir nehmen die jetzt in die Hand und du das. Ja, dann halt die Hand. Ich kann mich dann da auf die Bettkante setzen und dann, falls was passiert, kannst du jedes Mal... Ja, jedes Mal stehe ich dann auf. Nein, du musst nicht aufstehen. Du kannst doch vom Handy aus. Ich verstehe mal nicht, was ich jetzt... Was der Plan ist. Aber ich muss doch das... Hier, was... Nein. Ich weiß doch gar nicht, was du machen willst. Aber du weißt ja nicht mal, was du machen willst. Doch, ich weiß ganz genau, was ich machen möchte. Die schreiben alle eins. Alle schreiben eins. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es hackt. Woher ist deine Hose? Meine Hose? Ja. Wird gefragt, wo deine Hose her ist. Was ist das für eine Frage? Ja, das fragt man. Ja, wenn die schön sitzt, dann fragt man, woher die Hose ist. Woher weißt du das direkt? Weil ich nicht viele Hosen habe. Ach so. Und... Hier wurde noch gefragt, ob die straight ist oder slim. Beantwortet ich nicht. Warum? Was sind das für Fragen? Nein, äh... Pass auf, da geht er nicht so nah dran. Slim. Du bist so ein Esel, ne? Jetzt müsste ich sagen, mal pifeln. Du bist ein Lehrling. Ehrlich. Okay. Da, guck. Da, da hat jemand noch ausgerechnet, viele, dass eins gesagt haben. Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber no joke, Leute. Ja, ist okay. Ist das jetzt nicht cooler so? Ja, das ist eine, deine Meinung ist das. Deine Meinung. Nein, weil, guck mal, so können wir direkt, wenn irgendwas passiert, zu den Actionfilmen sozusagen. Find ich das? Jetzt sitze ich doch gar nicht. Ja, weil er nicht versteht, dass du sitzt. Okay. So. Aber, also, Moment, hier ist der Chat. Äh, die steht schon am Fenster. Wollte ich gerade sagen. Guck mal, die connect. Kannst du mal rüberfilmen? Ja. Die steht schon am Fenster. Die steht da hinten. Die steht da. Seht ihr? Also, mehr können wir nicht filmen. Mehr kriegen wir nicht rein vom ganzen Raum. Okay, also jetzt nochmal als Erklärung. Ähm, wir fangen an mit einfach nur ganz normalem EMF. Mit dem K2-Meter. Wir fangen an, ein bisschen zu kommunizieren, ein bisschen nachzufragen. Einfach ein bisschen, um in die Atmosphäre zu kommen. Wir haben mehrere Geräte dabei. Wir haben jetzt die Kinect dauernd laufen. Wir haben, äh, das REM-Port angeschlossen. Und wir haben die drei, äh, Bewegungsmelder. Das heißt, wenn da was passieren sollte, dann kriegen wir es auf jeden Fall mit. So. Das heißt, wir fangen jetzt an mit dem K2-Meter als allererstes. Raumtemperatur beträgt 24, äh, Grad. Wir haben jetzt 21,41 Uhr. 24,5. Okay. Lehrling. So. Schreibst du es auf? Raumtemperatur um. Ich schreibe nur nachfragen. Oh, 21,40. Äh, ist die Frage, ist das alles okay mit dem Licht oder dunkler oder heller? Nee, also, ich finde es gut. Ja, stimmt doch, die Atmosphäre stimmt auch, ne? Ja, ja, man sieht alles und ist nicht zu hell. Oder sollen wir Kerzen nicht anmachen? Sollen wir ein paar Kerzen anzünden? Aber wo wird sie hinstellen? Du kannst sie ja nicht aufs Bett stellen. Nö, aber so da auf die Ablagen. Was bringt das dann? Dann erkennen wir das doch nicht mal richtig. Doch, klar. Wie in dem Licht von den Kerzen. Nein, wir kennen da alles. Ja, dann mach. Mir doch egal. Okay, die Atmosphäre muss stimmen. Ich wäre dafür, wenn Lea kommentiert. Was kommentiert? Den Vorgang hier. Das mach ich liebend gern. Fangt doch einfach an, bitte. Ja, ich weiß auch nicht. Das dauert hier alles ne Ewigkeit. Aber das ist alles hier nicht so einfach. Ganzes Gekabel gedönst. Leute, ey, ohne Scheiß. Nee, das muss ich kurz zur Verteidigung sagen. Das, was gerade alles passiert, ist das, was ihr normalerweise nicht mitkriegt. Das schneide ich ja raus. Ja, das stimmt. Das unterschätzt man halt, ne? Das braucht Vorbereitung, das braucht Planung. Das ist nicht immer mal eben. Also deswegen auch an der Stelle, das ist halt ein Livestream und da kriegt ihr alles von vorne bis hinten mit. Ist ja auch vielleicht ein bisschen, um Transparenz zu zeigen. Ihr seht, wie alles funktioniert, wie alles aufgebaut wird. Das soll ja auch so sein. Wisst ihr, wie ich meine? Und von daher, ja, an der Stelle ist das halt leider so. Ich kann das ja jetzt nicht vorspulen oder rauschneiden. Ein bisschen dunkel, schreibt hier jemand. Vielleicht mache ich noch gerne noch an. Danke für die Erklärung. Ja, sehr gerne. Ich verantworte jetzt nur mit sehr gerne, Leute. Ey, das ist schon... 24,6 hast du gehört? Mhm. Nur 0,1 Grad wärmer. Leute, Rauchmelder, die Kerzen machen, also lösen keine Rauchmelder aus. Ich hab zu Hause auch Rauchmelder. Da ist auch noch nie was passiert. Ach, das Liebfröschchen. Leon, du geiler Typ, du hast es nicht nötig, dich recht zu fertigen. Alle deine Streams sind Bomber. Voll süß, ne? Wer ist das geschrieben? Luigi, kein Jaussprechen. Bester Mann, danke dir. Eine Kerze raucht dir auch nicht. Genau, genau so ist es. So, 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 so. Jetzt sieht das hier wirklich aus wie Flitterwochen. Tja. Lass doch Stream früher ausmachen. Viel zu warm schon. Ich habe hier 10 Grad in meiner Wohnung. Was? 10 Grad sind nicht mal draußen. Glaube ich. Guck mal, Leon ist der Beste von Johanna. Ihr macht das klasse, Leon. Leon, Walter, so von dir. Guck mal, alle voll lieb. Guck mal, Christian, nur Komplimente. Ich danke euch. Wirklich. So. Alles klar, wir haben alles, wir haben alles, wir haben alles. Also, die Kerze am Vorhang finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so optimal. Das ist doch weit weg vom Vorhang. Ja, die finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz so optimal. Das war ja weg, wirklich. Ja, trotzdem, vielleicht tue die mal, tue die doch mal lieber auf den Tisch. Ich meine es ernst. Wieso? Mach jetzt. Sehr gerne, Luigi. Ich hoffe, wenn man die Katze auspustet ordentlich. Ja, aber das ist nicht so. Wenn man das kranker bei dem Raum ist, du kannst ja nicht helfen. Oder du kannst ja nicht helfen. Oder du kannst ja nicht die Tür abschließen, sodass er gar nicht erst aufgemacht werden kann. Ja, natürlich. Schließ von in ab. Hä? Machst du das nicht? Baby, pass gleich auf, dass du den Alarm nicht auslöst. Bitte. Hast du gehört? Aufpassen, Alarm. Boah, ey. Du sagst mir, ich bin jetzt ein Lehrling wie Berghand. Hä? Okay, also. So, meine lieben Damen und Herren. Für alle die, die jetzt erst dazu geschaltet haben. Wir sind jetzt gerade in einem Hotel, wo es spuken soll. Hier soll, also es gibt einige Storys, aber die Hauptstory ist eigentlich, dass hier damals während des Zweiten Weltkriegs ein Mädchen gestorben sein soll. Sie wurde ermordet von Deutschen. Und seitdem soll sie hier dieses Hotel heimsuchen. In den 80ern war es so und 2010, dass Menschen sich verhäuft nicht wohlgefühlt haben, es ausgecheckt haben oder eben in einen anderen Raum wollten, weil sie paranormale Erlebnisse hatten. Oder dieses Mädchen sogar gesehen haben. Dann war es so, dass sie hier eine Austreibung gemacht haben, 2010. Und seitdem soll, offiziell zumindest, es hier nicht mehr spuken. Was dahinter steckt, finden wir heute heraus. Ich würde sagen, wir machen das Ganze entspannt. Wir haben alles aufgebaut. Wir haben eine Kinect, die uns beobachtet. Wir haben Kerzen aufgestellt. Wir haben einen REM-Pod aufgestellt hinter mir auf dem Sitz, welches automatisch Alarm schlägt, sobald irgendwas Lebendes drumherum ist. Wir haben die Bewegungsmelder. Ich würde sagen, wir fangen an. Okay. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich sage einfach mal, hallo. Mein Name ist Leon und ich bin hier mit meiner Freundin Lea. Und erstmal, wir kommen in absoluten Frieden. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben oder ihr braucht keine Angst vor uns zu haben, wer auch immer hier ist. Ganz kurz. Die gehen mir jetzt hier alle auf die Nerven mit den Kerzen. Jetzt habe ich Angst, dass die einen Rauchmelder auslösen. Jetzt gehen da rein, dass alle rein. Die Atmosphäre ist eine ganz wichtige und ignorierst einfach. Okay, und es wurde auch gefragt, ob du eine Kerze auch auf den Badboden stellen kannst. Ja, aber Moment, du siehst doch, dass es gerade ausschlägt. Ja, ja, ist doch so. Ich würde, guck mal. Die Frage ist, woran liegt es? Ich habe zwar mein Handy geliehen. Das sind viele technische Geräte. Ja, aber normalerweise, also ich mache mal mein Handy jetzt auf Flugmodus. Wir hatten ja gerade schon einmal im Stream das, also so extrem. Wenn hier irgendetwas ist, vielleicht kannst du dich auch andersweitig bemerkbar machen. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Du kannst herkommen heute Nacht. Komm ruhig her. Wir haben hier ein paar technische Geräte, womit wir dich sehen können teilweise. Vielleicht möchtest du dich ja einmal genau vor das Gerät hier stellen, vor das K2-Meter. Ich muss sagen, damit hätte ich nicht gerechnet, dass es direkt so stark ausschlägt. Frag doch mal, ob man das auch anfassen kann. Das Ding. Kannst du das K2-Meter auch anfassen? Kommt das von ihm her? Vom Handy. Ja, von hier. Also, das ist klar, das Handy hat eine Strahlung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weggehe, dann ist halt wieder nichts. Was ist mit Laptop? Ja, okay. Ja, aber auch nicht so krass. Der Laptop, ich packe den Laptop jetzt auch nochmal in den Flugmodus. Der ist schon im Flugmodus. Ja, okay. Guck mal, wie das hier ausschlägt. Ja, okay, okay. Das kann schon nichts mehr. Das kann nichts mit dem Handy zu tun. Nee. Haben wir doch irgendwas, was sonst Funksignal... Nee, ne? Ich kenne diese Geräte nicht. Das dahinter dir auch nicht, ne? Nein, nein, eigentlich nicht, nee. Guck, jetzt ist es auch eins, weißt du? Mhm. Das kann nicht sein. Also, das ist echt... Pass auf. Also, teilweise laufe ich stundenlang durch irgendwelche Orte und sonst was und das Ding schlägt nicht aus. Guck, jetzt ist es weg. Rubi hat zum Beispiel gesagt, dass es zum Beispiel am WLAN liegen könnte, weil es ja auch permanent ausschlägt. Aber auch wenn ich es bei mir zu Hause mache, beim WLAN, dann ist es ja auch nicht. Weiß nicht. Zumal jetzt hat es aufgehört. Vielleicht, weil hier so viele technische Geräte auf einem Flex sind in so einem Hotel. Ja, aber normalerweise nur, guck mal, zum Beispiel, selbst wenn du ein Handy hast, wenn du eine SMS kriegst zum Beispiel und es nah am Handy ist, dann kann es ausschlagen. Mhm. Aber auch nicht auf die Entfernung jetzt eigentlich. Also, das macht keinen Sinn. Aber jetzt schlägt es ja auch. Ja, jetzt ein bisschen. Also, es ist klar, wenn ich es näher ans Handy gehe, dann fängt es an auszuschlagen. Aber es ist halt wirklich nur, man merkt, guck mal, hier ist es auf, guck mal, wenn ich es bewege, schlägt es natürlich auch aus. Aber wenn ich jetzt näher ans Handy gehe, so, dann könnt ihr mal die Entfernung sehen, dann wird es stärker. Aber sobald ich hier bin, ist es auf 1. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Das heißt, dass es hier irgendwo ausschlägt, so wie jetzt, ist schon unüblich. Bis das du ist, dass irgendeine Präsenz, die hier bei uns ist, dass direkt das K2 Meter ausschlägt. Falls hier irgendjemand ist, dann würde es uns sehr freuen, würdest du es jetzt ausschlagen lassen. Bist du da? Das schlägt immer so halb aus. Hat gerade das Licht einmal geflackert? Ja. Alter, hat das Licht gerade geflackert? Ja. Warst du das? Hast du das Licht flackern lassen? Ich dachte, ich habe es mal eingebildet. Kann man nachher auch nochmal in der Slow-Mo angucken im Stream, aber es hat auf jeden Fall geflackert, das Licht. Kann ich auch ein paar mehr Kerzen aufstellen jetzt? Auch im Badezimmer? Ja, aber was bringt das denn mit dem Kerzen? Wurde doch gerade vorgeschlagen. Ja, dass du eine Kerze auf den Badezimmerboden legst. Okay. Hinstellst. Ich denke mal, äh... Mhm. Es geht direkt gut los, würde ich sagen. Es geht direkt gut los. Pass auf, wenn du jetzt da lang gehst, ne? Nimm einen großen Umweg. Bitte, bitte, pass auf. Bitte, bitte, pass auf. Oh Mann, diese Scheißkerzen. Pass auf, pass auf. An dem Ding. Du gehst da mal so nah dran, ne? Manche sind halt schon benutzt, deswegen gehen die so schlechtern. Vorsichtig, vorsichtig. Hör auf! Ey, wenn das noch einmal unnötig piept, ne? Dann machen wir das aus. Das muss nicht sein, das ist total laut. Ja, wir müssen ja mal wissen, ob das noch klappt, ne? Ja, ist mir egal, das ist aber voll laut. Gut, das können wir nicht bei den anderen Gästen machen. Okay, alles gut. Ja. Guck dir das mal an. Ja, jetzt nichts mehr. Nee, natürlich ist was. Guck mal, warte mal. Ja, was? Was machst du denn da jetzt? Ähm... Okay, warte mal, ich halte mal meine Hand. Ja, nicht so weit, ne? Ja, ja, genau. Wie so ein kleines Klopfen. Wo? Von da hin. Okay. Also, wenn hier irgendetwas in diesem Hotel ist, dann würde es uns sehr freuen, würdest du mit uns kommunizieren. Das kannst du beispielsweise bei das K2-Meter machen. Indem du es zum Ausschlägen bringst. Das kannst du auch andersweitig machen. Wir haben zum Beispiel da hinten auf dem Stuhl. Dort kannst du dich hinsetzen. Das REM-Pod könntest du zum Ausschlagen bringen. Das schlägt dann, das macht dann ein Geräusch. Dafür brauchst du keine Angst zu haben. Wir sind nur neugierig und wollen mehr über den Ort hier herausfinden. Das ist schon extrem, das K2-Meter. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass irgendetwas hier ist. Ist das richtig? Bist du hier? Du kannst auch gerne auf einem der Stühle Platz nehmen. Ich platziere hier vielleicht mal einen Stuhl so. Dass die Kinect hier auf jeden Fall einfängt. Wenn man sich nämlich jetzt hier drauf setzt. Das ist aber die Kinect jetzt, ne? Das ist die Kinect jetzt, ne? Sag mal, dass das die Kinect ist. Sonst gehe ich. Das Ding könnte den Stuhl erkannt haben. Ich weiß es nicht. Gott sei Dank, mein Herz ist mir jetzt in die Hose gerutscht. Warte mal ganz kurz. Bist das du, der hier gerade auf dem Stuhl sitzt? Wenn ja, dann kannst du ja vielleicht mal deinen rechten oder deinen linken Arm heben. Hebe einfach deinen rechten oder linken Arm. Hier, schau mal. Hier ist mein Arm. Du kannst mich gerne einfach berühren. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Geht das näher an deinem Knie? Oder hier meine andere Hand. Alles gut. Guck mal, wie heftig das auch schlägt. Soll ich mich mal da hinsetzen? Nein, alles gut. Okay. Wie gesagt, du brauchst echt keine Angst vor uns zu haben. Wir sind dir schon sehr dankbar, dass du dich zeigst. Du kannst gerne hier einmal meine Hand berühren. Ich würde dir gerne die Hand geben. Ich bin Leon, bin 21 Jahre. Also, wir sind extra heute hierher gefahren, um Kontakt aufzunehmen. Das ist schwierig, ne? Es schlägt wirklich stark aus. Man sieht was auf der Kinect. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Präsenz ist oder so. Oder ob es einfach nur ist, weil die Kinect den Stuhl als irgendetwas erkennt, was menschlich aussieht. Was ist das? Hat man es gehört? Ich weiß es nicht. Wie so ein Blubblub, ne? Mhm. Okay, anscheinend möchte, was auch immer das ist, ich möchte dich gerühren. Oh mein Gott. Hallo, hallo, was machst du? Okay, ich würde gerne den Stuhl ein bisschen verschieben. Ich kann es wirklich schwer einschätzen, weil den Anderen... Pass auf. Also es schlägt auch wirklich... Warum schlägt denn das dann so art da aus? Ich möchte dir nicht zu nahe treten. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich du gerade hier auf diesem Stuhl sitzt. Spürst du was an Kälte oder so? Darf ich dir näher kommen? Ist das in Ordnung? Was ist das? Also gefühlt ist es wirklich ein bisschen kälter am Stuhl, aber das kann ich mir auch nur einbilden. Darf ich mal die Temperatur messen? Miss ruhig mal die Temperatur. 25,2. Okay, also ganz normal. Werden schon sogar nur erhöht. Okay. Erschreck dich bitte nicht. Ich werde den Stuhl einmal wieder zur Seite schieben. Das ist echt unnormal, ja? Ich war... Pass auf, ne? Wie in dem Ding. Ich schiebe den Stuhl nur einmal hier wieder zur Seite. Okay, aber was erkennt das jetzt? Was erkennt das jetzt? Immer noch der Stuhl? Pass auf, wie in dem Ding. Okay, jetzt erkennt er den Stuhl nicht mehr. Nee. Wenn ich mich jetzt in den Stuhl reinsetze, erkennt das mich? Ja. Ja, ne? Mhm. Aber auch genau so ein bisschen verwackelt. Pass auf, wir machen jetzt mal folgendes, okay? Wir ändern das Setup jetzt ein bisschen. Ich würde gern die Kinect-Kamera so aufstellen, dass man mich und neben mir den anderen Stuhl sieht. Mhm. Okay? Mhm. Sodass, wenn jemand hier ist, auch falls du gerade zuhörst, dann kannst du sehr gerne neben mir auf dem Stuhl Platz nehmen. Okay? Das machen wir einmal. Pass auf, das Ding auf. Aber lass das ruhig mal da stehen, das ist gut. Kannst du das K2 Meter oder wie das Ding heißt, dann so halten, dass man das auch sieht, ne? Okay? Mhm. Denk dran. Das Licht im Flur ging an und wieder aus. Äh, ja, ich glaube, weil du gerade da warst, ne? So. Was nenne ich jetzt? Ich stelle es mal noch ein bisschen weiter zurück. Also hier bin ich. Ja, das erkennt dich, das erkennt dich. Ich mach's noch ein bisschen nach unten. Mhm. Moment. Das Problem ist halt, dadurch, dass ich das Bett, das müsste ein bisschen erhöht sein, dann wird jetzt abgeschnitten. Lägt doch ein Kissen drunter. Ja, das reicht. Also, jetzt hört man eigentlich mich. Pass auf. Hallo. Ich sollte es nicht erkennen. Doch, jetzt ist es doch, erkennt doch. Warum haben wir denn gerade nicht auf diesen anderen Bildschirm das andere groß gemacht? Habe ich doch, alles gut. Das war aber der ganze Stuhl war da eingezeichnet. Okay, okay, alles gut. Aber das ist auch normal, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, dann ist auch ein richtig großer Bereich eingezeichnet, weißt du? Ja, ja. Wartet mal, sorry, sorry, dass ich hier gerade so viel umbaue. Sieht man das? Was ist das jetzt? Weiß ich auch nicht. Willst du das jetzt? Ja, ja, ja. Doch, doch, doch. Okay, pass auf. Das Ding war auch noch an. Aber wenn du jetzt, ja, pass auf, das Problem ist, hör mal zu, hör mal, nein, 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 lass es nicht ausschlagen, bitte. Wenn du jetzt den Sessel auch da hinschiebst, dann kriege ich nicht mehr bald alles auf ein Bild. Wie meint das? Doch, aber es ist schon sehr schwer. Als du gerade den Sessel da hattest, war es einfach... Ja, das überschränkt ihn dann. Boah, ich hasse das, dieser Boden, ne? Also, ich probiere es jetzt noch mal. Kannst du damit mal am Rauchmelder gehen? Mit den K-Zermeter? Nee, okay, nee, 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 da ist nichts. Das ist nichts. Generell hier, ne? Alles safe. Mhm. Also, falls irgendjemand hier ist, gerade hatten wir schon, glaube ich, einen Kontakt, dann würde ich dich bitten, jetzt einmal nochmal herzukommen und du kannst gerne neben mir Platz nehmen auf dem Stuhl. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Schau mal, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Du kannst einfach so neben mir Platz nehmen auf dem Stuhl. Dann wird dieses Gerät, was ich auch gerade in der Hand halte, schon ausschlagen. Das braucht dir aber keine Angst zu machen. Das sagt mir nur, dass du hier bist. Wenn die Kinekt-Kamera, wenn da was zu sehen ist, dann zeige ich das. Bis jetzt aber noch nicht. Ich habe gehört, dass hier damals im Zweiten Weltkrieg ein Mädchen ermordet wurde. Bist das du gewesen? Hast du etwas mit dem Mord, der hier passiert ist, zu tun? Guck mal, jetzt zum Beispiel ist gar nichts mehr. Vielleicht lag das vielleicht doch irgendwie da am Laptop und so. Vielleicht weil da so viel ist und Kabel und so. Klar, wenn ich näher zum Handy komme, dann schlägt es mir aus. Ja, aber guck mal, geh mal da in mittig. Mittig, mittig, mittig. Hier so. Da, wo du gerade warst. Bisschen zurück. Okay, schlägt jetzt auch nicht aus, oder? Natürlich, wenn ich es bewege, dann meistens kurz. Ja, aber so wie du gerade warst. Ja, gut, das schlägt nicht aus. Wenn du jetzt näher zum Handy kommst, aber... Wir können ja auch einfach mal hierbleiben. Mhm. Und... Ich kann mich nur wiederholen. Wir wollen überhaupt nichts Böses von dir oder von euch. Falls hier irgendjemand oder irgendetwas ist in dem Hotel. Dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du dich zeigen könntest. Oder dich bemerkbar machen würdest. Das ist egal wie. Du kannst uns irgendein Zeichen geben. Das K2-Meter lässt du auf jeden Fall dauernd ein bisschen ausschlagen. Das lässt mich vermuten, dass du zumindest hier bist. Du kannst auch gerne mal näher kommen, einfach mal. Was war das? Hast du dich gerade auf diesen Stuhl da drauf gesetzt? Das hat sich für mich angehört, als hättest du dich auf den Stuhl gesetzt. Ist das richtig? Wenn ja, kannst du das K2-Meter gerne ausschlagen lassen. Das hat sich wirklich so ab, weil das hätte sich da immer drauf gesetzt. Ja. Das hat sich wirklich so ab, weil das hätte sich so jemand drauf gesetzt. Egal, da ist wirklich so panisch, ey, Mann. Aber auch original, ne? Mhm. So quietschend. Kannst du noch mal damit Richtung Stuhl gehen? Mhm. Ich hab keine Angst. Ich komm jetzt noch mal näher Richtung Stuhl. Du kannst dich gerne auch noch mal da drauf setzen. Okay, aber es hat dann nach hier links geknackt, ne? Das schlägt auf jeden Fall dauernd ein bisschen aus. Ja, guck jetzt. Schlägt das auch wieder aus. Boah. Ich hätt' nicht gedacht, dass das direkt so heftig anfängt, ehrlicherweise. Es wär' halt super, 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 super cool, wenn man was auf der Kinect-Kamera jetzt sehen würde. Ich glaube, ich mach' es nochmal ein bisschen anders. Nämlich, dass nur noch ein Stuhl ist. Ich bleib' hier auf dem Bett sitzen und es ist ein weiterer Stuhl. Und dann schieb' ich die Kinect auch noch ein bisschen nach hinten. Mhm. Das heißt, falls du jetzt gerade hier bist, wundere dich nicht. Ich werd' noch einmal die Stühle ein bisschen verschieben. So ist gut. So, ne? Mhm. So ist gut. So, falls jetzt was kommt, was ich auf dem Stuhl draufstehe, ich probier's einmal. Ich war jetzt wieder einmal wahrscheinlich auch. Nein, nein, nein. Wieder mach' es aus. Boah, das ist viel zu laut, ne? Sei mir nicht böse. Sei mir nicht böse, das ist viel zu laut, das Ding. Das können wir nicht bringen. Ey, warum schläg' ich das jetzt aus? Hallo? Warum stelle ich das jetzt so aus? Das kann ich nicht beantworten. Ja, dann weg damit. Du hast denn jetzt, äh, erschreckt mit dem Geräusch? Also, ähm, auch vor dem Geräusch, was du gerade gehört hast, brauchst du keine Angst vorzuhaben. Ähm, du kannst dich einfach gerne, einfach nur auf den Stuhl setzen, damit wir wissen, dass du hier bist. Also wirklich, du kannst es dir hier ruhig gemütlich machen. Wir würden gerne einfach nur ein bisschen dich kennenlernen, hier kommunizieren und vielleicht ein bisschen was über den Ort herausfinden. Und vielleicht können wir dir ja sogar weiterhelfen. Ich kann mich nur nochmal wiederholen. Mein Name ist Leon und ich bin hier mit meiner Freundin Lea. Und wir sind extra aus Deutschland hierher gefahren, um herauszufinden, was es mit dem Hotel und mit dir oder euch auf sich hat. Du kannst das K2-Meter auch gerne einmal bis wirklich in den roten Bereich ausschlagen lassen. Dafür musst du allerdings noch ein Stückchen näher an mich rankommen. Ich halte es extra auch nochmal ein bisschen weiter weg. Du kannst gerne einfach dich vor das K2-Meter stellen oder es berühren, dass es einmal richtig ausschlägt. Okay, jetzt schlägt es gar nicht mehr aus. Ich kann sonst auch, wenn dir das lieber ist, das K2-Meter einmal einfach nur abstellen. Weg von mir. Das interpretiere ich jetzt einfach mal als Ja, weil es ein bisschen ausgeschlagen hat. Dann machen wir es so, dass ich das... Was tut denn da? Ich habe das EMF-Gerät bzw. das K2-Meter jetzt einfach mal da auf den Boden abgestellt. Und vielleicht möchtest du ja, wenn du mit uns kommunizierst, das Gerät zum Ausschlagen bringen. Da sehe ich schon, das hat einmal ein bisschen kurz ausgeschlagen. Ich bleibe hier auf dem Bett. Alles gut. Du kannst dich gerne einfach davor stellen und das Gerät zum Ausschlagen bringen. Oder dich andersweitig bemerkbar machen. Das ist alles in Ordnung. Ich sehe zwischendurch den kleinen Ausschlag. Also irgendwie scheinst du dich hier zu befinden, aber uns nicht näher zu kommen unbedingt. Dabei wären wir dir wirklich sehr dankbar, würdest du mehr von dir zeigen oder dich bemerkbar machen. Im Flur reflektiert sich nur der Anhänger von der Jacke. Wenn ihr Ideen habt, zu Sachen ausprobieren, dann auch immer gerne raus damit natürlich. Lea, achte zwischen mir. Also jetzt habe ich schon zwei, drei Mal gelesen, dass vielleicht auf Englisch reden hilft. Vielleicht kannst du das ja damit nochmal auf Englisch probieren. Ich wollte dir gerade sagen, falls wir jetzt nichts festgestellt hätten, hätte ich auch auf Englisch probiert. Also mache ich jetzt auch. Aber, also man sieht, es schlägt jetzt auch schon wieder aus. Da man sagt, dass eben spirituelle Wesen keine Gehirne mehr haben, dementsprechend auch keine Sprache nicht verarbeiten, kannst du egal welche Sprache sprechen und die passen sich dann an. Aber ich frage einfach mal. Hallo, I don't know if maybe Englisch is better for you, but my name is Leon and I'm here with my girlfriend Lia. And if someone is here in this room or in this hotel, we would be very grateful if you could come here and show us on the EMF. Mal davon abgesehen, warum ich auch glaube, dass es nicht unbedingt Sinn macht, auf Englisch zu kommunizieren. Selbst wenn es so wäre, dass die Sprachen verstehen, dann glaube ich immer noch, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass eine Präsenz von damals Englisch geredet hat, weil damals das bei weitem noch nicht so war wie heute. Eben, eben. Und außerdem haben wir jetzt auch gerade schon auf Deutsch kommuniziert und es kam teilweise was raus. Guck mal da, es gibt die ganze Zeit ein bisschen einen Ausschlag. Also es sagt mir, wenn wir jetzt mal, wir gehen heute, machen wir diese Beschwörung und diese Sitzungen im Glauben, dass hier wirklich was ist. Das würde mir jetzt darauf deuten, dass hier auf jeden Fall irgendetwas ist. Also wenn du hier bist, dann kannst du gerne auf den Stuhl klatschen hin. Dann kannst du es dir da gemütlich machen, dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben und vielleicht können wir dir sogar helfen. Nimm einfach dort Platz. Das darf auch gerne dann ein Geräusch machen. Du kannst dich auch gerne andersweitig bemerkbar machen, damit wir wissen, dass wir mit dir kommunizieren. Man hört hier und da auch andere Sachen, aber das kommt aus, wie das in anderen Hotels kommen. Wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, wann war es vor circa 20 Minuten um gegen 22 Uhr. Hat das Licht gerade wieder geflackert, als du angefangen hast mit Englisch? Wir haben uns jetzt leider nicht aufgeschrieben, wann das Licht geflackert hat. Das hat aber zuerst geflackert, ne? Ja, hat das Licht gerade geflackert, als du angefangen hast, Englisch zu sprechen? Ich meine, ich habe das Gefühl, ich blinzle nur. Nee, ich glaube nicht. Ich habe es zumindest nicht gesehen. Okay, okay, alles gut. Also erstmal... Also du solltest noch Französisch, Türkisch und, äh, was weiß ich nicht, Arabisch und so für Sprachen ausprobieren. Laut dem Chat. Also EMF schlägt auch schon seit Anfang an. Ich meine, guckt euch das an, das ist... ...auf jeden Fall nicht normal. Kinect Erkennt Stuhl Ein Fragezeichen Licht flackert Wo ist die Cola? Gebe ich dir sofort. Und das letzte war, dass der Stuhl knatscht Das war bisher das Letzte, was passiert ist, ne? Okay Also wir haben tatsächlich jetzt schon ein paar unheimliche Dinge feststellen können Ähm Wundere dich nicht Ich stehe einmal auf, um meiner Freundin was zu trinken zu geben Hallo Dankeschön So Ich kann dir das Gerät mal ein bisschen nach oben stellen Oh, vielleicht kippt er Ich würde halt gerne das... Warst du das? Ja, ich habe... Ja, ich habe Nicole allein gestellt Mich würde halt... Also ich fände es halt super, 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 super cool Wenn was auch immer hier ist Auf dem Stuhl platzeln könnte Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Hier wurde zum Beispiel in den Kommentaren von Samra geschrieben Wenn die Kinder gerade den Stuhl erkannt hat Warum jetzt nicht? Der steht jetzt genauso zur Kamera gerichtet Ja, das stimmt Das stimmt Das stimmt wirklich Deswegen, das finde ich auch ein bisschen komisch Also Leute, es gibt wirklich bisher einige Sachen, die hier wirklich das übertreffen, was ich bisher so an paranormalen Untersuchungen gemacht habe Weil auch das jetzt mit der Kinect und so, das hat mich schon gewundert Zumal der Stuhl ist jetzt sogar noch offensichtlicher, als er gerade war Ja Und die Kinect erkennt nichts Das ist ja genau die gleiche Entfernung wie gerade auf, ne? Sag mal bitte leise Das schlägt doch, sieht man das? Wie es ausschlägt? Mhm Pass auf, ich mach was Was machst du? Das warst du, ne? Ich hoffe Okay, also Falls du hier bist, dann kannst du sehr gerne auf dem Platz vor mir dich hinsetzen Nochmal, ich bin Leon, ich bin 21 Jahre alt Komme im Frieden Und ich verspreche dir Dass du keine Angst haben brauchst Du kannst gerne hierher kommen Du kannst gerne hier in den Raum kommen Falls du nicht sowieso schon hier bist Und der dort auf dem Stuhl Platz nehmen So wie ich jetzt hier gerade auf dem Stuhl sitze Kannst du sehr gerne Platz nehmen Alles gut, ich hab das im Auge Gerade hat auch die ganze Zeit das K2 Meter ausgeschlagen Vielleicht möchtest du es ja jetzt nochmal zum Ausschlagen bringen Das ist wirklich komisch, ne? Das ist wirklich komisch Guck mal, jetzt zum Beispiel schlägt es wieder gar nicht aus Kannst du gerne herkommen Hier ist gerade eine Erklärung für Dass die Kinect vielleicht den Stuhl erkannt hat Und zwar weil du direkt daneben standest Vielleicht können wir es ja gleich auch nochmal ausprobieren Dass du vielleicht da direkt neben den Stuhl gehst Ob die Kinect dich dann erkennt und den Stuhl, weißt du? Ja Ich pass auf, dann mach ich noch was folgendes Oh Baby, Baby, ausmachen, ausmachen, ey So ein Mist Wie funktioniert auf jeden Fall Nur wenn die Hunde sehr weit davor steht Also wenn man sieht, wie man sieht Sobald ich mich hier eigentlich ein bisschen bewege Genau, erkennt es mich Und gerade stand ich so daneben, ne? Aber nee, das macht keinen Sinn Ja, der erkennt ja trotzdem nicht den Stuhl, ne? Der versucht dein Bein zu erkennen Ja klar, weil jetzt meine Beine weg sind Ja, aber der erkennt jetzt nicht wirklich den Stuhl, finde ich Kannst du vielleicht dich nochmal Hier aufs Bett direkt setzen? An der Seite, also an der Seite hier vorne, neben dem Stuhl Also hier seitlich Das wäre auch meine Idee, dass du dich vielleicht hier einmal hinsetzt Genau Weil dann bist du auch neben der Kinect, also neben dem Sesseln, ne? So, ich mach mal die Ja, so erkennt er dich jetzt nicht, ne? Das ist echt interessant, ne? Wie ist denn das von der Beleuchtung her? Ist das noch in Ordnung so? Wenn ich jetzt so filme? Ja, ja Ich würde sagen, das ist voll in Ordnung Okay, alles klar Also jetzt erkennt die Kinect mich beispielsweise schon direkt Komm, du kannst auch gerne zwischendurch, um was deutlicher zu machen Auf der Kinect zum Beispiel, dann einfach hier Wenn du darauf drückst Einmal auf die drei Punkte und dann? Genau, zum Beispiel, wenn man da jetzt gleich auf der Kinect was sehen sollte, dann kannst du das so zeigen Okay Na? Mhm Also ich habe gerade gesehen, dass du das K2 Meter wieder hast ausschlagen lassen Jetzt zum Beispiel auch wieder ein bisschen Aber ich würde dich wirklich bitten, wenn du hier bist Doch einfach hier einmal Platz zu nehmen Du kannst auch gerne dich bemerkbar machen Ich habe dort, habe ich eine Kinect Kamera stehen Das ist einfach nur ein Gerät Mit welchem ich dich theoretisch, wenn du dort Platz bist, sehen kann Das hatten wir vorhin, hatten wir das schon einmal gemacht Ich bin mir nicht sicher, ob du das auch warst Aber da hat man auch schon jemanden auf dem Stuhl sitzen sehen Oder das Gerät hat den Stuhl einfach erkannt Aber wenn du hier bist, dann würde es mich wirklich freuen Wenn du hier einfach mal Platz nehmen könntest Noch mal Noch ein Beispiel, dass du die Präsenz probierst, mal zu siezen, statt zu duzen Habe ich auch schon ausführlich darüber gesprochen Warum es keinen Sinn macht Es ist dasselbe Argument wie für Sprache Ja, weil es das auch in anderen Sprachen nicht gibt, meinst du? Nicht nur deswegen, sondern weil persönliche Ansprachen und so eigentlich eh Also das sind halt, weil es denen in dem Sinne eigentlich egal ist Ob du sie siehst oder duzt und ich generell eigentlich auch lieber duze und mich da wohler fühle Also ich müsste mich anstrengen, die ganze Zeit die zu sagen Und ich glaube, dass das dann alleine deswegen besser ist, zu duzen Ganz kurz Das Tür wird in voller Länge morgen hochgeladen Definitiv, ja Okay, an all die, die hier schlafen gehen wollen Also ich sehe, dass du das Gerät zum Ausschlagen bringst Das bedeutet, wenn du dich nicht erschrecken Ich nehme einmal das Gerät in die Hand Das bedeutet, dass du hier irgendwo in unserer unmittelbaren Nähe bist Ich werde jetzt einmal aufstehen und ein bisschen hier durchs Zimmer laufen Um zu schauen, wo du dich denn hier befindest Okay, also hier zum Beispiel ist nur ein Hier bist du nicht Ich laufe mal hier ein bisschen in die Richtung Vielleicht neben hier Hier schlägt es ein bisschen aus Ach du, ach du, ach du, ne, ne, ne Okay, hier schlägt es tatsächlich heftig aus Sitzt du hier auf dem Bett Du hast es dir schon auf dem Bett gemütlich gemacht Offensichtlich Alles gut, ich mache das schon Guck mal, hier wird es wieder weniger Ist doch, alles gut, alles gut Es kommt wirklich Hier so aus der Wie gesagt, erschreck dich bitte nicht Ist alles gut Also es ist wirklich hier auf dem Bett 31 Grad 32 Grad 32 Grad Quatsch jetzt, erzähl keinen Es ist schon 32 Hier ist es 32 Grad Es ist schon 32,2 Guck nochmal bitte jetzt Ja jetzt Jetzt steht 24,4 24,9 Aber Also es scheint Boah, Leute Also so einen Ausschlag hatte ich lange nicht mehr Das ist wirklich Also gerade jetzt war es wieder hier irgendwie Ja Ja Ja, es ist wirklich Es kommt von da Ja Okay, dann werde ich jetzt mal die Kamera ein bisschen mehr aufs Bett richten Erschreck dich, wie gesagt, nicht Hallo, hallo, ne, 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 ich halte das nicht Halt das ruhig fest, da kann dir nichts passieren, alles gut Jetzt wird rot Du hast Angst, Mann Nee, 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 nee So Das ist wirklich Bleib mal bitte da sitzen Das schlägt aus Hallo, nein Okay Ich weiß, eigentlich wollte ich das Nicht machen Aber Da ich mir nicht ganz sicher bin, in welchem Winkel ich das Am besten nach dem PC draufstellen, oder? Oh, heil Moment, ich zoome einmal ein bisschen näher ran für euch, Leute Damit ihr es seht Also tatsächlich kommen da hier und da wieder ein, zwei Strukturen Achtet bitte auf die Kinect Kamera Die schlägt ja auch voll aus, immer zwischendurch Also Lea erkennt er, ne, ist natürlich im Sitzen was anderes Im Sitzen erkennt er es natürlich schlechter Also hier direkt, hier direkt Hier direkt in die Nähe erkennt er, also eben erst schlichter Ja gut, die Kinect steht jetzt ganz schön schief Ich stelle die Kinect, ich stelle die mal vielleicht sogar Alles gut, passt schon Ja das Ding ist, auf dem Bett ist es natürlich schwierig, dass die Kinect was erkennt Weil das Problem auf dem Bett ist, dass man eben sitzend ist, ne Hier, 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 hier So, jetzt hat sie mich auch erkannt, die Kinect Möchtest du zu meiner Freundin Lea oder warum bist du in ihrer Nähe? Vielleicht soll Lea mal mit dir kommunizieren Wenn ja Dann gib uns ein Zeichen, bitte Ich glaube, das ist Zeichen genug eigentlich Guck dir das an Vielleicht weiß ich nicht, wie man sowas macht, ne Versuch einfach mal zu reden, einfach ganz normal Wie es ihr geht Oder einfach, einfach Einfach nur dich unterhalten, einfach nur Eine Verbindung aufbauen Probier es mal aus Alles gut, ich setze mich auch mal weg, dann Ein bisschen weiter weg setze ich mich Soll ich mich nur mal vorstellen, oder? Stell dich ruhig nur mal vor, ja Ich bin Lea, ich bin hier gerade mit meinem Freund Leon Und wir versuchen mit dir Kontakt aufzunehmen Wie du siehst, haben die hier einige Geräte Zum Beispiel kannst du dich hier näher ans EMF bewegen Wenn du näher daran gehst, schlägt es mehr aus? Oder wir haben eine Kinect-Kamera Die dich normalerweise erkennen sollte Kannst du noch näher an das EMF-Gerät kommen? Boah Das klingt schon krass aus, ne? Also das ist wirklich komisch Kannst du uns irgendwie zeigen, dass du gerade umframierst bist? Es wäre halt zu cool, wenn wir nochmal was auf der Kinect sehen Jetzt ist es weg, jetzt ist es weg Jetzt ist es weg? Mhm Aber ganz langsam weggegangen, ganz langsam Jetzt fühlst du das wieder mehr Kommst du wieder zu mir? Ich habe was aus der Badewanne gehört Ich habe wirklich Ich habe gerade gefühlt auf jeden Fall was hinter mir gehört Jetzt sind Leute auf dem Flur Also falls da her Geräusche kommen Jetzt kommen die Leute, schlägt das nicht mehr so auf, ne? Mhm Guckt euch das an Leute auf dem Flur und direkt Es schlägt immer mal wieder aus, aber nicht so krass wie gerade Und ich halte es immer noch genauso Jetzt wieder mehr Kommst du wieder zu uns? Jetzt wieder mehr Habe ich die Leute verschreckt auf dem Flur? Lea hat ihr Handy Wir streamen mit Leas Handy Mein Handy ist auf Flugmodus, ja Ach so Ja, von mir aus kannst du das auch weglegen Du kannst gerne wieder direkt zu mir kommen Für beide tun die nichts Wir würden gerne nur mit dir kommunizieren Ich versuche nochmal mit der Kinect ein bisschen was einzufangen Jetzt wird wieder mehr Und wieder gar nicht Weißt du, wie man das die ganze Zeit vorkommt? Mhm Aber das ist halt auch Guck mal, jetzt zum Beispiel ist absolut gar nichts mehr, ne? Gar nichts Was ist? Alles gut Du hast dich nicht an der Kerze verbrannt Nein, nein, ich habe mich nicht an der Kerze verbrannt Ich habe mich an dem Ding hier verbrannt Weil das war direkt über der Kerze Das ist nicht so geil Oh Oh, Leute, ey Das ist Jetzt schlägt sie ja voll aus Also das ist wirklich Ich mache mal kurz die beiden Kerzen hier aus Ich habe manchmal das Gefühl einfach Als auch jemand Also so, naja, wenn man es jetzt wirklich real ist So Für was ist dieser Knopf hier? Auf dem EMF, den wir uns nicht knoppen, aber Was man reinbrücken kann Damit schaltet es das an und aus Achso, okay Also Leute, ihr werdet jetzt wahrscheinlich relativ wenig sehen Das liegt daran, dass ich hier gerade mit der Kinect ein bisschen rumlaufe und rumschaue Lea müsste es eigentlich erkennen, aber weil sie sitzt wahrscheinlich nicht Oder nur mit der jeweiligen Entfernung Erkennt mich das Ding jetzt? Das bricht hier gruselig aus in dem Ding Boah, hör mal auf, ey Ja, jetzt schon, ja Okay Da steht der andere Stuhl Da rechts wurde gerade irgendwas erkannt So, jetzt ist wirklich alles bei Null, ne? Den Stuhl erkennt es halt auch nicht von alleine Also Lea erkennt es hier und da Ich kann es ja nochmal hier hinten hinstellen, wo es auch ganz am Anfang stand Guck mal, so war es vorhin Ich finde es halt so komisch Genau so hat es den Stuhl erkannt Ganz kurz, ja Ich habe eine Frage Ich finde es halt komisch, dass das EMF zum Beispiel jetzt nicht ausschlägt Wenn wir gerade andere Sachen machen und ich mich damit nicht beschäftige Weißt du, wenn wir nicht damit reden Verstehst du, was ich meine? Mhm Das schlägt ja so gar nicht aus Genau Also ihr seht, ne? Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und so Alles gut, das Ding erkennt das Genau Aber der Stuhl wird nicht erkannt Kannst du dich mal da hinsetzen? Aus Bett, direkt neben dem Stuhl Nee, nee, passiert nicht selbst gut Nee, es passiert wirklich nichts Nee, das Ja, das macht dann keinen Sinn, dass du den Stuhl erkennst Guck Das war gerade genauso Das war gerade wirklich genauso Und gerade hat das wirklich komplett strukturnahe Karnatensol Das ist echt unheimlich, ne? So, wir machen es jetzt so Ich setze mich hier hin, Leute Seht ihr mich? Ihr müsstet mich eigentlich sehen Ich kann mich sonst auch hier hinsetzen Gib nochmal das hier Also, wir hatten gerade schon hier und da mal mit dir kommuniziert Und du hast das K2 Meter auch eindeutig zum Ausschlagen gebracht Wir haben jetzt nochmal ein Gerät ein bisschen umgebaut Und ich würde einfach gerne nochmal wissen Ob du hier bist Ob du bei uns bist Wenn ja, dann kannst du gerne Wo auch immer du bist Das K2 Meter zum Ausschlagen bringen Unglaublich interessant gerade, ne? Das ist auch Boah, ich muss hier aber auch das Fenster einmal öffnen Ehrlich, das ist Zu warm Es ist echt zu warm Mir ist richtig warm Warum er kennt ja jetzt 28 Grad? Wir sind keine 28 Grad Jetzt 29 oder was? Also mittlerweile ist das eine Atmosphäre hier Das könnt ihr euch nicht vorstellen Ich hätte das nicht erwartet Ich hätte es wirklich nicht erwartet Gerade an Halloween Alter Also Auch wie oft das EMF-Gerät ausschlägt Das ist ja schon echt nicht mehr normal Wow Also Ich bin echt ein bisschen sprachlos Was das Hotel angeht Nice, der Stream Danke dir, Relox Das sind knapp 400 Leute Also es ist So, okay Leute Die Frage Also ich würde sagen Wir machen jetzt noch ein paar Minuten weiter Mit dem K2 Meter Und Der Kinect Kamera Und ich würde sagen Dann können wir gleich auch schon mal Das Portal rausholen Das sind so weit Das sind so weit Wie zu Hause Also hier sind Leute auf jeden Fall Also hier sind Leute auf jeden Fall Das ist total Das ist aber nicht so laut, oder? Du kannst es ja leise machen Okay, okay Alles gut Du kannst gerne das K2 Meter nochmal ausschlagen lassen Oder dort vorne auf dem Auf dem Sitzplatz nehmen Dafür werden wir der Sand Der sehr, sehr dankbar Hier knackt alles in dem Haus, Leute Ich sag's euch Aber jetzt mittlerweile Aber jetzt mittlerweile Ich glaub nicht 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 Vielleicht fühlt sie sich wirklich bei mir wohler Weißt du Und getötet wurde Nein Steffen Das schlägt nicht aus Von der Kamera Das war ja vorhin ganz weit weg von der Kamera Da saß ich Dort Und Lea da hinten Und da hat's auch extrem ausgeschlagen Und jetzt war ich ja sogar viel näher an der Kamera Zumal grad hat's ja bei mir genauso hier auch ausgeschlagen Ja Schlägt das ja auch nicht mehr aus Also jetzt schlägt's wirklich gar nicht mehr aus Also jetzt schlägt's wirklich gar nicht mehr aus Es werden jetzt wirklich Gerade was bei uns war Und jetzt nicht mehr Magst du nicht mehr zu mir kommen? Ich hab aber auch ein paar Kerzen ausgemacht Vielleicht sollte ich mal wieder ein paar anmachen Vielleicht wird dir jetzt die Kraft, weil du alles ausgemacht hast Soll ich nochmal die Kerzen anmachen, Leute? Ich hatte die halt ausgemacht, weil ich hier das Handy hingestellt hab Dann mach ich die jetzt einfach nochmal an Moment, ich stell's euch so hin, dass ihr auch den Laptop sehen könnt Das schlägt doch nicht aus, wenn man irgendwie dagegen kommt, ne? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Ja, wie, was? Hallo? Oh, das wird hier nichts kaputt Nee, musst du eigentlich, ist alles angeschlossen Ja, das geht doch jetzt, ne? So, Moment Okay, also alles gut Ihr seht die Kinect Ihr seht mich Da mach ich jetzt nochmal ein paar Kerzen an Und ein bisschen weniger Licht Lass sie ausmachen Boah, Leute, ehrlich Ich find das grad so spannend Vielleicht machen wir das hier an und das an der Decke machst du aus Ich wollt grad sagen, lass das mal an Und das find ich jetzt ein bisschen dunkler Das ist sehr ähnlich, das zu hellen Ich mach noch ein paar Kämmeer an Das ist krass, das gar nicht, es ist gar nichts mehr gerade Aber nicht mal die zweite Leuchte blinkt nicht mal Nur die eine, ne? Daran merkt man ja, es kann nicht am Handy gelegen haben Nee, nee, ich kann auch zum Handy gehen Nicht Also an dem Handy, ne? Und ich saß hier genau so dran Aber diese Kerzen, die alle schon halb angezündet sind, ne? Natürlich, Kerzen, die kriegst du kein zweites Mal an Ja, das hab ich jetzt auch gemerkt Gehen die auch vielleicht alle hoch aufs Zimmer, weißt du? Vielleicht ist das auch noch mal ein bisschen was anderes, weißt du? Ich wollt grad sagen, Leute, hier laufen grad wirklich viele Also im Vergleich zu vorhin viele Leute durch Ja Vielleicht ist das auch noch mal was, was jetzt vielleicht Präsenz nur so verschreckt Also zumindest die Atmosphäre verändert, sag ich's mal so Ja Da ist ja was anderes, sag ich mal, ne? Okay So Bis wann ist morgen Frühstück? Tut mir leid, dass ich das frage Bis, ähm Bis 10 Uhr wahrscheinlich, ne? Wir haben um 8.30 Uhr Termin, glaub ich, gemacht 8.30 Uhr, das geht nur bis 9.30 Uhr Ja, das geht nur bis 9.30 Uhr Das geht nur bis 9.30 Uhr Der Frühstück, um seit Uhrzeiten Komm, gib mir schon mal auf die Narben, ey Erst kurz um 9.30 Uhr Ja, wir können auch sagen, wir freuen erst um 9.30 Uhr Wenn es bis 9.30 Uhr geht, gehen wir um 9.30 Uhr hin, oder was? So So Also Leute Zumindest für das K2-Meter jetzt letzter Versuch, danach werden wir das Portal auspacken Dann geh mal her Ja Warte Okay, hier beim Ball auf jeden Fall schlägt es ein bisschen auf, natürlich, ne? Nein, 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 nein Okay Aber jetzt haben wir eigentlich größtenteils nur Kerzen Wir haben da hinten die einen, haben wir natürlich noch an Ich stelle mich einfach nochmal neu vor Mein Name ist Leon und ich bin hier mit meiner Freundin Lea Wir sind extra aus Deutschland hergefahren Um herauszufinden, ob hier irgendjemand oder irgendetwas in diesem Hotel ist Deswegen, wenn du oder wenn ihr hier seid Falls irgendetwas in dem Hotel hier ist Dann seid ihr herzlich eingeladen, hier in diesen Raum zu kommen, euch auch gerne zu setzen Du brauchst absolut keine Angst vor uns zu haben Wir bitten dich herzukommen Komm zu uns Du kannst dich über das K2-Meter oder auch gerne andersweitig bemerkbar machen Ja, Leute, man hat wirklich krass Also teilweise Geräusche, die man nicht zuordnen kann Ich weiß, ob jemand was über den Boden lang erzogen hat Ja War es das du? War das ein Zeichen? Wir wollen dir nichts Böses und du brauchst auch keine Angst zu haben Du hast vorhin das K2-Meter öfters zum Ausschlagen überwacht Vielleicht bekommst du das ja jetzt nochmal hin Ich gebe auch das Gerät sonst gerne nochmal meiner Partnerin, Lea Ich versuche einfach mal zu reden Schön laut und deutlich Da halte ich mich nicht so laut, ganz ganz offen Ich stelle mich auch nochmal bei dir vor Ich bin Lea Und mit mir ist mein Freund Leon Und wir sind zusammen hierher gekommen, einfach aus Deutschland Und möchten gerne wissen, was an den ganzen Geschichten dran ist Und ob du wirklich hier bist Und würden sehr gerne mit dir Kontakt aufnehmen Deswegen wäre es wirklich sehr schön Wenn du zum Beispiel jetzt in meine Nähe kommen würdest Das würde ich nämlich am EMF sehen Gib uns ein Zeichen gerne Gib uns gerne irgendein Zeichen Gerade warst du in meiner Nähe, ist es dir jetzt zu laut hier? Ich glaube, das ist momentan gerade viel zu laut, ne? Viel zu hintergrundgeräusche und viel zu viele Leute Und seitdem ist es auch ruhig Gorgon schreibt auch, ich soll das Portal anmachen Ich würde da, ich würde vielleicht hier an der Stelle ein bisschen unterbrechen Und einmal hier Licht einschalten und einmal ein bisschen Also falls irgendetwas oder falls du hier wirklich warst, dann bedanken wir uns erstmal Wir würden gleich nochmal gerne mit dir kommunizieren Aber wir schalten jetzt erst einmal wieder das Licht an Dankeschön Dankeschön, wirklich Vielen, vielen herzlichen Dank So, ich mach einmal das Licht an Weißt du, was ich ja noch verstehen würde, wenn das EMF jetzt ausgeschlagen würde, weil hier so viele Menschen sind mit Handys und so Ja, ja Aber gerade, wo die Menschen nicht da waren, die ganzen Leute, da hat es ja ausgeschlagen Jetzt, wo hier alle rumlaufen, nicht, weißt du? Also Leute, ich muss auch echt sagen, ihr könnt ja mal jetzt reinschreiben, was ihr davon haltet Ob ihr glaubt, dass diese Dinge natürlich zu erklären sind oder ob ihr glaubt, dass wir schon einen Kontakt einmal hatten Für mich war das schon irgendwie besonders, zumal Lea jetzt auch nicht so wirkt, als wäre sie komplett abgeneigt Also die Sachen, die wir erlebt haben, sind jetzt auch nicht unbedingt direkt zu erklären Das ist halt das Komische Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet So, Moment Ich fand das schon, das war schon spannend, ey Das geht schon gut los, finde ich Ist schon was krasses passiert, fragt Melli Sternchen Eigentlich schon, ja Also wir haben uns aufgeschrieben, was alles passiert ist Gib mal bitte den Blog Ja, dann müsstest du das vielleicht einfach auch nochmal recherchieren, ne Gerade mit dem Sessel und so, oder? Was denn? Ja, mit dem Sessel, ob die Knecht sowas erkennt und so Ja, eigentlich nicht Also, na klar kann die manchmal andere Sachen erkennen, aber man hat's ja gesehen Die haben das genau, die steht gerade an der genau selben Stelle Und selbst jetzt erkennt die nur mich und nicht den Sessel Das ist halt komisch Ja Zimmer 401 wäre Bild, schreibt Gorgon Ich weiß Gorgon, aber das Zimmer gibt es nicht Das gibt es nicht An der Stelle, wo das Zimmer eigentlich wäre, ist jetzt Zimmer 251 Beziehungsweise, habe ich vorhin auch gezeigt, wir haben uns das schon angeguckt, das Hotel hier Ähm, an der Stelle ist Ähm, jetzt ein Fahrstuhl Beziehungsweise ein Anbau Und es fangen halt immer jetzt, äh, die Zimmer irgendwie ab höheren Zahlen an, das ist aufgefallen, ne Das können wir auch mal früh nochmal gucken Also wir hatten bis jetzt, ähm, bevor wir überhaupt mit allem angefangen haben, drei Sachen Nämlich einmal, dass der Stream trotz guter Verbindung und allem drum und dran ruckelt, das könnte auch an YouTube liegen Ähm, dass Raum 401 nicht zu finden ist, also dass eventuell die, die Raumnummern auch alle geändert haben, dass niemand mehr nach dem Raum sucht oder so Keine Ahnung Ähm, dann hat mir ein merkwürdiges Pfeifen gehört, das war wirklich komisch und war auch draußen auch keiner, aber hätte halt trotzdem von draußen kommen können natürlich Das EMF hat dauernd ausgeschlagen, bis vorhin Ähm, die Kinect hat halt jemanden auf dem Stuhl sitzend erkannt, was sie jetzt nicht mehr tut Also, es ist auch irgendwie keine Anomalie richtig Das Licht hat einmal geflackert, als alles so krass war gerade, als das EMF ausgeschlagen hat Und der Stuhl hat einmal geknatscht, als würde sich da jemand reinsetzen, also wirklich genau so So, jetzt nicht so laut, aber schon relativ laut Wahrscheinlich so, als würde ich mich da reinsetzen Ja, als würde Lea sich reinsetzen oder so Mh, sprich in den Spiegel, mach das Licht aus, das können wir gleich auch mal probieren Ähm, nein, 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 ich will ja nichts, nichts, eigentlich will ich ja nichts heraufbeschwören Äh, das war der Mörder, ja gut, das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, ne, dass der Mörder, dass der hier irgendwie diesen Ort heimsucht Ja, wobei ich aber sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier unwohl fühle Fühlt ihr mich unwohl? Also ich fühle mich hier eigentlich mega wohl Also ich könnte jetzt auch schlafen gehen oder so Oder was gucken Gut, ich glaube alleine wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes Ja, aber ich glaube aber auch, wenn das irgendwas Schlechtes ist, den Körper checkt es ja, weißt du? Für schlechte Seele oder so Und deswegen glaube ich, ähm, das wäre dann irgendwas anderes, was uns nicht so gut gesinnt ist Ich glaube nicht, dass wir dann so, ähm, beruhigt irgendwie sind, weil es was schlafen Mhm Also würde ich jetzt sagen, kann man schon gar nicht sagen, oder so Könnt ihr da eigentlich noch pennen nach all dem? Wir probieren's Wir probieren's Vielleicht hat sie Angst vor Männern Das könnte halt hinauern im Sinne von, dass die, wenn die von Männern getötet worden ist, ne? Das habe ich jetzt auch schon mehrmals gelesen, weil früher war das ja auch leider viel, äh, dass Frauen für bestimmte Sachen genutzt worden sind und dann, na, getötet worden Macht es Sinn, wenn ich rausgehe? Einmal? Ich glaube nicht Das hat ja vorhin aufgeklappt Oder zumindest Badezimmer Komm, wir machen mal eine Umfrage gezeigt Äh, äh Oder bis jetzt ist ja noch nichts passiert, was man hätte faken können Bis jetzt, ich wollte grad sagen, bis jetzt ist ja auch noch nichts passiert, was man hätte faken können Gut, man könnte jetzt, das weiß ich nicht, dass du noch heimlich ein Handy dabei hast, oder so, was das EMF-Gerät zum Ausschlagen bringt, oder so Oh, ich hab die Kohle zwei Hände zu besitzen Okay, Stream hängt ein bisschen, das tut mir sehr leid Mh, jetzt geht's wieder, okay Ähm, also Leute, schreibt mal Plus in den Chat, wenn ihr dafür seid, dass wir nochmal, bevor wir jetzt das Portal ausprobieren, ähm, dass wir nochmal ausprobieren, dass Lea alleine kommuniziert Der Stift ist aus Pappe Ja, mach ich nicht kaputt Da haben wir schon wieder das komische Problem, dass es bei euch ruckelt, aber bei mir wirkt alles flüssig angezeigt, das ist echt weird Ja, das können wir in den Haft prüfen Okay, okay, also die meisten sind dafür, dass wir das nochmal ausprobieren Okay, go Aber willst du nicht weggehen, ja? Nein, nein, ich gehe nicht weg, alles gut Wenn ich aus dem Zimmer gehe, dann hab ich ja Angst Okay, dann machen wir jetzt nochmal, Leute Ich geh in irgendeiner Ecke oder so Ich geh da hinten, oder ins Badezimmer Kein Badezimmer Kannst du dich nicht einfach da hinten, da wo du jetzt bist, bis hin sitzen? Jetzt erkennt ihr den Stuhl wieder Dann schlägt er raus Ja Jetzt erkennt es auch den Stuhl wieder Die Frage ist wieso So Ich glaube, dass es nicht paranormal ist Genau, vielleicht sieht das einfach noch Guck mal, wenn ich da dran komme Das ist weg, siehst du Und dann ist das komisch Ich würde jetzt auch nicht sagen, weil es guckt der EMF Oh, 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 das schlägt aus Das EMF-Gerät schlägt aus Ein bisschen Ab und zu, ja Ab und zu Aber jetzt auch nicht Ist auch nicht extrem oder so Ich mach's nochmal Licht aus Es schlägt immer wieder ein bisschen aus Halt auf Gelb Polizio Dua Du kannst dich ruhig ein bisschen weiter rechts hinsetzen So? Ja, an die Bettkante, dass man dich sieht Ja, aber ich möchte auch eigentlich so gerne, dass das mich so berührt, weißt du? Mhm Okay Leute, ich bin jetzt hier ganz hinten So, ich weiß nicht, ob man das noch sieht Ähm Ich stelle mich nochmal bei dir vor Ich bin Lea und ich bin hier zusammen mit meinem Freund Leon Wir kommen aus Deutschland Und sind in diesem Hotel, weil wir wissen wollen, was die ganzen Geschichten auf sich haben Und wenn diese stimmen, wollen wir dich gerne kennenlernen Und versuchen Mit diesen Geräten, die wir hier haben Mit dir zu kommunizieren Das EMF, was ich in der Hand halte Kann mir zeigen, wenn du gerade in meiner Nähe bist Möchtest du vielleicht mal näher ins EMF gehen? Möchtest du vielleicht mal näher ins EMF gehen? Das klingt Dankeschön Kann es sein, dass du gerade auf dem Sessel sitzt? Wenn du nicht auf dem Sessel sitzt, könntest du dann einmal weggehen, damit das EMF nicht ausschlägt Kann das vielleicht sein, dass du Angst vor Männern hast? Wenn du Angst vor Männern hast, lass das Gerät ruhig noch mehr ausschlagen Komm näher zu diesem Gerät Kann es sein, dass dich früher ein Mann verletzt hat und du deswegen Angst hast vor Männern? Ich würde das jetzt als Ja deuten Wenn nicht, dann geh ruhig ein bisschen weg, damit das EMF nicht ausschlägt Kannst du noch anders zeigen, dass du hier bist? Dem du zum Beispiel Kerzen ausmachst oder dich auf der Kinect Kamera bewegst Oder das EMF vielleicht noch mehr zum Ausschlagen bringst, dem du noch näher zu mir kommst Kannst du ja mal fragen, ob es die Hand heben kann, den Arm ausstrecken oder so? Kannst du ja mal fragen, ob es die Hand heben kann, den Arm ausstrecken oder so? Ich kann meine Hand ja mal in Richtung des Sessels bewegen, vielleicht kannst du mich ja anfassen Bist du zu schwach, um dich zu bewegen? Bist du das? Machst du die Geräusche mit dem Sessel? Bist du das? Machst du die Geräusche mit dem Sessel? Ich heule gleich, ich heule gleich EMF schlägt nicht mehr so aus Das schlägt wieder aus Noch weniger Möchtest du noch mit uns kommunizieren, dann lass das EMF bitte noch einmal stärker ausschlagen Das schlägt auch mal Ja, mehr Ich möchte auf jeden Fall mit uns kommunizieren Wenn du hier bist und wenn du auf diesem Sitz sitzt Ich würde dich einmal bitten, aufzustehen und den Sitz zu verlassen Kannst du das für uns machen? Ich bitte dich, du kannst dich gleich gerne wieder hinsetzen Eben Er schlägt nicht mehr aus Eben Er schlägt nicht mehr aus Weniger Wenn du hier noch sitzt, ne? Ich weiß auch nicht, ob du noch mit der Kamera bist Jetzt wieder ein bisschen Immer mal wieder Wenn du hier noch sitzt, vielleicht kannst du dann ja einmal bitte aufstehen Jetzt gar nicht mehr Immer noch ein bisschen, ne? Ja, ab und zu Ab und zu mal Aber immer weniger Ich setze mich jetzt auch mal auf den Sitz drauf Weg Weg Das kann doch nicht normal sein, oder? Weg Leute, das kann doch wirklich nicht normal sein Hast du Angst? Warte mal, ich stehe jetzt mal wieder auf Ja, ist Unregelmäßig Kannst du mal ein bisschen weg gehen, bitte? Ich, äh Aber guck mal, jetzt ist doch der Stuhl Geh mal ein bisschen weiter Du kannst gerne wiederkommen, wenn du möchtest Jetzt schlägt immer mal wieder aus Wie sieht man das in der Kamera? Ich weiß nicht Ich weiß nicht, seitdem du da warst Und der Stuhl wird auch nicht mehr erkannt Ist weg Und der Stuhl wird nicht mehr erkannt Seitdem du da bist Das kann nicht wahr sein, guck mal, der Stuhl wird jetzt auch nicht, oder? Seitdem du da bist Das kann doch nicht wahr sein, also Das kann doch nicht wahr sein, also Warum wird der jetzt schon wieder der Stuhl nicht erkannt? Hm? Nice Also die zweite Lampe blinkt immer mal wieder ein bisschen Doch, jetzt wird ja der Stuhl erkannt, oder? Aber irgendwie so richtig ruiert Ich versteh's nicht Aber auch nicht richtig Nicht so wie gerade Jetzt schlägt bei mir wieder aus Du kannst dich jetzt gerne nochmal auf den Stuhl setzen Ja, ja Du brauchst keine Angst vor mir zu haben Setz dich gerne einfach auf den Stuhl Ja, ja Das bin ich mit meinem Fuß Ja, ja Setz dich gerne einfach auf den Stuhl Warum kann ich hier dran gehen, ne? Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie von dem Pumpen so, weißt du? Ja, ja Überspringen, dass er dann was erkennt EMF ist auch ruhig Klingt ab und zu, aber Vielleicht klingt wieder ein bisschen mehr Ja, das ist immer wenig, ne? Das ist gar nicht mehr Also irgendwie hab ich Ich weiß nicht mehr, wer's in den Kommentaren geschrieben hat Mit dieser Angst vor Männer Weil ich hab das Gefühl, wenn da was ist, ist da was dran Ja, ne? Weil ich hab das Gefühl, sobald du kommunizierst Ist es weniger, als wenn ich kommunizier Dann ist mehr Ja Und sobald Gerade als du da hinten in der Ecke warst War's zum Beispiel mehr und direkt auf dem Bett Als du weiter weg warst Und ich auf dem Bett war, weißt du? Also es wird dir auch irgendwo Sinn machen, Leute Es wird irgendwo Sinn machen, ne? Zum Beispiel schlägt gar nichts mehr aus, so weißt du? Passt auf Leute Passt auf, dass du mir eine Kerze trinkst Ich würd sagen, ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet Wir packen mal das Portal raus, oder? Wir schreiben ihnen alles in den Kommentaren Ja, ich schau mal nach Ich krieg leider nichts mit Ich würd auch vorher gerne mal was machen, was die reinschreiben oder so Aber ich krieg halt leider auch nicht viel mit Also wir haben auf jeden Fall eine kleine Spende bekommen Nicht wundern, Leute, wenn die Verbindung jetzt einmal weg ist Ich mach jetzt einmal WLAN wieder an Ja, schwierig, ne? Die Leute wissen auch nicht ganz Ja, ich denk mal halt Es kann halt Zufall sein So blöd es sich anhört Aber da kann halt auch was dran sein Also muss jetzt nicht, verstehst du? Ich find das ist jetzt auch alles halt nichts Eindeutiges Also Madeline hat auf jeden Fall 5 Euro donated Und schreibt sehr spannend weiter so Vielen, vielen herzlichen Dank dafür Das ist super lieb Also wirklich Kuss gehen raus, danke euch Kuss gehen raus Mann, sag mal doch so Kuss gehen raus oder Kuss geht raus So Ich würd sagen, wir kommen mal zu dem Teil, worauf ich mich eigentlich am meisten gefreut habe Wie geht das denn raus? Alles gut, du kannst ruhig anlassen, dann sieht man ein bisschen mehr Ja, das lässt du mich so eklig von unten an Das ist voll eklig Nämlich das Geisterportal Wir werden jetzt das Geisterportal auspacken Und ey, ich find das echt bisher sehr interessant was passiert ist Darf ich noch ne Frage? Ja Das EMF direkt daneben trotzdem liegen lassen? Ja, ja klar, du kannst es anlassen die ganze Zeit Du kannst die ganze Zeit anlassen So Jetzt ist halt die Frage, ne? Ähm, willst du halt jetzt wirklich immer, wie er kommt jetzt von euch oder willst du jetzt mit den Sachen, die wir wahrscheinlich rausgefunden haben, weitermachen? Zum Beispiel, dass ich ja wahrscheinlich von einem Mann getötet wurde und verletzt wurde Ne, ich würde auch Dass man nochmal wirklich bei jedem Ding, was wir jetzt ausprobieren, nochmal von neu anfangen Wir können ruhig nochmal von neu anfangen Wenn die Präsenz hier ist, dann kann die das ja auch äußern, sozusagen Leute, wir werden es diesmal ein bisschen anders machen, als wir es letztes Mal gemacht haben Wir haben nämlich normalerweise das hier immer an die Spiritbox connected Diesmal habe ich ja den Laptop mit Und deswegen werden wir das an eine richtige App anschließen Die wirklich nur, äh, ja, genau auf sowas ausgelegt ist So Das heißt, ich muss dafür einmal ganz kurz das Programm öffnen Das Programm, das wir nutzen, heißt Vokeybus Das wird auch von großen Ghost-Hunter-Teams und so benutzt Und, ähm, das ist im Grunde nichts anderes als eine Spiritbox Also, dass die die Radiofrequenzen durchgehen Nur noch, dass da weißes Rauschen zusätzlich mit bei ist Und dass da zum Beispiel auch ein Wörterbuch hinterlegt ist Womit die Präsenzen eben kommunizieren können Achtet auch auf der Verschleitung erst, ne? Mhm, hab ich schon Ich dachte, dass es so laut ist Sollen wir die Fenster dann so lange zumachen? Ja, ist das eine gute Idee? Äh, das ist ein bisschen... Laut Ähm, ähm... Was machen wir für heute so ein Zimmernachbarn noch an? So, Leute Also, ich werde jetzt das Ding hier einstellen So... So... Muss ich einmal kurz einstellen Muss ich einmal kurz einstellen So... 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 ich kann euch auch einmal demonstrieren nur damit klar ist was da so durchkommt ja alles gut ich zeige euch jetzt einmal was da so durchkommt damit man sich das einmal so anhören kann so jetzt ist es nur ein verstärker also da kommen halt einige verschiedene sachen warum heute nacht noch schlafen können weiß ich auch nicht okay moment das hört sich so unheimlich an so ok dieses programm ist so dumm gemacht leider aber ok das ist wirklich komisch ok also leute aus irgendeinem grund ist gerade wieder etwas komisches passiert nämlich ist da jetzt oben eine einzige deckenlampe an das eine einzige deckenlampe an warte mal ich guck mal ganz kurz es geht nicht mehr aus ok komisch 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 aber egal leute so jetzt jetzt traut sich lea nicht mehr zu schlafen habt ihr toll gemacht leute herzlichen glückwunsch herzlichen glückwunsch nein spaß ja pass auf das sind geräusche die hier aus dem dings kommen ja jetzt warte mal ganz kurz ganz kurz ich fand das andere ding nicht so gruselig das kleine radio das ist ja voll gruselig das ist ja voll gruselig das ist ja voll gruselig da können ganz komische stimmen hier hier aber Ja. Ist irgendetwas hier bei uns? Warte mal, ich habe irgendwie das Gefühl... Ist alles richtig angeschlossen? Ich bin doch gerade... Aber ich bin... Ah, guck mal, jetzt kommt da gar nichts raus, ne? Vielleicht wird sie mir gerade aufgeregt... ...und mein Finger angeschlossen haben. Ich bin doch nicht freundlich. Boah, Alter. Ich bin doch nicht freundlich. Leute, ey, was machen wir hier, ne? Also, das ist halt der Teil, wie gesagt... Das ist der Teil, den ich normalerweise rausschneiden würde, ne? Wenn man die Sachen, die Geräte einstellt. Das braucht alles seine Zeit. Das ist da wirklich nicht böse rum. Ich frage jetzt einfach im Stuhl, dass der nicht nochmal knackt. Hoffentlich. Aber das weiß ich jetzt, ne? Okay. Also, wir können ja einfach nochmal anfangen mit der Kommunikation. Ich habe das Gefühl, dass es zu leise ist, Gerät. Kannst du mal ein bisschen lauter machen? Aber aktuell ist ja klar, dass es nicht mehr zu leise ist. Ich meine, es sind Fernseherlautschwerke heute, ne? Es sind freige Zeit. Weil die Stimme sind in der Landort. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Weil ich kann auch nicht trotzdem zu leise. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Ich verstehe gar nicht. Und dann Hallo. Bist du hier? Komm mir an, ganz viele Sachen. Möchtest du mit uns reden? Da kommen ganz viele Sachen aus. Ich habe das Gefühl, wenn du mir Fragen stellst, ob du das brauchst, was du hören willst. Ja, das finde ich auch nicht. Aber das Ding ist, ich mache es jetzt auch, muss ich auch zugeben Leute, ich mache es jetzt auch das erste Mal mit dieser Geister-App. Oh Alter, wie es sich hier ausschlägt. Ja, wegen den Dingern wahrscheinlich alles so warm. Ja, na klar, danach schon, aber hier sollte es ja eigentlich nicht ausschlagen. Ich habe jetzt mal den Noise-Pegel noch ein bisschen höher gemacht, dass der noch weniger erkennt. Also wirklich nur das, was sehr laut ist. Und ich frage einfach mal, also ich sage noch einfach mal hier, ich bin Leon und ich bin hier mit meiner Freundin Lea und wir kommen im absoluten Frieden, das versprechen wir. Wir würden gerne herausfinden, ob hier in diesem Hotel irgendjemand oder irgendetwas ist. Ich glaube dazu, dass wir ihn oder ihn nicht austreiben wollen, dass wir versuchen. Wir wollen auch nicht versuchen, dich hier auszutreiben oder sonst was. Wir möchten einfach nur wissen, ob du hier bist. Vielleicht möchtest du uns ja einfach mal deinen Namen verraten. Wir haben dir ja auch unseren Namen verraten. Ich bin Leon und das ist Lea. Wie ist dein Name? Du kannst gerne hierher kommen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich tue dir nichts, genauso wenig wie meine Freundin Lea. Du kannst gerne herkommen. Wir hören dich leicht. Du kannst mit uns über das Portal sehr gerne kommunizieren. Wenn du nicht mit uns kommunizieren möchtest, kannst du das auch gerne einfach sagen oder dich bemerkbar machen. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich hatte ein besseres Gefühl alleine schon, als ich es direkt an die Spillbox angeschossen habe. Ich wollte gerade sagen, lass es mal mit der Spillbox probieren. Weil die Apps sind zwar schön und gut, aber ich könnte euch jetzt nicht erklären, wie die App funktioniert. Ich weiß, dass die mit weißen Rauschen funktioniert. Ich weiß, dass die auch irgendwelche Frequenzen durchgeht. Welche weiß ich aber nicht. Das macht einen Schein, andere zu sein. Ja gut, aber kann man jetzt mal so eine blöde Frage, aber kann jemand dann auch gefaked sein? Das kann gefaked sein, klar. Dann würde ich es ja sowieso nicht. Ja, also das Ding ist halt, große und auch gute geisteliger Teams benutzen eigentlich die Apps. Und haben die auch entwickelt. Ja, vielleicht muss man das mal von jemandem anlegen. Ja, das ist dieselbe. Das ist dieselbe, genau dieselbe. Es gibt noch eine, die man eigentlich benutzt. Ja, also ich probiere es jetzt einfach auch nochmal. Ich probiere es jetzt mal direkt mit der Spillbox aus, Leute. Oh, ich kriege wirklich Schmerzen. Die App ist vorprogrammiert. Ja, das weiß man halt nicht. Das weiß man nicht. Bei der Spillbox kann man sich wenigstens sicher sein, dass die halt ganz neutral einfach nur die Frequenzen durchgeht. Das ist halt das Gute. Ich muss mich anlehnen, okay? Mhm. Das tut weh. So. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Eigentlich dachte ich, dass wir krassere Ergebnisse erzielen werden, wenn wir die Apps benutzen, weil die Apps eben generell, wie gerade schon gesagt, von geisteliger Teams auch genutzt werden. Und weil ich auch, als ich das mal im Stream ausprobiert hatte, auch darüber bessere Ergebnisse hatte. Weißt du, was ich nicht verstehe mit dem EMF? Zum Beispiel jetzt, ne? Das schlägt halt auch überhaupt nicht aus. Egal, wo ich jetzt hinhalte, das schlägt gar nicht aus, ne? Ja. So gar nicht. Aber wenn man dann halt anfängt zu kommunizieren oder es versucht, dann schlägt das aus. Verstehst du? Mhm. Aber ansonsten muss man die ganze Zeit so manchmal den Ball laufen und so. So schlägt das halt gar nicht aus. Na, ich weiß ja. Auf jeden Fall, das ist mir ja schon positiv. Ich kann ja auch gegenklopfen und so. Das schlägt ja alles nicht aus. So. 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 Leute, ich hoffe ihr hört alles gut. Want ist doch mal so lange ein ... Ja, versuch mal ... Versuch dein Glück! Also ... An der Stelle probiere ich es einfach nochmal. Mein Name ist Leon und ich bin hier mit meiner Freundin Lea. Sie sitzt hier neben mir auf dem Bett. Und ich würde gerne herausfinden, ob hier sich irgendjemand oder irgendetwas abseits von uns in dem Hotel befindet. Es gab hier einige Geschichten darüber, dass hier damals ein Mädchen ermordet sein soll. Möchtest du uns verraten, wie der Name ist? Möchtest du uns verraten? Das hier. Beim Volume. Ist es das? Es gibt nur ein Volume. Darunter steht Level, ne? Richtig das. Nein, Volume steht da drunter. Ist das lauter? Das hier, ne? Nein, ja. Ist der Name Maddy? Habe ich das richtig verstanden? Wenn du möchtest, kannst du gerne wieder auf einem Stuhl Platz nehmen. Hier. Du kannst gerne hier zu uns in den Raum kommen. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Das versprechen wir. Ich frage einfach nochmal, wie dein Name ist. Aber ich muss auch sagen, krasse. Mit paranormaler Ereignisse wären jetzt auch was anderes. Was meinst du? Ja, so dass ein Licht von alleine angeht. Dass es all ihr Emport angeht. Weißt du, wie ich mein? Die ist halt die Bild, ja. Und was das angeht, ist halt voll. Wir können halt relativ wenig auf den Chat reagieren gerade, weil wegen den Handys. Du kannst mal das hier im Flugmodus ausmachen. Dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal ein bisschen auf den Chat rein. Aber mit dem Geisterportal hatte ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Ich auch. Ich versuche es nochmal ein bisschen anders einzustellen. Vielleicht willst du mal kurz das Platzvermeter. Aber ich dachte ganz ehrlich, ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn, wenn man das so macht, Ja, als wir mit Berkern und... Ich weiß nicht, wie ich mein Name verbrechen kann. Sag einfach. Als wir diese Fätschen da gemacht haben, ich habe alle Ruhe für die mir da, weißt du? Saskia meinst du? Saskia, ja. Ich denke, es hat ihn ja im Kopf auch immer gemacht. Dass einer Kopfhörer auch von der andere fahrt und dann macht mich das nicht gegenseitig mit. Ja, sollen wir das so machen? Ich sage dir ganz ehrlich, und so ist es jetzt eh nur wie in einem Handy, aber ich glaube, es macht tatsächlich mehr Sinn, weil so habe ich halt generell, ich finde das generell sehr ungeiligt, weil selbst so ein bisschen Zeitnah was rauskommt. Ich habe das Gefühl, man hört einfach das, was man halt auch hören möchte. Okay, Leute. Wenn wir jetzt einen Namen hören möchten, dann hören wir auch irgendwie daraus einen Namen. Verstehst du? Dann machen wir es jetzt ganz anders. Moment. Also Leute, wir machen es jetzt ganz anders. So. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen Abwechslung hereinbringen. Weil das hat irgendwie eher nur so halb funktioniert. Eine Donation von Eralt. Oh, jo, Tatsache. Ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, Eralt. Ich danke dir. Okay. Ich würde sagen, wir machen es jetzt so. Du setzt dich hierhin mit dem Portal und mit Kopfhörern. Das ist jetzt welche Aufgabe? Das Raushören? Das Raushören ist deine Aufgabe. Also die Antworten. Genau. Okay. Ich gehe ins Badezimmer. Wir legen beide walkie-talkie dahin und ich spreche die Antworten aus. Ich gebe dir Kopfhörer. Wenn du die so in deine Ohren steckst und das relativ laut hörst, wirst du keine Fragen hören. Safe call nicht. Okay, okay. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn da jetzt eine Antwort kommt. Da kommen ja öfters mal Antworten. Ja, sprich einfach laut aus. Auch wenn du eine Frage stellst, dann rede ich dir ja mitten rein, ne? Ist ja egal, ist ja egal. Ich werde alles sagen, was ich möchte. Genau, rede einfach und der Chat, der wird uns nachher sagen, ob da was Passendes bei rauskam. Okay? Das heißt, kommt jetzt eure Aufgabe, Leute. Eure Aufgabe ist es nämlich jetzt genauestens zuzuhören und euch am besten sogar irgendwie mit einem Notizpack oder so aufzuschreiben, falls was Passendes bei rumkommt, damit ihr uns das dann nachher mitteilen könnt. Jetzt bräuchten wir nämlich eigentlich eine dritte Person, die eben das Ganze beurteilt. Die dritte Person seid dann in dem Falle ihr. Okay, ich hätte jetzt aber ganz einfach gesagt, dass du die Fragen stellst. Ich kriege ja sowieso nicht mehr mit Kopfhörern, aber ich höre das natürlich. Das heißt, dann kann ich doch die Antworten einfach laut aussprechen. Das heißt, du willst doch wissen, ob es passt oder nicht. Stimmt, okay. Dann bin ich ja gut, okay. Können wir genauso machen, alles klar. Können wir genauso machen. Weil ich kriege ja mit Kopfhörern sowieso nicht mehr, was du fragst. Okay, Erald. Danke dir auch nochmals. Und ich glaube auch, das wird spannend. Es ist eh schon die ganze Zeit spannend, aber man weiß halt nicht, bei manchen Sachen, ja, man weiß nicht ganz, worauf das zu führen ist. Das ist schon komisch irgendwie. Okay. Wie toll die Leute mal so zu mir halten, ne? Pass auf, ich lasse das Handy so gerichtet. Ja. Und du kannst ja noch gucken dabei, ne? Du kannst ja ruhig die Augen auflassen. Du kannst ja auch von mir aus zumachen. Falls du sehen solltest, dass irgendwas auf dem Bildschirm ist, dann kannst du ruhig das Gimbal nehmen und das zeigen, okay? Also, falls da irgendwas abseits von dir sein sollte. Ja, aber ich möchte den Schatten nicht lesen oder anfangen. Ja, alles gut. So, okay. Ich möchte mich wirklich auf die Antworten konzentrieren, falls ich da was drauf höre. Also, hier könnte es wegen dem Handy sein. Ja, ja. Ja, schon. Warte, dann musst du hier Flugmodus machen. Wieder, warte. Ja. Es schlägt wieder aus, ne? Ja, es schlägt wirklich wieder aus. Okay, du kannst dich erstmal hinsetzen. Kann sein. Okay. Also, es ist noch vier. Genau, ich gebe dir das Kopfhörer. Ich habe das gerne mitgenommen. Du kannst dich hier hinsetzen, hier auf den Stuhl ruhig. Oder? Warte. Meinst du? Aber ich hätte jetzt gesagt, wenn da was zu sehen ist, macht das noch mehr Sinn, wenn man hier was gezeigt wird, oder? Strukturen wieder von dem Mensch. Ja, okay. Dann bleibt genauso sitzen. Alles gut. Würde ich jetzt wahrscheinlich so rummachen, dass man das auch sieht. Sieht man das auch? Ja, ne? Das ist Flugmodus drin. Okay, okay, okay. Warte. Du musst mir gleich einmal ehrlich beantworten, ob du was hörst, okay? Ich bin ehrlich. Also, wenn ich eine Frage stelle. Also, wenn ich eine Frage stelle. Ängst du wirklich? Ich will hier irgendwas informieren. Nein, aber ich sage es nur noch mal exakt. Ja. Selbst wenn ich deine Fragen hören würde, würde ich nicht meine Antwort ausdenken. Ja. Ich glaube, da kannst du mir vertrauen. Ich will mich genau so wissen, wie du und auch passen. Ich habe einfach die ganze Zeit in die Kerze rennt, oder? Wenn du so tollpatschig bist. Nein, ich sehe dich schon. Ich sehe dich schon auf dem Boden. Warte, ich muss erst einmal testen. Ich freue mich jetzt schon auf Trinken und Essen morgen. Ich freue mich jetzt schon auf Trinken und Essen morgen. Du kannst über Volume, dass du den Lautstärkepegel anpassen. Wo ist das? Da ist der. Genau, genau. Du kannst jetzt beide. Also, du wirst nichts anderes hören. Du wirst nichts anderes hören. Das ist auch laut genug eingestellt, alles. Das ist. So. Oder wirst du sowieso nichts raushören. Power on. What? Power on. What? Digga. Habt ihr es mitbekommen? Ich schwöre, Leute. No joke. Pssst, 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 pssst. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Gib mir das EMF. Ja, mach es mal aus. Mach das bitte. Geh mal, mach nur mal auf den Bauch. Alles gut. Entspann dich. Bist du hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das steht aus. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Bist du hier jetzt gerade genau vor mir? Du brauchst keine Angst zu haben. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Ich tue vor Gänsehaut. Erschreck dich bitte nicht. Ich fährt jetzt einmal die Kinect. Jetzt ist es weg. Wann ist das jetzt bei mir? Falls du hier bist, du kannst gerne in einem der beiden Sitze Platz nehmen. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Auch vor den ganzen Geräten, die ich hier habe. Damit kann ich dich nur besser wahrnehmen. Okay? Also, ich kriege auch gerade wirklich eine Gänsehaut. Ich auch. Auch vor dem lauten Piepen gerade. Du brauchst hier vor nichts Angst zu haben. Vor wirklich gar nichts. Das sind einfach nur Geräte, mit denen wir dich besser wahrnehmen können. Okay? Ich mag das Gepiepe nicht. Das macht mir voll Angst. Okay, Moment. Ich nehme einmal die Kinect in die Hand. Das hat der Chat aber jetzt auch mitbekommen, ne? Ja, das hat der Chat auch mitbekommen. Ich war da hinten in dem Moment. Oh mein Gott. Halt fest. Bitte jetzt nichts, bitte. Okay, also auf der Kinect ist nichts zu sehen. Ja, das war jetzt auch schon weg, ne? Ja. Ich war ja jetzt auch schon wieder weg. Da ist das Badezimmer. Okay. Das war jetzt wirklich gruselig, ne? Ich lasse jetzt mal die Kinect auf den Gang gerichtet. Ja. Ja, ich lasse jetzt mal die Kinect auf den Gang gerichtet. Ihr seht weiter Lea. Ich bin aber nicht dazu in der Lage, wenn das Ding fliegt, da hinzufilmen und alles, ne? Alles gut, du brauchst nichts wohin zu filmen, wenn, dann springe ich auf schon. Ich bin jetzt so erschroren, ey. Scheiße. Okay, Leute, ey, das war jetzt echt, das war jetzt echt unnormal. Das war jetzt schon wuselig. Fangen wir das Ding, das auch an, jetzt hab ich da schon. Ne, 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 ne. Okay, alles gut. Okay, alles für nun gut. Die Walkie-Talkies hatte ich gerade angeschaltet. Oder lag's am Walkie-Talkie? Warum lassen wir Walkie-Talkie? Hallo? Ich hab's nicht. Wieder Walkie-Talkie. Ich hab's nicht. Okay, ich lass's aus. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich hab's jetzt mehrmals gesagt. Scheiße, scheiße. Okay, okay, okay. Mach auf, die lachen wieder weg. Das leuchtet voll nach draußen. Wie geht das? Fuck. Das ist viel zu lang, du musst die Walkie-Talkie. Okay, okay, dann lag es safe-call am Walkie-Talkie. Ja, wahrscheinlich. Safe-call. Was du da drauf bedeutet, jetzt? Leerer. Kannst du mal mit der Flanke-Fanke? Ja, guck mal. Ich weiß, was gerade auch in der Hand. Oder mit dem hier? Nein, nein, die Walkie-Talkies lagen gerade da, aber in dem Moment hab ich Funk durchgegeben. Es wird dann am Funk liegen. Ja. Ja. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, Leute. Deswegen. Wisst ihr noch, als ich auf das Video von Alicia Marie reagiert hatte und sagte, Walkie-Talkies sind bei der Geisterjagd eigentlich keine gute Idee? Okay, ich sag euch warum. Ich drück jetzt drauf. Ja, aber dann können wir, aber ich finde, da können wir Walkie-Talkies jetzt ehrlich gesagt nicht richtig verwenden, oder? Nee, kann man auch nicht. Das macht ja kein Sinn. Ich finde, die kann man auch nicht richtig verwenden bei der Geisterjagd. Das macht ja auch absolut keinen Sinn. Dann macht das ja auch mit dem Durchgeben gar keinen Sinn. Aber das hat sich damit erklärt, hier mit den Walkie-Talkies. Ja, das hat sich erklärt. Oh, okay, Junge, das wäre jetzt viel zu groß. Also wir müssen das schon mal zuhauere richtig testen, weil jetzt können wir das nicht anmachen. Das Ding hört sich an wie ein Rauchmelder oder so. Das ist das Problem. Das ist halt viel zu laut, das Scheißteil. Ja, es ist echt zu laut. Kann man das nicht richtig sehen? Es gibt die auch, wo man die Lautstärke einstellen kann, aber die sind noch teurer. Das Ding hat alleine schon irgendwie, wie teuer war das, 60 Euro oder so? Ich schick die Scheiße zurück. Ich geb dir das Geld dazu, dass du dann ganz leiser machen kannst. Okay, das ist viel zu laut. Das geht wirklich an wie ein Rauchmelder. Oh Mann, ey. Scheiße, Leute, ne? Grüße aus dem Bett, Grüße zurück, Patrick. Hey gut, wenn, also, hier schlägt das EMF krass aus, wenn es direkt neben Walkie-Talkie ist. Wenn es weiter weg ist, geht es eigentlich. Ich würde sagen, wir lassen es trotzdem mal hier liegen. Wenn ich Punkt durchspreche, dann hört man es ja. Aber ich, äh... Hallo, hallo. Jetzt hör ich mal ganz kurz. Ich geb dir die Antwort und dann trotzdem jetzt durch, oder wie? Genau. Und das verfälscht jetzt nicht? Ja. Okay, aber ich kann, hör dich ja nicht, ne, bei Walkie-Talkie. Das heißt, ich kann dir nur durchgehen, wenn man das. Das weißt du, okay. Das heißt, ich weiß auch nicht, wann nur eine Frage gestellt wird, dass ein Ende wird. Alles gut, das ist schon alles richtig so. Ja, ja, okay. Ich dachte, man hat nur wirklich gedacht. Auch wenn ich gerade gar nichts höre. Außer Kirchglocken. Okay, Leute, ich mach jetzt das Licht aus und wir machen die nächste Sitzung. Ja, und wer liegt denn hier mit mir auf dem Bett, ne? Das ist kein menschliches Ding. Ja, ich weiß nicht ganz, wie ich die Kinect hinstellen soll. Hallo. Hallo. Ich glaub, ich stell sie wieder nach da hinten. Ich möchte nicht, dass es irgendwie aussieht, als würde ich hier mal anpacken, weil da krieg ich... Ich krieg Paranoia. Pass auf die Kerzen auf. Ja, mach ich. Ich hab jetzt die ganze Zeit nicht einmal ein Wort gehört, okay? Kann man dann nicht vielleicht mal was umregeln? Schatz? Also normalerweise, wenn du in die Kommunikation gehst, dann solltest du ein Wort hören. Das ist was. Okay, okay, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. So, jetzt müsstet ihr mich nämlich auch eigentlich, Leute. Müsstet ihr mich über das Walkie-Talkie hören? Also. Äh, ja, gib mir doch ein Walkie-Talkie. Brauchst du doch nicht. Ich muss dir doch durchsagen, was ich halt an Wort kriege. Sprichst laut aus, ich hör das schon. Sicher? Ja, ich leh mir die Tür an, ja. Warum hast du... Achso, weh... Achso. Ich weiß gar nicht, wenn du anfängst, aber okay, ich halte zu. Hallo, mein Name ist Leon und ich bin hier mit meiner Freundin Lea. Falls du hier bist, dann würdest du mich sehr freuen, würdest du uns Hallo sagen. Oder irgendwas in die Richtung. Also, hallo, bist du hier? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Möchtest du mir oder uns dein Name verraten? Hast du Angst, mit mir zu kommunizieren? Wie ist dein Name? Man hört die ganze Zeit immer so lieb, kichern. Möchtest du spielen? Willst du spielen? Willst du Spielchen spielen? Willst du Spielchen spielen? Hör nur... Hörst du uns? La, 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 la... Willst du uns ärgern? Oh mein Gott, ich bin taub jetzt. Boah... 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 Wie alt bist du? Ich bin mir nicht sicher, aber ein Spiel... Willst du ein Spiel spielen? Welches Spiel? Wann? Verrate mir doch erstmal deinen Namen. Wie ist dein Name? Wann? Wer bist du? Wer oder was auch immer hier ist, in diesem Hotel, du kannst gerne herkommen. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Komm gerne her. Wir würden gerne mit dir reden. Boa? Ärgert dich irgendwas? Möchtest du lieber mit Lea reden? Möchtest du lieber mit meiner Freundin Lea kommunizieren? Fühlst du dich dann besser? Möchtest du lieber mit meiner Freundin Lea? Ja. Spüre das nicht. Hast du jetzt gerade Ja gesagt? Ja. Ja. Spüre du hast nicht meine Frage gehört? War Versuch. Sag. Ich habe Angst vor mir. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Du brauchst keine Angst vor mir. Ich mach das nicht. Dann will ich Präsenz mit dir kommunizieren. Weil ich habe wirklich gefragt, ob sie lieber... Wann hast du sonst gefragt? Hat was gepasst? Ja. Das heißt, ich würde sagen, wir wechseln einmal durch. Mhm. Ich spreche nur die Antworten aus und du fragst. Ja. Okay, wenn das in Ordnung für dich ist. Ist das okay für dich? Dann muss ich da alleine sein, ne? Ja. Ja, aber du kannst mit angelehnter Tür, du kannst auch so, dass du das hier siehst und so. Man hört das ja eh nicht. Das ist schon schön. Das ist schön. Leute, ihr müsst mir einmal ganz... Ich fühl mich das nicht. Nein, alles gut. Alles gut. Ich glaub das echt nicht. Ihr müsst mir einmal ganz kurz sagen, Leute, ob ihr mich gut über Sporki-Talki versteht. Das heißt, ihr hört die Fragen und die Antworten gut. Ist das richtig? Oder ist irgendwas technisch nicht so gut? Ich fühl mich hier schon voll unwohl. Ich mein, das war ernst. Alles gut, du kannst dich da nicht wagen. Ich fühl mich im Spanner auch unwohl. Du brauchst dich da nicht unwohl zu fühlen. Alles gut. Ui, hier ist schon wieder eine Spende von... Bichen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und auch noch Kahn hat auch noch 10 Euro gespendet. Ey, Kahn. Vielen, vielen herzlichen Dank, Mann. Danke dir. Ehrlich. Und euch allen anderen natürlich auch, dass ihr so am Supporten seid. Richtig korrekt. Mega, mega, mega. Okay, man hört das gut. Also... Ja, also bis jetzt die Sachen, die passiert sind, waren... Es waren schon ein paar komische Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass es hier krass paranormal ist bisher. Ähm... Vielleicht liegt es wirklich daran, und das werden wir jetzt herausfinden, dass die Präsenz, wenn sie vielleicht wirklich von Männern getötet worden ist, lieber mit Lea reden möchte, als mit mir. Deswegen mit Lea jetzt ins Badezimmer gehen und die Fragen über das Walkie Talkie stellen, und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir bessere Antworten. Oder passen aber besser gesagt. Aber am Ende war es mega eindeutig. Ich habe gesagt, du brauchst nur Ja zu sagen. Also ich habe erst gesagt, würdest du lieber mit Lea anstatt mit mir reden, da kam erst mal nichts. Dann habe ich gesagt, du brauchst nur einmal ganz klar Ja zu sagen, dann weiß ich Bescheid. Und dann hast du Ja gesagt. Du musst aber aufpassen, weil das ist die ganze immer nur so leise manchmal, ne? Ja und dann manchmal... Und dann richtig laut, richtig laut. Ja, ich weiß, das ist normal. Ich hatte schon ganz laut, ne? Ich weiß, und das sind genau... Ja, das tut richtig weh. Ja, weil das sind genau die Anomalinen. Das sind genau die Anomalinen. Weil daran merkst du ja, dass das nicht irgendwelche Radiofrequenzen sind, die plötzlich verstärkt werden, sondern dass da wirklich irgendwas ist, was da durchkommt. Aber was ich auch komisch fand, ne? Ja, das kann sein, ja. Das hat dich so angehört die ganze Zeit. Und im Hintergrund war immer irgendwas von Kirche. So Glockengeläute oder so. Ja gut, das kann Zufall sein. Ja, ich weiß es nicht. Muss aber auch nicht. So Leute, ich bin gespannt. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass das für heute, wir haben jetzt auch schon relativ spät, erstmal das letzte Experiment ist. Aber das kann man nicht aufzeichnen, ne? Nein, nein. Schade. Schade. Weil ich finde, das ist auch schwer, jemanden irgendwie zu... Überzeugen und zu überzeugen. Aber mir ist es jetzt gerade auch... Also fällt sich jetzt böse an, aber mir ist es jetzt gerade egal, ob dann am Ende jemand sagt, jo, ihr habt das nur inszeniert, man hört eigentlich die Fragen ja durch. Also mir geht es halt wirklich gerade selber darum, herauszufinden, ob irgendwas ist. Also, dass du sprichst, das höre ich. Ja, aber du hörst nicht was ich sage. Aber ich höre jetzt nicht was du sagst, man hört nur, dass du sprichst. Okay, gut. Ja. So soll es auch sein. Weil am Ende des Tages soll ja immer noch die Präsenz, falls der eine hier ist, auch meine Fragen verstehen und hören. Würde ja jetzt keinen Sinn machen, würde ich hier flüstern. Das einzige, was man halt noch an Equipment aufwerten könnte, ist, dass du dir so richtige In-Ears besorgst, wo du nichts mehr anderes hörst. Weißt du? Weil das sind jetzt normale Kopfhörer. Aber gut. Wir probieren es mal aus. Dann geh du rüber. Du musst einfach nur, wenn du mit dem Haftal gesprechen willst. Ja, da Haftal drücken oder Lager. Genau. Hoch, Oberhaftal drücken. Hier auf die Seite. Auf die Seite. Das hier. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay. Ich hab voll Angst. Hat das eben F ausgeschlagen, weißt du was? Weiß nicht. Nee, ich hab ab und zu, aber da hat es auch nicht ausgeschlagen. Mhm. Okay. Oh, ich möchte nicht allein ins Badezimmer. Moment, sag mal an. Du wirst nicht allein, ich bin doch hier direkt neben dir. Nee, und dann guck ich auch noch in den Spiegel. Das ist ja voll gut. Setz dich einfach dahin und gut ist. Oh, nee, ey. Wie lange muss ich das machen? Was ist das? Was? Ach, das sind die Kerzen, alles gut. Boah, ey, irgendwann bring ich dich um. Verdammt, Mama. Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Einfach nur dich hinsetzen. Fünf Minuten, okay? Nicht länger. Ja, alles gut, alles gut. Hol dich dann bitte. Okay, ich hab voll Angst, Mann. Ich komm raus, wenn ich nicht dabei. Okay. Ich fang jetzt an. Mach auch ganz laut, sonst hörst du das, was man sagt. Nur wenn die ganze Zeit durchgehend laut ist, dann musst du leiser machen. Verstanden? Alles gut. So, ich stell mich nochmal vor. Ich bin Lea und ich bin zusammen mit meinem Freund Leon hier in diesem Hotel. Und wir möchten gerne mit dir kommunizieren. Wir sind extra aus Deutschland gekommen. Boah. Magst du uns deinen Namen verraten? Kannst du nochmal wie gerade la 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 sagen, damit Leon dich hört? Boah. Alter. Boah. 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 eine dieser Fragen beantworten. Bist du gerade bei uns? Vielleicht kannst du etwas sagen oder dich im EMF bemerkbar machen. Wenn wir dich in Ruhe lassen sollen, dann kannst du das auch gerne sagen. Ich würde dich nicht erschrecken. Ich höre auch die ganze Zeit nur rauschen, da kommen keine Antworten. Also Leute, ich weiß ja wie sich... Ganz kurz, hast du aber zwischendurch mal die laute Stimmen gehört, was sagen hören oder gar nicht? Nein, wenn schon nur einmal so ein lautes Rauschen zwischendurch, einmal ganz kurz. Aber genau so war es... Also, ich will nicht zu viel spoilern, aber auf unserer Tour hatten wir es ja auch ein paar Mal benutzt. Und an ein, zwei Orten kamen wirklich ganz klare Antworten zwischendurch raus. Und an anderen war dauernd nur rauschen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Antworten, die ich dir gesagt habe, klar waren. Ja. Es ist halt das, was ich darin verstanden habe. Aber hier, also hier kommen wir nicht weiter. So, das ist... Also ich sag dir ganz ehrlich, für mich hat das jetzt nicht wirklich... Ne, Portal funktioniert nicht irgendwie. Also... Keine Ahnung. Hat das nicht wirklich so gemacht, aber... Ja, ja. Zumal das ja bei das, was ich dir gesagt habe, anscheinend auch nicht gepasst hat. Mhm. Aber was ich komisch fande, alles was so... Du hast das ja dann auch gehört, die ist so ein Mädchenohr, die ganze Zeit immer so, ne? Ja, hat sich ein bisschen so angehört. Und dann... Aber die... Äh... Die Antworten, die ich halt verstanden habe, die waren so... ...dunklerweise. Mhm. Eine Stimmbrabe, so. Was sagte ich denn? Früh im Raum ist aber auch... Ja, 24 Grad, alles gut. EMF hat auch nicht mehr groß ausgeschlagen. Ist einfach so. Also da hatten wir am Anfang schon die krassesten Ergebnisse eigentlich. Ich würde da nicht mehr bleiben wollen. Ey, ich dachte ja wie es ist, ne? Ich kann jetzt auch ins Bett gehen und fennen. Wir machen jetzt auch gerade... Ich fühl mich hier wirklich wohl, ne? Ich fühl mich hier immer noch mega wohl. Das heißt jetzt nicht so, dass ich mir viel schlecht fühle. Möchtest du ein Bild von mir machen? Und? Sieht das gut aus? Alter, das ist ein Geist auf dem Bild. Ey, hör auf! Hör auf! Hör mich verarschen, ne? Ehrlich? Ist doch kein Geist jetzt auf dem Bild. Möhm, hier. Aber guck mal, komm mal ganz kurz. Hier siehst du ganz kurz die Infrarotpunkte von der Kinect. Zeig mal! Die Infrarotpunkte von der Kinect. Siehst du die? Leute, das ist das, was man nicht sieht? Das ist das. Ich zeig's euch einmal, Leute. Das ist ja gruselig. Ich zeig's euch einmal. Ach du Scheiß, warum hast du mir das gezeichnet? Weil Lea mir dauernd sagte, die Kinect-Kamera macht ja keinen Sinn. Wie auf der, äh, das hier ist die Vollspektrum-Kamera. Die nimmt Lichter auf, die wir mit dem eigenen Auge nicht sehen können. Und soll dementsprechend auch Geister aufnehmen können. So. Das, diese Punkte, die ihr hier seht, das sind die ganzen Infrarotpunkte der Kinect-Kamera. So. Versteht ihr? So, ich mach jetzt aber auch mal das Licht wieder an. So. So. Und zwischendurch hat das Stream klar haben, ne? Ja, ich denk mal das normal. Dass der Stream zwischendurch hängt, Leute, da können wir gar nichts richtig gegen machen, ne? Das ist leider so. pass auf, ich werde mir die Kamera hier direkt hinlegen so, wir machen es jetzt so langsam bauen wir das Schlafüberwachungs-Setup auf um natürlich auch zu schauen, was passiert währenddessen wir hier schlafen ich schlafe hier, dann ist gut, dass wir das schon mal geklärt haben wo schläfst du? hier nee, ich will da helfen garantiert nicht scheiße die Frage ist, wo stellen wir die SLS-Kamera auf? theoretisch könnten wir die da einfach stehen lassen das würde wahrscheinlich sogar am meisten Sinn machen dann können wir den Stuhl eigentlich daneben stellen wir filmen uns doch jetzt nicht beim Schlafen nein, 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 nein ja, ich wollte schon sagen nicht uns, aber genug, dass wenn wir da bräuchte ich gar nicht schlafen so, also Leute, boah, ohne Scheiß, das ist so ein kranker Stream, ne? also wirklich auch einer der längsten und coolsten Streams, die ich so bisher gemacht habe das ist, aber es bockt auf jeden Fall, es bockt wirklich Knossi hat mich repostet als ob Knossi hat mich repostet so wäre doch schön oder nicht? hä? wäre doch schön oder nicht? ja, natürlich wäre doch schön okay so Leute, boah also ich würde vorschlagen, wir machen es so dass ich versuche eine Möglichkeit zu finden, wie ihr einerseits Übersicht über den kompletten Raum habt und andererseits auch die Kinect-Kamera seht für die Nachtüberwachung ich gehe jetzt auch davon aus, dass viele Leute sind, guck mal, wir sind schon noch 6,5 Stunden am Stream ja, ich gebe jetzt mal eine Antwort für dich was ist, wenn du die Kamera da hinstellst mhm dass sie so praktisch auch in den Eingang mit Bart und alles mit in den Laptop daneben genau, in den Laptop daneben weil so sieht man halt wenigstens vor uns nicht beim Schlafen aber halt den kompletten Raum, weißt du ja da muss ich einmal ganz kurz hier umstellen, Leute wundert euch nicht so irgendwie sowas in die Richtung, ne? ja, genau, genau, so meine ich und jetzt nur die Kamera direkt daneben also da hinter praktisch, weißt du mhm, okay, Leute, Leute wir schauen mal wie das jetzt so klappt guck mal, theoretisch kann ich die Kamera sogar hier reinstellen ne, aber dann guck mal, von da wenn du die direkt daneben stellst ist doch besser obwohl, das ist tatsächlich sogar ganz cool hab ich doch gesagt ja, das ist geil vertrauen an deiner Freundin hat sie recht gehabt die beste da hat sie recht gehabt ausnahmsweise mal so, als würde das keine heißen so, Leute also ich baue jetzt hier das Schlafset aber auch, weil ich bin auch ehrlicherweise mittlerweile selber ein bisschen müde ähm ich werde natürlich, äh, die ich werde die Kamera hier auch aufbauen in die Richtung gerichtet das möchte ich eigentlich nochmal den ich glaube der heißt Marc von Paraink das möchte ich ihn gerne nochmal fragen ob er die ganze Zeit mit so einer Kamera filmt mit dieser hier weißt du? mhm mit einer Vollspektrum-Kamera ne? das würde mich auch interessieren mhm so ok, das steht auch das ist interessant mit diesem Punkt wie ist das? das wusste ich gar nicht mit der Kamera verstehe ich auch, was du mir erklären wolltest so, Leute, ey, das ist ich habe mich noch nie beim Schlafen gefilmt sozusagen, ne? das ist so krank aber es bockt sich das ist auf jeden Fall mal interessant so, ich werde trotzdem das hier auch wieder in den Eingangsbereich stellen nein, 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 nein doch? nein, Schatz na klar nein, das kann, ey, bitte, das kannst du nicht über die Nacht bringen ja, ok, stimmt also du kannst diese Leuchten da machen das reicht, davon werde ich wach mhm aber das Ding da piepst nur ja, stimmt schon ey, ich sag's dir, wie es ist stell dir mal vor, hier ruft jemand jemand anderes an über Funk und so das Ding piepst die ganze Zeit boah, auf, ey ey, das ist ja echt creepy aber Leute, ich glaube also, Moment ich mach mal die Kinect groß so wenn ich nämlich jetzt die View ändere und selbst wenn das komplette Licht aus ist dann seht ihr immer noch den Raum das ist das Gute dazu kommt wenn ich das hier ein bisschen aufmache können wir mal gucken warum hast du dieses Fenster auf? noch ein bisschen so Leute ich stell dir grad nur alles ein so so und den Laptop hier hin guck mal mal ach, schade, schade, schade der muss höher, der Laptop das Bild poste ich auf Instagram meine Post-Pack-Truck-Kamera brauchst du einmal ein Bettbackel dann fällt der Hund da her Moment guck mal mal so das ist doch geil das ist doch geil ihr könnt durch den Spiegel sogar ins Badezimmer gucken ihr seht da seht ihr jetzt die die SLS-Kamera das heißt da seht ihr halt auch wenn es dunkel ist was Sache ist und dazu werde ich wahrscheinlich ich guck mal ob ich nicht ein kleines Licht den oder so anmache so, warte das hält halt so scheiße hell ja ich glaube es passt aber ich mach mal das Licht austesten so so mach mal das Licht da hinten auch aus so jetzt müssen wir noch warten bis die beiden Lampen ausgehen so das heißt Leute wenn Licht angeht dann seht seid ihr die ersten die es seht ihr seht auch sogar in den Spiegel da hinten rein ähm gut ich würde trotzdem ein bisschen mehr Licht anmachen wahrscheinlich dann stöpsel hier ne Lampe ab oder die die sind ja ledig dann stell die Lampe in den Schuhe oder so die ja hinten am Spiegel steht scht-scht-scht oder kann man die anlassen als Nachtlampe ja ne die da hinten jetzt ist kann man anlassen legt doch so ein Lichtball ins Bad würde ich an sich direkt machen das Problem ist die haben so wenig Akku weißt du guck mal so ist doch gut eigentlich ich finde dabei kann man auch pennen oder so ist doch chillig und so seht ihr auch alles oder ich stelle es ins Badezimmer das ginge auch ins Badezimmer kann ich auch noch einmal probieren ins Badezimmer kann ich auch noch mal probieren ja so ne ganz ehrlich so ist richtig chillig guck mal so ist doch perfekt eigentlich wir warten jetzt mal bis die andere Lampe aus ist ja ganz ehrlich so ist gut boah da hinten ist auch voll dunkel das sieht richtig creepy aus Leute wenn da was nachts kommt ne ehrlich rip rip so Kamera ist eingerichtet Kamera ist eingerichtet Freunde boah so also meine Lieben wie viel haben wir jetzt? 0 Uhr 41 0 Uhr 41 das ist eine gute Zeit um langsam aber sicher hier Schluss zu machen also nicht für den Stream sondern mit den paranormalen Untersuchungen wir haben jetzt auch einiges gemacht konnten teilweise unheimliche Sachen feststellen teilweise aber auch nicht also man hat wirklich das Gefühl dass hier und da mal was da ist und hier und da mal nicht ähm ich bin gespannt ob wir die Nacht ruhig schlafen können ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Nacht ähm und äh ja einige werden vielleicht nebenbei hier den Stream laufen lassen vielleicht wird man sich das im Nachhinein angucken ähm ich glaube das ist halt auch geil weil so mehrere Leute mit also einfach generell mehr Augen nochmal mehr sehen es kann ja immer mal sein dass nachts was passiert dass nachts äh wir nochmal wach werden lassen Licht angeht oder oder ähm ich bin gespannt ob wir in Ruhe schlafen können ich bin wirklich sehr gespannt also als zum Beispiel Mark von Paraink in einem anderen heimgesuchten Hotel geschlafen hat ist er halt auch nachts richtig äh ja jetzt wollen wir nicht spoilern ja nicht spoilern aber was krass ist passiert ne aber äh ich bin gespannt ich bin echt sehr gespannt äh ich mach mich jetzt auch soweit bettfertig trink noch was ey ich hab echt mega Durst ah mich ja doch ich hab meine Wasserflasche aber die hab ich glaub ich in meinem Auto aaaaaaah oder ich geh nochmal an eine Rezeption nein was ich bleibe zulässig ja nicht alleine dann komm halt mit nein ich hol mir was zu trinken ist mir egal du trinkst aus dem Kran jetzt nein ich trink nicht jetzt aus dem Kran der Burs ey das kannst du mich jetzt hier nicht alleine lassen so Leute schlaft gut ähm ich bin mal gespannt wie viele Zuschauer so um weiß nicht 5-6 Uhr morgens am Start sind ich guck mal ich guck mal falls ich zwischendurch wach werde guck ich mal rein das interessiert mich echt ich hab ja sowas noch nie gemacht ne aber heute ist der ideale Zeitpunkt um es mal zu machen so ey Leute ich glaub es sind so 50 Leute da um 50 50 echt ich war sehr optimistisch was ich gedacht hab ich dachte erst so zwischen 10 und 20 zwischen 10 und 20 ich weiß nicht Leute was meint ihr schreibt's mal rein guck mal was die Leute in den Chat reinschreiben ey das ist aber echt das ist komisch das hab ich noch nie gemacht so und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgens wieder ich geh dann vielleicht auch einmal zur Rezeption und frage ob wir ein bisschen später zum Frühstück kommen können nein neun uhr neun uhr neun uhr wir haben nur ne halbe stunde zum Frühstücken meinst du? ey wir zahlen voll viel dafür oder besser gesagt S.H. denk ich nicht nur ne halbe stunde frühstücken ne ok ok ach du dran ich will trotzdem was zu trinken beeil dich ok renn die Treppen nimm walkie talkie mit hier für ein hilfeschrei soll ich? nein nein stell auf und du bist da auch nicht da fehlt mir Hilfe Alter die denken dann auch du bist bekloppt willst du auch was trinken? möchtest du was trinken? ähm nimm mal meine halbe aus dass du uns beide willst ok hat das Handtuch grad nen Schwinger gemacht? so hallo? hä? das Handtuch sich bewegt oder so? ein Handtuch? das ist kein Handtuch ein Bart das sieht man doch von dem Spiegel oder? erzählt mir kein Kack Leute sieht man da Handtücher? ja da hat sich aber kein Handtuch bewegt meine ich und ich wollte noch das Gimbel anschließen gut dass ich dran gedacht hab kannst du denn da ein Sabbath das Fenster zu machen wenn du weg bist sonst bilde ich mir wieder hier alles ein mhm Dankeschön nimm ein bisschen Geld mit hab ich beurte erstens musst du was zahlen und zweitens gibst du dir ein Trinkgeld 50 Cent naja dann gib mir wirklich mal Trinkgeld es war voll leid ja und mit Nachtschicht das ist jetzt wahrscheinlich ne andere ja warte ich ja um 9 Uhr war Schichtwechsel das ist ja in so nem Hotel nicht arbeiten an der Rezeption ne ja ok Leute alles klar ok 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 so ok 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 ja ja ok ok Soll ich den Zwangi anbrechen oder hast du noch woanders mehr? So, mein Zwangi wird dann angebrochen. Wir haben den Schrank geguckt, ob ich da Kleingeld habe. Alter. Ich hab nie Kleingeld, ne? Du bist echt lustig. Du hast nie Kleingeld. Aber andersrum sagst du, ich möchte keinen Schein anbrechen. Ja. No joke. Ich hasse das. Hast du alles, was du brauchst? 4,50 Leuten reichen für zwei Mineralwasser, oder? Ja, nicht nur nur eins. Soll ich uns jetzt wieder aufschließen? Ey, dann schießt mal bitte von außen ab, ja? Ich mein das ernst. Okay. Danke. Okay. Doe ich den Trampiren? Ich kann euch einfach auf hier 히ieren. Ich kann euch den Trampaten- Ich kann euch den Trampon aus- hier. Well. Soll ich dich noch mal nicht. Soll ich dir das aus- hier. Soll ich dich auch schon mal, wäre mir deutlich. Soll ich dich einfach mit dem Trampen- Soll ich mich wieder und sagen schon mal, aber sicher wäre es mir zu grün. Soll ich dir das bei mir persönlich. Vielen Dank. 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 Ja, finde ich auch. Vielen Dank. Ich kann es nicht angewöhnen, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht mit stillen Waffe umgehen. Ich kann es nicht schwenken, ich habe extra ein Kaffee mitgenommen, aber ich habe extra ein Kaffee mitgenommen, Alter. Ja, ich kann es nicht. Ich habe keine Minibar, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht können, ich kann es nicht. Ich kann es nicht kennen können. Ich kann es nicht kennen können. Ich brauche dein Handy gleich. Ja, alles gut. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ich mach das Licht aus. Ich pinke noch mal ne Runde. Stefan fragt, ob der einen Kaffee vorbeibringen soll. Ohne Scheiße, das wäre so geil. Einen Kaffee jetzt vorbeibringen wäre, das wäre richtig geil. Würdest du das auch vorm Einschlafen trinken? Ja klar. Oh Scheiße, Scheiße. Hey, macht da kein Mist. Wo stelle ich dir die Ampel? Um das absteppeln. Um Wasser aufzufüllen. Warum füllst du da jetzt Wasser auf? Ich hab noch mehr Durst. Hä? Du wolltest doch vorher auch nicht keinen Kram Wasser trinken. Hast du da gefragt oder was? Hä? Hast du gefragt, ob man was trinken kann oder was? Ja klar kann man das hier trinken. Ja warum hast du denn da nicht von Alkoholm Kram Wasser getrunken? Ja, das ist ja kein Gas hier. Was ist? Da ist doch was im Bad. Oh, ich muss nicht sehen. Frische Gläser. Kein Zahnputzding. Ich wusste auch nicht, dass ich noch mehr Durst auf. Ich fick mir jetzt. Ääääh. Aber auch mal kann ich reingucken, ne? Scheiße. Ja Matthias, das denk ich mir nämlich auch. Das ist schon irgendwie komisch. Aber warum geht das heilig da aus, ey? Ja, wenn ich alleine bin. Ja. 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 Laat duas. Ja. Ja. So, also warte ich die Bahn jetzt mal und tue das mehr auf. Du stehst ja bisher in den Unterhosen. Ja, ich geh jetzt pennen. Was soll ich jetzt sagen? Oh, ey. Du bist so eine Sau, ne? Wieso bin ich eine Sau jetzt? Du kannst hier nicht in den Unterhosen stehen. Ich kann doch, natürlich kann ich hier in den Unterhosen stehen. Der Stefan hat mich doch sowieso schon im Tourismus unterhose gefilmt. So, das ist bei einem Orbaniter. So, Leute. Nochmal einen guten Schluck Wasser zu stecken. Was wäre denn jetzt, würde ich hier in den Unterwäsche rumlaufen? Hä? Das wäre wieder sexistisch. Das würde ich begrüßen. Das wäre wieder, nee, das wäre wieder sexistisch. Aber dann dürfen die wieder nach Hause rumlaufen. Was für sexistisch. Wer sagt das? Jetzt mal ehrlich, würde ich hier in den Unterwäsche rumlaufen, wäre da ins Film gesperrt. Quatsch doch nicht so was. Man sieht doch nichts. Was soll das denn jetzt halten? Ganz ehrlich, ich hoffe mal, dass man das Wasser hier trinken kann. Und nicht, dass die Wasserleitungen so alte, abgestandene Wasserleitungen sind. Weil irgendwie richtig frisch und eiskalt schmeckt es nicht, ehrlicherweise. Aber naja, gut. Soll mir jetzt mal egal sein. Freunde, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und falls ihr Sachen in den Chat schreibt, und auch Fragen oder so, ich gucke immer mal wieder zwischendurch aufs Handy, dann rufe ich einfach laut die Antwort ins Zimmer, okay? Oder ich schreibe im Chat. Leute, ey. Kannst ruhig schreien. Man kann rufen, ne? Dann hört man das. Boah, ich bin gespannt, wie es wird. Ich hoffe, ich furze nicht und rürfe nicht und mache irgendwelche Geräusche in der Nacht. Furzen safe. Nein, eigentlich... Stimm mal vor, die Leute, man furzt so. Wie talk, ich furze in der Nacht. Nein, mach's auch nicht. Ich hab die noch nicht furze in der Nacht. Wie talk, ich furze in der Nacht. Aber stimm mal vor, man furzt so. Und dann die Leute so, boah, da war ein Geräusch. Was war das? Hat früher geknattert und so. Ab ins Bettchen. Ist das hier nur Deko-Kisschen oder pennt man da auch drauf? Ich lebe das immer da drunter. Okay. Die brauchen kurz. So. Alter, das wird eine riesen Decke. Die eine Lampe da oben ist noch anders. Ist das schlimm? Nee, ich lass die andere. Nö, egal. So. Jetzt können wir eine Folge gucken. Immer noch 235 Zuschauer. Ihr seid doch bekloppt, Leute. Guckt was anderes, mein Spaß. Wie viel macht das? 235. Alter. 235. So, jetzt langsam geht es aber pennt. Ja, ich bin gespannt, Leute, ob wir uns morgen einfach so wiedersehen. Oder ob hier nachts irgendwas passiert. Ja, weil wir uns also spätestens um 8 Uhr wiedersehen, oder? Also nicht alle, aber... Ja, ich hoffe, das geht mit Handy, Akku und so. Ich check noch einmal, Sicherheitszeichen, ob das Handy auch lädt. Weil wenn es nicht lädt, dann wäre es natürlich kacke. Du hast die Kamera natürlich genauso hingestellt. Wenn ich da richtig schön gegenlaufe. Ich hab die doch extra hingestellt. Wie kann man denn da gegenlaufen? Riesige Dinge. Okay, Handy ist am Laden. Okay, okay. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, Leute. Der Gang da ist so unheimlich. Hier ist gar nichts unheimlich. Let's Urbex sind nicht 24 Stunden. Aber wir sind jetzt gerade schon bei... Boah, wie lange sind wir jetzt mittlerweile? Bei 7 Stunden knapp. Und wir werden noch bis morgen früh, wenn wir aufstehen, streamen. Falls in der Nacht irgendwas passiert. Also nicht ganz 24 Stunden natürlich, aber eine Nacht halt. Also 12 Stunden. Ja. Sehr krass. Liv hat ein schönes Halloween, das ist auch schön zu hören. Boah, ich find das gerade richtig... Das hab ich ja noch nie gemacht. So oft entspannt mit dem Chatquatschen. Das ist gerade... Watschen? Quatschen? Seine... Warte, nicht gerade die anderen Ante an? Oben? Am Lichter und links. Am Kronnüchter? Ach, egal. Mit am Schein. Liv hatte auf jeden Fall ein schönes Halloween. Das ist schön. Das ist schön. Für mich war es einfach so ein toffen Jahr so, ne? Ich hab nichts mitgekriegt von Halloween, ehrlich. Ich hab's verkleidet gesehen. Ich hab's verkleidet gesehen. Ich hab's verkleidet gesehen. Ich hab's komisch. Ja, ja. Ja gut, wir waren ja auch hier in irgendeinem Geisterhotel in den Liga-Randen. Äh, Matthias, alles gut. Ich bin schon bei Lea. Ich lieg neben mir. Schatz, sei ja bitte leise beim Sex, ne? Ja. Garant. Ich mach kurz Blut rein, Leute, ne? Wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Stell mal vor, ey, Alter. Ich würde in diesem Zimmer sowieso nicht, ey. Voll ehrlich. Ey, aber manchmal flackert das Licht so ein bisschen im Stream und sieht's aus, ne? Nee. Oh, Frau, das ist so nett. Schatz, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ja, insklar. Ey, ich schätze nicht. Ein Gipser, ne? Das ist ein bisschen lustig, ne? Oh, Mann. Emily muss in 5 Stunden aufstehen, das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Ich mein, ich würde mich auch selber beim Schlafen jetzt filmen, wenn ich alleine wäre oder so. Aber, ähm, ich weiß nicht, weil irgendwie es zu weird so beim Schlafen die ganze Zeit zu filmen. Weiß ich nicht, irgendwie, so ist halt, so sieht man halt den kompletten Raum. Niemand will sehen. Und die Dinge, ich, äh, es wäre halt auch weird irgendwie, keine Ahnung, mich beim Schlafen hier zu beobachten, ehrlicherweise. Jetzt mal ehrlich, will irgendjemand sehen, du in dein Kissen-Sauer? Ja, ja, ich glaube auch nicht. Da seht ihr lieber den Raum und falls was passiert, wisst ihr, wie ich meine? So, ich, alleine hier bei der Raumaufteilung könnte ich halt entweder nur mich beim Pennen filmen oder den Raum. Und da macht es halt mehr Sinn, den Raum zu zeigen. Könnt ihr mit dem Kopf noch da pennen? Ja, bestimmt penne ich jetzt mit dem Kopf in die andere Richtung, damit ihr mich beim Schlafen seht. Schön, aber die anderen mit ihren Füßen, ne? Der braucht doch nur zwei Sekunden, oder? Sei leise, Stefan. Besser zwei Sekunden, als gar nicht mehr einen hochzukriegen, ne? Opa. Was glaubst du, wenn es schüße hat? War natürlich nur Spaß. Ist der Bewegungsmelder noch an? Nein, das ist, äh, das Licht im Badezimmer. Und wir sind schon sieben Stunden und Möcker live. So. Halloween live. Ei, 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 ei. Jetzt kann ich nicht mal mein Handy chillen, ne? Wir können am, wir können am Handy chillen. Ey, Stefan. Mit dem Berghand fehlt, ne? Das habe ich jetzt oft genug lesen müssen. Das habe ich jetzt oft genug lesen müssen. Opa hat schon zwei Kinder, das reicht. True story, true story, alles gut. Berghand in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, wo soll ein Berghand hier noch hinpassen? Der kann auf dem Stuhl einschlafen. Der kann sich doch zwei Stühle zusammenschieben. Der kann sich zwei Stühle zusammenschieben. Das reicht, wenn der Körpergründer ist. Der Arme schneidet, der darf? Ähm, kann er eigentlich machen. Ja gut, mal gucken. Stream halt schon. Naja, eigentlich nicht. Muss nicht sein. Soll ich dir mal den richtigen Hase zeigen? Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube auch, Matthias, ey, das wird eine Nacht. Dass wir auch alleine jetzt noch 232 Zuschauer sind. Obwohl man, obwohl halt relativ wenig passiert. Wir labern einfach gerade nur. Aber irgendwie ist das vollständig. Oder? Kinderbett für Berghand stimmt. Das könnte auch gut sein, ne? Ein Kinderbett. So ein Beistellbett für Berghand. Da würde auch gut reinpassen. Muss ich ihm mal vorschlagen vielleicht. Für nächstes Mal. Warum bin ich eigentlich noch nicht mit dem WLAN verbunden? So, glaube ich, nicht. Ne. Ich muss mich einfach mit dem WLAN verbinden, ey. Free Wi-Fi. Ja, Jenny, irgendeiner muss es ja übernehmen, wenn Berghand nicht hier zum Furzen war. Isabel Berghand habe ich am Anfang schon öfter erklärt gehabt. Ist nicht dabei. Weil dieses hier das in der ziemlich spontanen Entscheidung war. Und Berghand schon vor Wochen gefragt hatte, ob wir ein Halloween-Special vorhaben. Ich habe Nein gesagt. Und deswegen hat er sich was anderes vorgenommen. Und außerdem habe ich eigentlich dieses Jahr versprochen, mit Lea was zu unternehmen, weil ich die letzten Jahre nur jetzt mal unterwegs und sonst irgendwas gemacht habe für YouTube. Und deswegen bin ich jetzt mit Lea und habe halt was gefunden, wo Lea halt auch ganz normal mit übernachten kann. Und ich gleichzeitig irgendwie was Besonderes für YouTube machen kann. Und da bin ich auf dieses Hotel hier gestoßen in den Niederlanden. Und deswegen Berghand nicht dabei, sondern mit Lea. Und Melodie auf jeden Fall auch eine wunderschöne gute Nacht. Oh, das ist natürlich auch geil, Dennis. Sehr geile Idee. Sehr, sehr geile Idee. Eine Vollspektrum-Kammer mit Bewegungssensor. Ich habe jetzt natürlich nur eine normale Nachtsichtkammer mit Bewegungssensor. Die wird auf jeden Fall auch, sobald irgendwas langläuft, auslösen. Aber eine Vollspektrum wäre natürlich noch mal krasser. Eine Babywiege für Berghand. Also ich singe ihm kein Gute-Nacht-Lied. Ich kenne ja keine türkischen Gute-Nacht-Lieder, deswegen. Alter. Boah, wenn Berghand wüsste, der Arme, ey. Der muss das schneiden, Vater. Das wäre lustig. Ja, ne? Soll ich ihm einfach als Joke sagen, der soll es schneiden? Die letzten, nee, die Minuten, bevor wir schlafen, die sollen er wirklich schneiden. Ja. Das Einzige, was man noch machen könnte, ist, dass man so im Nachhinein die Uhrzeitanzeige für die Leute, die sich im Nachhinein gucken. Also wir haben jetzt gerade 1.11 Uhr. Wir gehen so um 1.11 Uhr haben wir uns jetzt ins Bett gelegt. Gegen 1 Uhr. Ich wollte gerade sagen, ey, voll komisch, die Zuschauerzahl steigt, Mr. Torban. Alter, wir haben Montag um 1 Uhr nachts. Warum seid ihr alle hier? Warum seid ihr alle hier, Leute? Ich will pennen langsam. Was ist los bei euch? Der Gedanke, dass du ihm die Flasche gibst und im Arm hast, verstört mein Weltbild. Ja, meins auch. Liv, das hier ist kein Los Place und wir haben schon vorhin im Stream haben wir schon das komplette Hotel einmal gezeigt. Zumindest die Teile, die wir zeigen konnten. Und es sieht halt auch wirklich aus wie ein typisches Spooky Hotel. Muss man einfach sagen, oder? Ja. Ich spüre Interesse halber ein Stück zurück. Ich kann nicht sein eigenes Stream mal gucken. Geht gar nicht. Übrigens, Leute, für die, die jetzt gerade hier noch am Start sind, heute, also nur noch Montag, ist im Mysteries Merch Shop, Alter, direkt hier im Bett noch mal ein bisschen Werbung machen, ist 20% Rabatt auf alles. Ich werde auch den Shop demnächst mal ein bisschen überarbeiten. Und, ja, einfach Halloween als Rabattcode eingeben und dann kriegt ihr 20%. Also, falls ihr euch irgendwie was holen wolltet, dann ist jetzt auf jeden Fall die perfekte Möglichkeit dazu. Dafür habe ich sogar X-Faktor saugen lassen. Das heißt, schon mal was? Neue Folge X-Faktor? Neue Folge X-Faktor? Ich muss jetzt mal googeln, kurz. Jo, alles an seinem Platz. Neue X-Faktor-Episode mit Jonathan Frakes. Alter, was? Was? Okay, ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll. ehrlicherweise. Warum? Ich weiß nicht. So neue Aufmachungen sind meistens nicht so geil wie die alten Dinger. Ja, aber guck das jetzt nicht. Ich will einmal reinschauen. So ein Mystery Studio brauche ich, ey. Wie bei dem. Ist das eine deutsche Produktion oder jetzt was? Also deutschen Schauspielern jetzt? Okay, muss ich mir mal in Ruhe später angucken. Würde ich mir jetzt nicht mal eben irgendwie reinziehen? Das ist komisch, selber auf den Stream zu gucken. Äh, naja gut. So, wir machen es jetzt aber wirklich so langsam darauf zu schlafen. Herr Mütze, Alter, wir hören mal auf, das ist unheimlich, sich das vorzustellen. Ich hoffe ja so schon, dass ihr mich nicht nachts irgendwas beobachtet, ey. Nein, naja gut. Wir werden jetzt so langsam hier ein Haierbettchen machen. Gucken noch vielleicht ein Video oder zwei. Und ähm. Nein, das hört man. Ja, und ist doch nicht schlimm. Mhm. Ich würde auf jeden Fall gerne und dazu gucken. So, Leute, ich sage euch allen schon mal gute Nacht. Hofft, dass wir hier nicht nach Zeitung gesucht werden. Dafür seid ihr da. Dafür ist die Kamera an. Die ganze Nacht. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ich auch. Schlaft gut. Habt euch lieb. Träumen was Schönes. Was klopft hier? Wie hat das aufgenommen? Weiß ich nicht. Wo ist eigentlich die Vollspektrum-Kamera? Da. Okay. Gut. Hätten wir nicht mal die Jacke so an das finden können. Die macht mir Angst. Ja, also wird da was um die Ecke gucken, ne? Ja. Scheiß drauf. Oh, scheiß drauf. Ist doch egal. Wenn ich nach Brass werden und da hinguck, dann krieg ich erst mal Anfall. Nein, ich lieg doch eh hier. Ja, und? Ja, ich sort ja. Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.